Hallihallo und Servus und Haubertäre zusammen hier auf unseren Kanälen. Zusammen sind wir eins und eins und einziger gibt zwei. Mein Name ist Alexander und ich darf Sie heute recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Megas Games mit Freunden und an meiner Seite wie immer der ganz 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 sehr sehr gute getan sich auskennende Mitspieler. Bitte stellen Sie sich selber vor. Ich bin der Andl und ich bin auch dabei. Das ist ja wundervoll, dass ist Andreas auch mit dabei. Das war gerade so spontan, dass du mir die Anrede machst, aber ich finde das cool mal nicht derjenige sein zu müssen. Das war mir gerade ein bisschen too much. Ich möchte kurz pausieren. Du hast es aber so gut gemacht. Ja. Du hast das so gut gemacht. Danke, danke, danke. Und damit möchte ich euch gleich mal mitteilen, dass Andreas auch gleich spontan entschieden hat, dass wir eine 64er Lobby machen. Also wir können quasi sagen, jeder, der mit zuschaut, kann mitspielen und jeder, der mitspielen kann. Also falls sich jemand aufregt, das ist auf meinen Mist gewachsen mit 64 Leuten. Ich wollte es mal testen, ja. Damit nicht immer so viele Leute in der Cue warten müssen. That's right, that's right. Wir probieren es mal, wie es läuft. Man kann jetzt leider nicht alle Spielmodi spielen, aber ja. Wir probieren einfach mal. Probieren geht voll studieren. Würde ich mal sagen. Ja. Wie geht's euch? Geht's euch allen gut? Ich hoffe doch, oder? Ich hoffe euch allen geht's wundervoll. Ja, ein Schell wie Marc Züge. Ja, super. Toll. Ich mock die ÖBB. Na, schreibt's mal rein. Geht's euch allen fein und freundlich? Ja, gut. Schauen wir doch mal, oder? Sagt er. Ah ja, ich sollte von Vivi ausrichten, dass du böse bist. Alles klar. Das nehme ich zur Kenntnis. Kommt in Ablage B. Okay. Ablage B. Jawohl. So, was wollte ich denn gucken? Das ist bestimmt ganz funny am Anfang mit 64 Leuten, wenn wir schon so viele sind. A30NC8 ist übrigens der Code. Kommt hier rein. Bringt Glück mit. Genau. A30NC8. Oh nein. Aber mit 64. Ja, wir sind noch nicht ganz 64 von dem her. Ah ja. Basta noch. Bagi Julian wird ein Abo im vierten, erkonzentrierten Monat. Nein. Oh mein Gott, ich bin noch nicht. Wen hast du da schon weggeschaut? Ach ja, mich. Ja. Das ist sehr untaufend. Nein, nein. Oh, 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 oh. Ich hab grad... Ich hab mich grad mit meinen eigenen Kollegen gerammt. Gerammt? Bist du ein Rammt, Bagi? Ich will nicht auf der rechten Seite fahren. Ich weiß nicht warum, aber links ist mir irgendwie sympathischer. Ich fahr auch lieber links. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist jemand vor mir. Fini. Ich glaube, ich komme nur als dritter ins Ziel. Ja, ich komme als dritter ins Ziel, glaube ich. GG. Oh mein Gott. Dann war ich ja knapp hinter dir. Ey, ich war first try sogar. First try. Es geht schon wieder gut los. Second try. Second try. Und welcher Platz bin ich? Ich bin Sechster geworden. Wie geht's dem Andl so? Dem Andl geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Freut's euch heute schon auf dem Stream? Wenn ja, dann eins in den Chat. Also ich freu mich. Ich kann aber keine Eins in den Chat schreiben. Du sagst es einfach wie so ein Computer. Eins. Ich sag einfach Eins. Ähm. Kamera? Was wollte ich noch sagen? Ach ja, ähm. Bei mir gibt's nur der 10 Dollar Giftcard. Ähm. Mache ich aber dann spontan über Twitch-Chat-Raffle. Ah, okay. Okay. Also heute machen wir kein Tournament dafür. Kein Tournament. Okay. Weil da gewinnen ja bloß immer die Schwitzer. Ich möchte auch mal, dass Leute auch die Chance haben. Das ist eine gute Idee. Die sonst, ähm, nie eine Chance haben. So wie mich. So wie mich. Ich mag sie selber gewinnen. Ich mag sie selber haben, Mann. Stark, stark, stark. Hier ganz viele Servus, Alex und Andl. Wie geht es euch? Servus. Mensch, ihr seid ja wieder knuffig unterwegs hier. Ganz viele Eins im Chat. Das freut mich. Sonntag ist immer ein geiler Tag zum Streamen. Ich finde, oder ich mag Sonntag auch generell mehr als jetzt so ein Freitag oder Samstag, muss ich sagen. Ja, ja. Findest du so einen schönen Wochenendausklang für mich? Bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Schön, schön, schön. Mir hätte es auch immer gedaugt am Sonntag, weil da ist im RP auch schon früher was los. Ja. Das finde ich tatsächlich ganz geil, weil Sonntag habe ich oft und gerne schon so um 16, 17 Uhr angefangen RP zu spielen, was unter der Woche halt nicht so geht. Da ist halt nichts los. Aber am Sonntag ist schon was los um 16 Uhr. Das finde ich immer cool. Könnte jeden Tag so sein. Was machen wir hier? Pommes 0707. Ist voll im Struggle. Ich schau jetzt mal. Pommes und die Primzahl. Primzahl muss sich jetzt mal durch sich selber teilen. Es geht nicht. Oh mein Gott, der kommt aber ganz flach mit dem Witz. Oh mein Gott, der war viel zu intellektuell. Viel zu intellektuell. Können wir das Niveau bitte wieder senken? Primzahl ist einfach eine Zahl. Primzahl ist eine Zahl. Primzahl, los, teil dich durch die Zahl. Los. Geil. Dann wird deine Gewinnchance erhöht. Das ist richtig. Ja, weißt du, dass es eigentlich unendlich viele Primzahlen gibt? Mhm. Aha. GG, ich habe gewonnen. 35 Player hatten wir. Hast du gesehen? 35. Es füllt sich. Naja, logisch. Es gibt ja auch unendlich viele Zahlen. Also irgendwo wird immer eine Primzahl dabei sein. Ja, ja, ja. Logisch, logisch. Oder ist das schon wieder zu hoch intellektuell? Ja, das war zu hoch intellektuell. Können wir wieder... Ah, okay. Okay, wir können die Fachwerter rauslassen. So. Gut, das war schon mal zum Einstieg ganz nett. Und jetzt sind nämlich schon einige rot eingekraut. Aber, das Schöne, das Schöne... Face-to-Face funktioniert mit 64. Das auch, aber wollen wir gleich abfucken. Ach komm, machen wir mal. Oh ja, was kommt jetzt? Mach, mach, probieren wir es mal. Jetzt kommt Face-to-Face. Ah, nee, nee, noch nicht. Noch nicht. Dogfight. Nein, 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 nein. Grüß dich, Werbox. Grüß dich. Was kommt jetzt? Was macht er? Was tut er? Waiting for players. Aber auf welchen Player warten wir denn jetzt? Wer knabbert schon wieder am Bambus? Was soll das? Was? Die Kotzkatze hat gefolgt. Danke, liebe Kotzkatze. Genau, wie bei mir auch schon im Chat. Sumo mit 64 Leuten. Ja, und vor allem, guck mal. Free for all. Oh yeah. Jeder gegen jeden. Wie mit Marco machen. Oh yeah. Oh yeah. Und ich habe so ein, so ein... Oh Gott, ich fahre schon mal auf Urlaub. Echt? Ich muss erst mal den Thomas zeigen, dass es nach unten geht. Bitte, bitte. Und First Kill Bonus. Du hast schon Kill? Ich flüchte gerade nur von mir selber. Oh nein. Ach, Anna, du ein Lack. Oh mein Gott. Lass dich mein Auto changen. Da kommt ein Truck entgegen. Das darf man nicht machen. Angel of Death, lass mich changen. Bruder, mach mich nicht kaputt. Ich muss changen. Oh, jetzt kriege ich... Oh, Steal. Oh, jetzt habe ich... Na, jetzt habe ich so ein Ding gekriegt. Na, bitte nicht. Binky, ich will mich nicht mit dir anlegen. Na, 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 ich muss da weg. Warte, das kann ich auch mal laut sagen. Die Kotzkatze hat geschrieben, sein Internet ist gecrasht. Kein Bock auf die Queue. Wir können dir sagen, Andreas und ich können dir sagen, es gibt keine Queue. Nein. Komm rein. Oh, jetzt sind 64 Spieler, so lange, bis es der Vorrat reicht. Oh, jetzt kriege ich ein Motorrad. So, jetzt schauen wir mal den Andreas ein wenig zu, weil der ist halt ein bisschen aufgeregt. Ah, 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 ah. Oh, je, ich... Okay. Und schon ist er weg. Und schon ist er weg. Ja gut, Anna hat mich... Anna hat mich... Aus dem Leben. Sie hat mir ein RKO-Game. Aber sowas von. Ja, oh mein Gott, zum Glück, danke. Nein, ich sehr gerne. Wir lieben doch unsere Community. Weil je mehr mitspielen, desto mehr können wir bannen. Versteht sich? Aber wir werden schauen, es wird vielleicht nicht den ganzen Abend sein, weil wir wollen vielleicht einmal auch zwischendurch Spieler spielen für 32. Richtig, richtig, richtig. Sowas wie Color Dash oder so. Das geht ja, glaube ich, halt mit... Genau, Cube geht leider auch nur zu 32. Genau. Aber wir können ja... Zumo ist ja auch ein Game-Modus, der uns Spaß macht. Und da gehen ja 64. Face-to-Face macht uns auch unglaublich viel Spaß. Ja, genau, das ist mein allerliebster. Das ist mein allerliebster. Stell dir vor, 64 Spiele auf dieser kleinen Arsch-Mab. Wo es so schmal ist. Alex, was braucht man alles, um gut zu streamen? Nichts. Du musst nicht mal gut sein, schau mich an. Tatsächlich ist... Er, Stahl, Bero. Er, Stahl, Bero. Du brauchst gutes Equipment. Bero, du hast doch hier einen... Wie heißt es denn? Einen Anbann-Antrag gestellt, gell? Bei Freddy auf dem Discord. Ja, bei Freddy auf dem Discord. Und der hat sich aufgeregt. Ey, Bero, wenn du dich benimmst, wirst du ja geanbannt. Aber nur, wenn du dich benimmst. Ansonsten, ne? Brauchst du ja auch auf gar keinen Discord mehr schreiben. Also, Werbox Relic-Freund hat dich gerade zu einem Relikt gemacht. Weißt du das? Einen Relikt? So. Dann hat sich das auch erledigt. Du wurdest versteinert. Dann ist der Freddy-Discord auch nicht mehr sauer auf mich. Kacher unter anderem. Wollte gerade sagen, haben die Mods schon rein... Ja, ja, die haben mich schon markiert des Todes. Alter, die... Die... Ei, ei, ei. Unschlagbar auf der Stelle. Ah, GG. Auf der Stelle hat sie mich auch geholed. Aber... Und... Krass. Auf der Stelle war sie unschlagbar. Die hat gerade alles weggeschallert. Moin, Babinga. Moin. Ja, cool. Ähm... Also, bis jetzt... Bei mir ist alles stabil, so... Von, ähm... Internet und Packet Loss. Wie schaut's bei dir aus? Bei mir passt alles. Bei mir passt alles. Ja, sehr, sehr nice. Alex, gibt es die Armee noch? Ähm... Das wollen wir nicht enthüllen, weil... Kann immer und überall zuschlagen. Grüß Sie. Da hat jemand geschrieben, der Winke-Tiger. Ich muss mal kurz winken. Oh nein, und ich kann's nicht sehen. Ich muss mir dann nachgucken. Den Winke-Tiger ist legendär. Oh, Alter. Ich hab einen... Ich glaub... Ich glaub, das ist ein Ferrari. Ich glaub, den lass ich. Ich brauche mal Ferrari. Ich... Ich möchte einfach nur weg. Ich möchte einfach nur irgendwo anstehen. Da klebt mir irgendwer... Also... Hä? Ich hab irgendwie Windschatten, aber irgendwie auch nicht. Fini, Fini, was ist denn da passiert? Warte mal, da ist der Taxi. Ich hab der Taxi da. Ein scheiß Auto. Franz! Franz! Boah, kannst du Franz bitte bannen von RLO? Ich hab keinen Bock mehr. Aber ist es der richtige Franz? Der hat keinen FD im Namen. Der hat das Taxi. Ich steppe, der hat einen Knall gemacht. In der DSV, der Tacher hinterher, gell? Ja, ja. Tacher, ich hab mit dem Discord-Problem. Ich hab ihm nichts zu tun. Oh mein Gott! Oh, mich grad grad erschrocken. Oder Cody, der will dich. Tschüss, Cody! Lukas Kelly, danke für deinen Freude. Oh mein Gott, war der grad stark. Hast du gesehen, wie ich grad Cody geholt hab? Ja, aber du bräuchtest mal einen Repair. Ich sag's dir unbedingt. Oh, Anna, ich hab mich... Ich hab mich revanchiert. Ich hab mich revanchiert bei Anna. Äh, Andreas. Ich brauch einen Repair. Wo ist das? Ja, fahr irgendwo hin. Es gibt noch keinen. Es gibt... Es gibt noch keinen. Da ist... Da ist einer hinter mir. Cordell Walker. Ja, hau ab. Der will dich. Der will dich. Ah, wird voll an die Pommes! Oh mein Gott, das war Pommes rot-weiß. Wo ist Repair? Ich brauch Repair. Es gibt noch keinen. Es gibt noch keinen. Das gibt's ja nicht. Ja, die sind noch nicht gespawnt. Ich sag dir so, ich spaule Bescheid. Na komm, da kommt schon wieder jemand. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der fährt ja aus dem Weg. Das Ehrenmann. Wo ist er schon wieder? Wo hast du? Käsekuchen ist hier oben. Fahr noch ein paar Runden. Dreh hier deine Runden. Ich sag's hier. Warte mal, der fahrt da hoch. Der fahrt da andere hoch. Der kommt da hoch. Nämlich die äußereste Spur. Ja, sehr gut, sehr gut. Gibt's noch immer keinen Repair? Nein, es gibt immer noch keinen. Oh Gott, oh Gott. Ja, du bist genau über einen drüber gefahren. Ich steppe aber das gar gut. Stark, 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 stark. Okay, das war gerade, das war gerade, das war gerade Glück. Glück. Ich war heute um vier Laufen. 7,5 Lungen bei minus 10 Grad. Das ist gut. Pass auf deine Lunge auf. Heite Luft, nicht gut. Na. Vor allem beim Laufen. Oh, Pascal, Pascal, wenn du nicht wegkommst, dann bist du Pommes. Dann bist du die Primmzahl. Vielleicht kannst du dir dann mal ein A leisten. Jetzt kannst du dir ein A leisten, Pascal. Oh, oh je. Du hast eine 5er Killstreet. Was ist mit dir? Ich hab die Runde richtig abgeräumt. Oh mein Gott. Oh nein, der hat diesen starker Auto. Oh nein. Ja, ader, ader, ader. Weg da. Einfach die 5er Killstreet. Digga, lass mich in Ruhe. Catch me if you can. Scheiße. Ich muss da weg. Da ist ein Krankenwagen. Man ist bei Vodo von Internet geht wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die machen sich gegenseitig fertig. Und dann kommst du ins Spiel. Aber das ist deine Runde, sag ich dir, Andreas. Das ist deine Runde. Du musst den Havara von hinten kriegen, sonst hab ich keine Chance mit dem Auto. Ja, 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 ja. Jetzt tauch ich dir an, du kleiner Fisch. Und jetzt, ah, er fliegt. Das schafft er noch, das schafft er. Nicht mehr, Tiger ist raus. Stark. Das war Kill Nummer 6. Wuh. Alter, ich hab gerade noch drauf. 5 Leute mit Zardens. Haben wir noch einmal irgendwo einen Rippe, ja? Nein, haben wir nicht mehr. Sicher, aus und da, ich sehe schon. Sicher. Halt, links unten. Sicher. Ich muss mich ausdenken. Sicher, ich muss mich da oben. Sicher, ich muss da oben. Sicher, ich muss da oben. Da oben fahren. Manfred. Ich komm schon. Wer ist hinter mir? 25 Sekunden. Vorsicht, der Lustige einkommt. Der macht die. Oh mein Gott. Ja. Das war Nummer 7. Schleich die. Das war einfach Nummer 7. Das macht der Manwalk. Der stellt sich in den San-Desk-Kreis. 10 Sekunden noch. Ihr zwei seid alleine. Also wenn du das rockst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schleich die. Oh mein Gott. Ich hätte schon was gesagt. Oh mein Gott. Da hat er mich leider. Schade. Ich hätte das wohl geschehen. Gescheiße. Das wäre gut gewesen. 7 Kills. Und dann noch im Sudden Death Ring. Das war die Runde. Das war es. Das war es, ja. Jetzt kannst du aufhören. Also du kannst wirklich. Du, ist der Taxi gehässig? Ja, gell? Ich glaube der Taxi, der möchte ich jetzt auch an 7 Tage geboren haben. Ich glaube auch schon. Verdient schreibt da rein. Der gönnt, der gönnt mir nicht. Also ich meine in 7 Tage geboren auf RLO natürlich. Ja du, dort ist Lifespan. Wir reden da. Weil das muss, das muss ja wehtun, gell? Das muss ja wehtun. Wir reden von Freddy's Discord. Freddy's Discord. Ah, Taxi ist bei mir atmen, das ist kacke. Von deinem Discord. Ja, ja. Der könnte mir alles löschen. Deswegen ne Taxi, alles gut. Du bist der Beste. Der Matze spielt keinen Bausimulator. Matze ist mit dabei. Andreas, der Matze ist mit dabei. So, mein Wok, der musste sein. Matze. Alter. Matze, was ist los? Bausimulator langweilig geworden. Du hast da keine... Nichts mehr. Spielt da nichts mehr aus, Flipper? Nein, da hat er gar kein Hauswand mehr. Ich warte mal, AMG-Cross ist doch ein Staff-Member, oder? Äh, der, ja. Der hat einen Stern. Der müssen wir runterhauen. Ich hab ihn wieder weggeschmissen. Tschüss. Ah, Matze! Hoppala. Ich hab irgendwas runtergeschmissen. Scheiße! Das Auto, was ich da hab, was auch immer das ist, das ist gut. Ich schau ein bisschen an Matze zu. Nachher. Matze ist on a streak, gell? Matze hat nicht reingelbstreak, Andreas. Aha. Du hast da Matze. Aber dann kommt Anna. Anna ist halt einfach unmenschlich gut, gell? Anna dreier killstreak. Dann Dacher an. Unglaublich, ey. Dacher, wo fahrst du denn hin? Ich wollt die raushauen, Dacher, aber dann... Wo fahrst du denn freiwillig raus? Oh, oh, Achtung. Oh, oh mein Gott. Anna ist stark. Anna ist stark, ja. Was ist das denn für eine Kack-Karte, sagt Dacher? Dacher, was fahrst du denn raus? Dacher, das ist eine von... Oh, der hat schon wieder so ein gutes Auto. Mit deinem Kind. Wie läuft eigentlich die Schwangerschaft? Oh, Spotchip. Da hab ich meinen nächsten. Oh, oh, oh. Spotchip wird gleich explodieren. Der hat... Ich muss bremsen. Oh, Alfie. Alfie möchte dich... Oh nein. Er hat mich. Er hat mich. Aua. Schade. Scheiße. Ja gut, ich wollt von dem wegfahren, vom Alfie, weil der hat so gut ins Auto gehabt. Das ist ja unglaublich. Unbelieferable. Scheiße. Bommes. Da gibt's noch Bommes, schau. Schau da. Hau'n Franz raus jetzt einmal. Was ist das? Ja, ja, da bin ich auch krass. Hau'n aus in McHuggies. In Magies. Ey, du Matze, wie läuft denn eigentlich der Bausimulator? Ich glaub, ich glaub, zuerst spielt er den Bausimulator, dass er danach das Haus flippern kann. Ja, aber ich glaub, Bausimulator macht grad ein Update bei ihm. Deswegen spielt er Megas. Ah, okay. Könnte natürlich sein, ja. Das ist, das klingt logisch. Ey, Luxix, hab ein Dere. So, Hummelbiene, Franz, was ist mit euch los? Ihr beschnuppert euch wie so zwei läufige Rüden. Na, die machen grad wie so zwei Vögel, so einen Barumstanz, so wie zwei Pfau. Ja, genau. Ey, Savi, ich schreib dir übrigens noch, gell, ich hab's vergessen. Ich hab's gelesen. Boah. Warum bin ich da jetzt grad schon an der Kanten? Glaub schon, gell? Franz Alfie. Der war haarscharf an der Kanten, ja, ja. Franz Alfie hat mich rausgeschmissen. Da musst du was tun. Der muss raus. Raus mit dir. Wenn du willst, dass ich noch... Franz, ich wollt grad sagen, wenn ich noch irgendwas fürs FD programmieren soll, dann solltest du jetzt einen Alfie raus haben. Das war's jetzt. Das FD wird nicht fertig gesteuert. Auf 3-0. Das ist aber ne Ansage. Ich glaub, wenn ich das sag, ist es schlimmer, wenn ich sag, ich bann, Leute. Das war grad, glaub ich, das war grad, das war grad wie Robin Hood ins Herz. Wälder. Boom. Relkt. Rel. Relkt. Relkt. Freund. Was ist mit Relkt, Freund? Da hat er geschrieben, Relkt, Freund. Relkt. Ach, Relkt, Freund. Wälder. Was ist mit Relkt, Freund? Schimmelt der? Also, wenn Anna gewinnt, dann hat sie zwei Siege. Oh, Anna explodiert. Anna gewinnt das noch! Ui, 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 ui. Ich weiß es nicht. Englisch. Ui, ui. Also, sie hat grad wirklich den Panzer rausgeschmissen mit 0 Health. Also, Anna wäre gleich selber explodiert, ohne, äh... Du wurdest von... Welcher Discord wurde gehackt, hä? Von mir bin ich, was? Nein, nein, äh, von... Von... Anscheinend ist sein Discord-Account gehackt worden. Oh nein, von Relkt, Freund? Jo. Oh, das ist kacke, dann kann der nicht mitzocken. Wir haben nämlich eine Bedingung, dass die mitzocken auch auf den Discords sind. Versteht sich. Schaut, seid ihr bei mir auf den Discord rein? Oder bei welchem Discord verbreitet er grad Scheiße? Oder schickt er P1 rum? Also, nicht er, sondern, ja, der, der den Account gerade besitzt. Ach so, bei mir war das! Jetzt seh ich's erst, die ganzen Pings! Ah. Da, da, da. Ich wollt grad nur sicher gehen, wo. Das grad passiert. Entweder durch PNs oder auf meinem Discord oder auf deinem oder so. Aber es ist auf deinem. Ah, bei mir auch. Das ist super. Das ist super. Ja, ja, warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht, gell? Auch bei Freddy. Ah, ja, wunderbar. Na, wenn dann schon alle, das find ich gut. Du, Schatzi. Ja, der hat da, äh... Hör die Flasche selber auch mal raus. Ich lösch jetzt selber. Ich warte noch, bis du fertig bist. Ja, das... Hm. Ey, danke Italiener. Ey, ich hab halt die, ich hab die besten Mods. Kann ich die mal kurz appreciaten? Können wir für die Mods mal kurz, äh, paar, ähm... Herz nur reinmachen oder so. Für die, die, die Moderatoren. Ja, äh... Die es muss mal schalten. Der hat, der hat 18 plus Server rein, links reingeschickt. Okay, stark, 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 stark. Stark. Danke. Danke an die schnell, äh, arbeitenden Moderatoren. Obwohl sie mitspielen. Muss man halt auch dazu sagen. Stark von euch. So lobe ich mir das. Das gibt wieder eine Mitarbeiter-Ausschüttung. Ja, dass da jemand Nude-Server reingeschickt die ganze Zeit. Ich hab dich nur gerufen. Ich hab's schon selber weggemacht. Oh, alles gut. Oh ja. Ist das gehört? Alexander? Ich? Meist du mich? Ja. Hast du es gehört? Nee, ich hab grad Musik lauter. Was los? Der ist genauso böse wie du. Boah, mich auf eine, eine Schiene stellen, wie einer, der 18 plus links reinschickt. Das ist böse. Vivi ist böse. Also, ich hab nix gesagt, gell, also. Vivi ist böse. Ach, das ist die Map, wo das Haus einbrochen ist. Das ist ja richtig böse. So, können wir weitermachen? Sind wir alle wieder soweit? Was, bei mir sind die ganzen Nachrichten noch drauf. Warte mal, wo noch? Okay, dann warte ich noch. Ach, da, stimmt. Ja, warte mal. Ich warte. Nein, nein, du kannst ja irgendwo starten. Ich lösche da grad nur die Discord die ganzen Sachen. Okay, nur nicht, dass du dann... Ja, nicht, dass du... Ich hab's nur aus einem Chat nämlich rausgelöscht. Er hat's in jedem Channel reingeschickt. Starker Typ. Ja, Relic, Freunde, da müssen wir dich, glaub ich, kurz bannern. Das hilft ja nix, gell. Oder kriegst du das so wieder geschissen? Ich hoffe, er hat's nicht in Level reingeschickt. Doch auch dort. Ne, stark. Oh, wir sind grad 45 Leute. Ach, Kaltash, geht's sowieso auch so? Ja, wir sind 45 Leute. Dann ist das ein Update jetzt. Kann man vielleicht Cubed auch so spielen? Weiß nicht, Armgross? Armgross, konnte man Kalatesh schon immer mit 64 spielen? Nein. Ich weiß, dass du mithörst. Danke für den Bit, Marlin. Und Danny, Stim. Er hat, er hat, er hat, jo, Stim. Dann wird ein Follow. Und I, I see you later. Danke für die 8 Bits. Also die Namen sind echt schon manchmal grandios von euch. Oh mein Gott. Manvote. Manvote. Er ist, 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 er ist. Er ist, 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 er ist. Oh. Lassst du mich in Ruhe? Der Stationsbitte. Ey, Armgross. Du sollst mit mir reden. Nein, wer? Warum? Stil, hau ab. Oha. Runter mit dir, Stil. Ich habe die lange Schlange gerade rausgehauen. Ich habe den Stil rausgehauen. Mit Stil? Ich habe ja gesagt. Armgross hat ja gesagt, du hast recht. Hast du den mit Stil rausgeschmissen? Ich habe den mit Stil rausgeschmissen. Oh nein, ich komme nicht auf Grün. Hast du sie gehört? Ach man. Armgross hat es bestätigt. Es ist neu. Cool. Dann können wir jetzt 64 mit allem spielen. Sonst brauchen wir gar nicht umändern. Außer es laggt. Aber wenn es so passt, dann können wir immer so spielen. Mehr Leuten ist irgendwie geil. Also manch, das übertreibende. Manche Game-Modis sind mit mehreren geil. Nicht alle. Face-to-face-farm ist... Face-to-face ist, äh, es muss ja. Face-to-face mit 128, gell? Hey, Hupta. Moin. Hupta. Also, falls mich Relic-Freund irgendwo hört, ich habe dich jetzt einmal noch nicht gebannt. Sollte jetzt noch einmal so eine Nachricht in der nächsten halben Stunde kommen, dann banne ich dich einmal vorübergehend raus, bis du das geschissen bekommst. Sollte das nicht mehr vorkommen, dann kannst du noch bleiben. Aber in der nächsten halben Stunde solltest du bitte dein Passwort ändern. Ich glaube, das ist fair genug. Bei mir ist er schon gebannt. Der Italiener ist stark. Deswegen habe ich gerne Italiener als Moderatoren. Die machen ja null Kompromisse. Zu aller Pacella. Ja, wenn Vivi das gesehen hat, hat sie es auch gemacht. Aber ich bin da... Ja. Ich habe jetzt nicht die Zeit dafür gehabt, gerade zu bannen. Nein, überhaupt. Ich habe es aber nicht einmal mitbekommen. Ich habe dir überhaupt nichts gecheckt, bis ich dann die Pings erst gesehen habe hier. Wie geht's dir? Finde ich mir geht's gut. Ich habe dich gerade gesehen, wie du bei Sumo rausgebetzt bist. Schau, wie viele Leute da am Start stehen. Geil, oder? Geil, ich feiere das. Wir sind 51 gerade. Ach, bei Spielsuchern Befehlseingabe ist es auch noch. Danke für deinen Fall. Sind auch alle Nachrichten weg, Sabi? Das habe ich nämlich nicht geguckt. Muss auf weiß. Oh mein Gott. Uptah. Danke für deinen Fall. Ich habe gerade mitspielen können. Ich habe gerade kurz da was fixen müssen. Ah, okay. Ja. Ist okay. Das geht auch vor. Das ist wichtiger. Ich werde es aber nie verstehen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Können wir mal kurz den ehrenlosesten Spieler dieser Runde küren? Nur von dieser Runde. Der Thomas im Blau. Thomas ist gerade auf einen AFK-Spieler gegangen. Und zwar mich. Oh nein. Thomas. Diese Runde bitte einmal alle auf Thomas. Danke. Das hat er. Wer war das? 1 zu 7, Jan. Danke für deinen Einsatz. Wird befördert. Ich kann jetzt nämlich for real sagen, weil dadurch, dass ich so minimale Verzögerung habe, könnte er wissen, dass ich AFK bin. Aber wurscht. Oh, ich komme nicht auf grün. Ich komme nicht auf grün. Komm. Siehst du 1 zu 7, Jan? Das war gerade gutes Karma für dich, dass du da überlebt hast. Auf Purple. Purple und Pink auseinander trennen ist so ekelhaft. Ja, und vor allem bei Dunkelheit mit Regen. Das ist Abfangen. Oh ja. Das erinnert mich. Das könnten wir dann auch nochmal spielen. Aber mit Golf-Cards. Mit Golf-Cards. Oh mein Gott. Das ist auch mit Kett. Oh mein Gott. Wow. Der Armcross hat sein eigenes Spiel gerade. Sein eigenes Spiel hat ihn outplayed. Sein eigenes Spiel. Armcross, jetzt hast du ja Zeit. Kann man hier den neuen Game-Modus, wie heißt der, Fallout, mit 64 spielen? Bestimmt. Ich denke mal, man kann wahrscheinlich alles spielen. Ja, kann man. Ja, alles klar. Dann spielen wir Ambrus seine Map dann mal, wenn er schon mal mitspielt. Ambrus hat nämlich auch eine Map kreiert. Okay, krass. Was war noch einmal schnell Fallout? Da fallen die Teile unten runter. Also nach und nach. Ah, da, ja, 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 weißt du schon. Ja, ja, genau. Guten Abend, Julian. Guten Abend, Julian. Rieser. Grüßt bitte alle. Außer einen. Mach ich. Ich grüße alle außer einen. Na krass. Sehr zockreich. Okay. Wir haben jetzt zwei Rode gegen einen blauen. Ob das ein Fehler ist? Oh Gott, braun. Gestern nichts. Und heute Kirche und Demo. Okay. Eins gegen eins. Ich war bei der Bauern-Demo. Aha, aha. Scythex gegen den Fehler. Finde den Fehler. Oh, wird, wird Fehler einen Fehler machen oder wird Scythex den Fehler beseitigen? Ha! Wortspiel. Okay, beide, beide, beide sind stabil. Beide haben es gerade gerissen und geschafft. Schönen Sonntag. Aber wird wirklich Scythex den Fehler beseitigen oder wird Fehler den Scythex zum Fehler machen? Auf pink. Oh. Das wird ein Draw. Das wird ein Unentschieden. Stark. Das ist aber traurig. Traurig. Unentschieden ist ein Traurig. Unentschieden ist echt traurig, ja. Aber so ist das. So ist es. So. Gepasst. Scythex war sechs Minuten alive. Wie lange war ich alive? Sechs Minuten? Ich habe es eine Minute 31 geschafft. Wobei ich war ja AFK. Du warst AFK. Ja, ich war AFK. Bis der Thomas kam und keine Gnade hat. Weil ich stand nämlich auf einem weißen Feld sogar. Und hätte überleben können als AFK. Aber der Thomas hatte andere Pläne. Okay, gucken wir mal Amgross Map. Die Amgross Map war das hier. Natürlich. Natürlich ist das die Amgross Map. Sechs Teams. Oh ja, stimmt. Sechs Teams. Bei so vielen Leuten macht das. Ah ja, macht Sinn. Bei Fallout jetzt, ne? Bei Fallout jetzt. Okay. Der Name der Map heißt Pizza. Ach so, die. Alle mit Hexagons sind meine. Die Map. Ja, die kennen wir ja eh. Die ist cool. Ja, die kennen wir. Aber der Amgross ist diesmal dabei. Also wenn Amgross nicht gewinnt, gell? Much Map. Much. Ey, aber finde ich cool, dass er die gemacht hat. Ja, finde ich auch. Also steht er immer dabei beim Ausbilden, wer die gemacht hat, gell? Ah, krass. Ja. Müssen wir mal appreciaten kurz. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Nein, nein. Bist du gerade ins Loch rein, oder was? Können wir bitte nichts wiederholen. Können wir es einfach lassen. Oh mein Gott, ich bin... Oh mein Gott. Ich bin auch ins Loch rein. Das war gerade richtig... Das war für ein Arsch, was ich da gerade gewissen habe. Das war gerade richtig für ein Arsch. Gut, aber... Lange Schlange, das war genauso gut. Alter, alter, alter. Kannst du dir das nicht vorstellen. Ey, finde ich den Chat. Mann, ist ja gemein. Macht einen A in den Chat. Ah, wie Anfänger. Ist der Tepper, der Man-Wog ist gerade. Schau, schau. Tuko gegen Amgoss, da findet er gerade seinen Meister. Was ist da eigentlich los? Der Thomas ist noch dabei. Ach, da hinten, da hinten ist es besser. Weißt du, was Org ist? Der Amgoss ist Team-Member, aber gegen Tuko. Schau mal, Tuko wie ein Stein. Schau dir das an. Ja, keine Chance. Und Wehrwuchs schaut nur zu, gell? Hast du dir gesehen? Wehrwuchs hat nur zugeguckt. Ganz ehrlich, aber... Schau, 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 wie er die Leiter rumschiebt. Gar keine Chance. Tuko macht beide runter. Tuko haut beide. Guck dir, zurück wird's krank. Okay, Tuko, ähm... Krank. Krank einfach nur. WTF. Also normal ist das nicht. Normal ist das nicht, oder? Nein. Ich glaube, er versteht selber nicht, warum er immer so... so viel Power hat, aber... Joa, ist so. Das ist definitiv nicht normal. Aber das ist... Das ist bei ihm schon immer so gewesen. Er ist bekannt dafür, dass er... steht, wenn man ihn anschubst, bewegt er sich nicht. Aber er drückt rein und du fliegst wie ein Komet. Ja. Der zweimal einschlägt. Und wenn ich gehe... Und wenn ich gehe... Okay, das war wieder so ein Trick of what? Und wenn ich gehe... Dann so wie ich gekommen bin... Jetzt hat er sich... Jetzt hat er sich verdammt. Jetzt hat er sich selber. Jetzt hat er sich selber. Ist er selber eingeschlafen? Ich denke mal gerade so, wir reden schon seit einer Minute mit ihm. Er schreibt nicht zurück. Und jetzt auf einmal so schreibt er zurück, danke. Und jetzt hat er den Kragen gekostet. Ich würde mal sagen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Das Timing war gerade nicht so stark, 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 stark. Oh Gott, stimmt, ich bin jetzt so schnell rausgefallen. Matze will mich ein bisschen abfacken. Ich glaube, Matze ist der Käsekuchen, oder? Kann das sein? Oder heißt er wirklich Matze? Spielt Matze mit? Ja, ja, sicher spielt er mit. Aber wie heißt er? Dann weiß ich, wo ich einmal... Ah, da Matze, der Grüne. Matze heißt der Bausimulator. Nein, nein, er ist der Grüne da. Kann man Matze ein bisschen abfacken. Warte mal. Ich versuch's. Weil er hat gesagt, er wollte mich abfacken. Ich habe ihm dabei nichts getan. Deswegen werden wir jetzt einmal ein bisschen auf Matze gehen. Irgendwie will sich jeder ein neues Auto suchen. Ich möchte eigentlich nur Matze zum... Ja, okay, pass. Dann haben wir das selbe Ziel. Ja, ja. Franz haut sich selber raus. Ah, du hast Matze rausgeschmissen. Sei ja geil, Alex. Ich habe nichts bekommen? Oh, ich habe es bekommen. Schön. Die Noobtum. Warte, wir können den Bausimulator wieder starten. Ui. Scheiße. Oh mein Gott, die Primzahl. Die Primzahl. Wenigstens hat mich der Matze noch rausgeschmissen. Ah, da steht da in AFK. Neon. Ah, nein, da steht in AFK. Scheiße ist es nicht. Ich weiß nur, dass Primzahl mir sehr auf den Senkel geht. Echt? Oh, Primzahl, hast du ein... Luck. Okay, Tuko ist nicht mehr drin. Also für alle, die das nicht wissen oder das nicht checken mit dem Matze- und Bausimulator. Wenn man aber jemanden bei Steam als Freund hat und die starten ein Spiel, dann kommt unten rechts da so eine Message, was die gerade machen. Und das fand ich so funny, dass wir, also andere und ich haben Megas Games gespielt und bei Matze hier unten startet Bausimulator. Das ist schon wieder ein neues Meme oder der Hausflipper. Das ist ja einfach nur ein Meme. Einfach... Ja, oder der Hausflipper, stimmt. Das war ja auch. Das fach, dass er mit uns Megas Games spielt, baut er da Haus. Käsekuchen, okay, 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 okay. Ja, aber manchmal kommt er rein, der Matze, und dann nennt er sich einfach um. Ja, ja. Ja. Der Käsekuchen ist Englisch übrigens, gell? Ja, ja, ich weiß. Jetzt mittlerweile. Also, dass es geklärt ist. Gut. Danke, I see you later, ähm, für den Bit. Boah, Qubi hat einen guten, äh, guten Spot. Ja, da hat so viele Felder noch. Ja, Neon geht. Spotship aber auch. Schwierig, ja, Jason, schwierig, schwierig. Ja, Neon geht. Jetzt ist bei Spotship nur noch zwei, Neon nur noch zwei, Qubi hat nur noch drei. Jetzt nur noch zwei. Spotship sehr knapp. Spotship zwei, Qubi nur noch zwei, Spotship einen. Oh, beim Chasen tut sich gar nichts, gell? Bei Neon. Und, oh. Spotship, der hat, der hat die falsche Stelle gewählt. Am Ende kommt es wirklich aufs Glück drauf an, gell? Ja, natürlich. Bei Neon bewegt sich. Und Qubi, Qubi, und Neon, ein, ein Pile. Qubi ist weg. Okay, es macht sogar Neon. Stark, stark, stark. Viele Grüße von meiner Freundin. Stimmt, grüne 16 viel. Oh mein Gott. Okay, deswegen. Team Grün ist sehr, sehr groß. Im Gegensatz zu den anderen. Team Grün hat doppelt so viele Mitglieder wie alle anderen Teams. Oh je. Oh je. Mission Bausimulat, oder? 2.0. Jetzt haben Sie mich gefragt, warum fahre ich denn immer nach oben, wo alle sind? So, warte mal, Matze. Tschüss, Matze. Matze ist schon weg? Ja, ich habe ihn schon weg. Ich sehe es im Killfeed. Das war ja easy. Matze so, ah. Easy. Oh, Ansel. Ansel. Ich wollte dich nicht runterhauen. Oh, du bist ehrenhaft. Das musst du wissen. Das solltest du wissen. Weg jetzt. Tschüss, Alex. Ah. Dann kommt natürlich das FD. Das FD kommt wieder. Aber komm, Anubis. Dann hauen wir auch Ansel runter. Stepper, das ist die grüne Plage da. Wie die Algen. Die grüne Plage. Norgi. Oh, stark. Stark, Anubis. Stark. Na ja, hilfreich. Geschesse, wieder. Die grüne Plage. Oh, Anubis. Ciao, ciao. Anna ist wieder stark unterwegs. So, was haben wir denn noch hier? Creme de la Creme. Also dem Algorithmus müssen wir nochmal, glaube ich, beibringen, wie man eine Zahl teilt. Warum? Na ja, wir sind wie viel? Ich glaube 47 Spieler und das hat so durch sechs Teams so aufgeteilt, dass Team grün irgendwie 20 Spieler hat und der Rest nur fünf. Ja. Das ist halt echt, das ist halt echt Fakt. Es ist halt wirklich so. Wenn ich den Tab anschaue, das ist echt nicht normal. Heute ist lange Verzögerung, meinst du? Echtes Verzögerung? Ach, du hast es umgestellt? Sehr gute Verbindung. Die Stream-Latenz. Chat ist bei mir Verzögerung. Schreibt doch mal eins in den Chat, wenn Verzögerung ist. Da ist Stream-Einstellungen. Na, niedriger Latenz. Dann liegt es an... YouTube oder whatever. Okay, die Ariel schreibt zwei. Ich habe auch eine Verzögerung. Okay. Ja, passt. Haltet mal kurz eure Handys bereit oder eure Ding. Wir machen mal kurz einen Test. Schreibt es jetzt mal bitte, sobald ihr das jetzt hört, einmal eins in den Chat. Bei mir. Eins. Okay, acht Sekunden. Die reagieren sehr schnell. Bei mir hat der Z nicht geladen. Also es war jetzt so sieben, acht Sekunden. Das ist schnell eigentlich. Also sie haben schon eins geschrieben, bevor du drüben warst. Na, dann passt es doch. Also es war ziemlich gleich. Na, passt die Verzögerung. Bin ich noch gut. Ich habe nur eine Sekunde Verzögerung. Gras. Das ist schon heftig bei Twitch. Das ist schon heftig. Ja, da müsste ich bei mir, glaube ich, auf sehr niedrige Latenz gehen. Aber da kann ich dann nur mehr in, ich glaube, 30 FPS, 720p streamen oder so. Ja. Dann ist das... Dann kann ich quasi Realtime streamen. Also wirklich, wenn ich klatsche, dann kommt das ein paar... Millisekunden später an. Das rendiert sich nicht. Aber dafür ist halt die Quali dann... Dann kann ich nichts mehr machen. Ja, nee. Deswegen ist es mir so, glaube ich, lieber. So ist es optimal, weil so fünf, sechs, sieben, acht Sekunden passt. Luis Brandner. 63, 93. Der Brandner Luis. Guter Haberer. Der Brandner Luis. Der Ludwig. Guter Haberer. Danke für zwei Euro. Danke. Ey, Ludwig. Bringt gut. Dankeschön. Dankeschön. So, wir machen jetzt einmal... Wir hauen einmal auf die Like-Posaune. Und wir mal draufhauen. Alter. Alter, ich werde schon wieder... Chat DM'd. Das ist mir noch... Ich werde schon wieder Chat DM'd. Jetzt kommt... Jetzt kommt Cubed. Jetzt kommt Cubed. Danke dafür. Jetzt kommt Cubed. Oh nein, habe ich verpasst. Oder face to face. Was kommt jetzt? Was wird's werden? Hey, mein Freund, das ist wieder ein Band. Was wird's werden? Ja, ihr könnt einmal die Los drum... Ach ja, ich habe noch ein Giffen, weil das darf ich nicht verpassen. Ja, jetzt kannst du den Mietendrehnamen irgendwo machen. Ach ja, ich weiß, ja, ich weiß doch. Wie lange kannst denn du heute? Ja, schon ein bisschen kann ich heute ein bisschen länger. Na, geh, komm, schleicht dich. Gar ein Game, oder was? Komm. Na, geh, komm, geh. Aber nur mit 50 Leute, komm. Na, geh. Sind ja bloß 50 Leute. Sind ja bloß 50 Leute. Na, geh, das ist ein Schmoren. Na, freilich, ich habe schon einen First Kill. Na, geh, die Waffen ist ja schon mal wieder... Das... Na. Na, komm. Tust mir das wirklich an. Na, freilich. Ich weiß, das sind ja bloß 30 Leute. Was tust denn an die Waffen? Ich habe schon wieder eine Schrote. Alter, ich kriege dich nicht weg. Ich habe schon wieder eine Schrote. Ich bin nicht gleich. Der Wehrwax und ich, wir sind halt vorhin dabei, gell? Eindlich. Wehrwax und ich. 1-2-7-Gang, was ist los mit dir? Du wurdest gerade von Isar weggepumpt. Alter, ich habe da schon wieder irgendein MG. Alter, der Stahl hat gerade kassiert. Na, ich habe eine Bump Gun. Das ist nicht cool. Kotzkatze. Nein, lass mich nur da hinten. Ich muss die Kotzkatze holen. Ah, wer schießt? Wer schießt mit da an? Hallo. Ach, die Primzahl. Die Primzahl. Geh kum. Jawohl. Nein, Cody. Woher war denn der jetzt? Ist ja schmoren. Warte mal, wer ist. Oh mein Gott, Thomas, dein scheiß Spawn-Dingsbums-Schutz hat dir das Leben gerettet. Mit 64 Light macht es aber auch Spaß auf der Map. Ja, ich habe ja richtige Map-Asset hat. Wo bist du? Wer wuchs? Scheiße. Open. Wie der Olaf, der rennt da so deppert herum. Hallo, wer wuchs. Grüße aus dem Scope. Aus dem Scope. Scheiße. Wer da. Hallo, wer wuchs. Grüße aus Kimmel und Korn. Oh nein, ich war echt. Nein, Spotschieb. Spotschieb. Bitte lassen Sie mich. Stahl, darf ich dich wegsprengen? Freiwillig. Freile, der wurde entbahnt. Du darfst alles machen mit ihm. Alter, sei noch nicht aus Stahl. Sei noch nicht aus Stahl. Und mein AIM, Alter. Wie kriegt man denn den Granatwerfer weg? Ja, einfach draufschießen. Da habe ich wieder ein Schrot. Alter, der eine mit der Pistole, der war stark. Alter. Vodell. Oha. Oha. Oha, Antl. Junge. Oha. Krampfen. Oha, war der gut. Oha, war der gut. Sag mal, du hast doch einen Eintopf gekriegt mit Chili, oder was? Alter. Ey, Spotschieb, ich habe eine Pistole. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Alter, ich weiß nicht, was ich heute habe. Was ist denn das für ein Scheißwaffen? Wo bist du gerade? Sag mal. Ja, da irgendwo bei suchter Erdbeerfelder. Nein, nein, bei welcher Nummer du bist, man? Also 13. 13, die Unglückszahme. Hast du nur die scheiß Pistolen weggekriegt, Mann? Ich habe gerade einen Scheißpistolen. Schon wieder eine. Kurze neuen Schauer 17. Der Werbox hat schon wieder 7. So, weg damit. Alter. Oha. Oha. Jetzt kriegst schon wieder ein Shotgun. Alter, du kriegst so viel Shotgun. Bist du in einen Shotgun? András, da mal die Shotguns löschen. Alle miteinander. Nein, bitte diese doppelte Marksman-Schrauter. Die ist... Nein, die kannst du... Die kannst du gleich anfühlen. Braucht keiner. So. Ich renne am Feld umeinander, als wäre die Welt alleine. Warte, der Werbox ist gleich fertig. Der kommt gleich. Nein, so ist er. Gibst mir ein paar Kartoffeln, dann pflanze ich euch hier an. Lasst sie nicht euch schlagen. Geh Scheiße. Da hat sich jemand schlagen gelaufen. Wir hatten jetzt schon wieder eine Schelle kassiert. Oha, Alter, ich bin sogar Zweiter. Alter, ich war gut. Schau mal, 16 Kills, 4 Deaths. Ui. 4er KT. Ui, du warst echt gut. Ich war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich hab einmal aufgeräumt. War gut, gell? Ja, mit 64 ist aber lustig. Das macht Spaß. Ja, macht Spaß. Na gut. Na, ich muss sagen, ich bin stolz, weil der Werbox hat mich kein einziges Mal geholt und ich hab ihn zweimal weggeschossen. Alle, alle, alle. Ja, da war ich schon gut drauf. Dann würde ich sagen, dann gehen wir es mal an, oder? Sind wir soweit. Haha. Ja. Schau dir die Leute an. Schau dir die Leute an, die Haffer. Alter, ich geh jetzt jeden Einzelnen, schmeiß ich runter. Wo ist der Matze? Schau dir die Hafferleiter. Matze, du weißt nicht, was man mit dem FD macht bei Face2Face, gell? Oh, die Scheiße. Man haut es grundsätzlich einfach runter. Also, ob es da mit 64 Leuten einen Gewinner gibt, weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Ich probier's mal zivilisiert spielen. Ich probier's mal. Du probierst das? Ich probier's mal. Zivilisiert spielen. Ja. Okay, und da haben wir schon. Box hat. Ja, ich wollte dich erwischen, aber ich würde auch. Der erste Versuch, zivilisiert zu spielen, war definitiv... War ein Fehler, he? Ja, war definitiv ein Fehler. Tschüss, Alex. Ja, tschüss. Servus, aber deri. Sorry, ich wurde geschubst. Das stimmt nicht. Ich wurde geschubst. Ja, Anubis schon wieder, Alter. Tschüss, Anubis. Alter, Pinky. Mach mich nicht. Mach mich nicht zu Gulasch. Oh mein Gott. Da kommt doch mein Pinky. Alter, mach mich zu Gulasch. Hat er dich erwischt? Bist du durchgekommen? Ja, der Pinky. Zu Gulasch. Der Pinky. Der Pinky. Geh. Alter, die Primzahl. Jetzt mich rein, jetzt mich rein. Ich hab's einmal geschafft. Die Primzahl hat mit so einer natürlichen Zahl gemacht. Ich weiß nicht. Also, warte mal, den Intellekt wieder runterschrauben. Warte mal. Was, den Intellekt? Ich hab grad gesagt, die Primzahl macht mit so einer natürlichen Zahl. Ich hab gesagt, jetzt muss ich den Intellekt rutschrauben. Ja, das geht go on. Oh, ich spring über alles Träume. Alter, ich bin ein Überflieger. Ja, ja, dein Überflieger. Ah, geht Thomas. Da ist schon jemand rumgekommen. Wer ist denn das? Guck mal, links oben. Ah, ich bin vorhin wieder runtergefallen. Ach, das ist der Alexander. Ich war erster, Mann. Ich wollte es nicht sagen, aber nein. Das ist eh schon lustig. Moin Luis. Alter. Der hat ja die Hundepande. Das gibt's ja nicht. Boom. Stil. Also mit 50 Leuten ist das echt ein Krampf. Da tats' ja schon ein wenig weh, oder? Das tats' ja ein wenig weh. Alter, da kommt einer mit dem Truck los, min Ruhe. Ah, ja, ja, Kindsfahr übrigens, gell, bei YouTube und bei Twitch die automatischen Untertitel. Scheiße. Ah. Kindsau machen. Können sie auch gern für mehr abonnieren. Für Hochdeutsch bitte ein Abo dalassen. Ah. Leute. Ich kann Hochdeutsch mehr. Ah. Weiter. Franz, du machst da heute keine Freund mit mir. Use of a nation, here we are. Da mag ich das Gitarren-Restum. Ja. Richtig geil. Alter, aber das Lied, der Text, das ist wild. Ja. Du, ich glaub, der Pinke hat's auch noch nicht irgendwie geschafft. Alter, komm, fahrt's jetzt einfach einmal auf der Reihe ihrer Seiten. Das gibt's ja nicht. Der Pinke hat dich gemacht. Fahrt's einfach einmal normal, bitte. Bitte einfach jeder recht weiter. Wer darf denn da schon wieder antworten? Ah. Einfach, ihr müsst's nicht auf die Aussteuerung machen, gell? Alter. Ihr könnt ganz normale Steuerung laufen. Ich kann nicht einmal nett sein, weil sie mir alle hinten rein duschen. Alter. Jetzt, geh weg. Okay, ich hab schon wieder einen neuen Freund, den jetzt fokussen geht. Das ist und zwar der Anubis. Ja, der Anubis. Das wird mein neuer Freund. Okay, es tut mir leid, aber ich mach unbedingt da rein. Ich mach da irgendwie reinflängen. Der Anubis. Bitte, erlaubt mir rein, vorn. Jetzt nicht. Ey, der Fokus ist real, oder? Der kriegt jetzt sein Fett weg da vorne. Ja, fratsche freiwillig. Alter, der Fokus ist so real. Bist du noch immer dritter oder erster oder was auch? Nein, 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 nein. Erst, erst, ich, der dreimal gefokust wurde auf einer Strecke. Da. Ihr lasst es mich doch. Ich wär da herumballt, wie... Wenn ich die Taxi da unterschieben kann. Andreas, ich mach da durch. Geh scheißen. Ich hab keine Zeit. Ich komm nicht weiter. Jungs. Wir sind dann neben mir der Stil. Tschüss. Jungs. Ich muss einmal auf den Ersten gehen. Jungs. Jungs. Alter, ihr könnt's doch gar nicht. Ihr könnt's doch nicht mal Klopapier richtig aufhängen, oder? Ihr hängt's doch mit der Rollenabhaltung nach hinten auf, oder? Das sind doch alles vollkaufen. Die fahren da einfach durch. Jetzt fahrt's einmal gescheit. Gibt's ja nicht. Servus Solaris. Hast nichts verpasst. Ich bin fest und fest. Es ist richtig leid. Das ist für den Arsch. Ich komm, jetzt fahrt's einmal gescheit. Das gibt's ja nicht. Aber Robo, für den Arsch. Wir haben Klopapier mit Waschbären drauf. Also, falls interessiert. War keine Wichtel. Klopapier mit Waschbären. So, lasst's mir jetzt einmal durch. Ich bin jetzt kurz vorm Ziel. Bist du das, hast du es wieder nie geschafft, hä? Haben sie dich schon wieder nicht einhundert? Da steht so ein Kropfen mit irgendeinem... Mit so einem Ruse-Welt. Alter, direkt in den Rückwärtsgang ein. Genau dann, wenn ich vorbeifahren will. Und er ist auch noch so stark, dass... Ah, ich bin im Ghost-Mode. So, jetzt kommt, jetzt kommt der Baba. So, jetzt, jetzt komm ich. Alter, ich bin jetzt im Ghost-Mode schlecht. Okay, der Wehrwuchs verlässt sein Auto kurz. Was war denn das jetzt? So, ich bin selbst im Ghost-Mode. Bin jetzt schlecht für alles. Komm, bitte. Bitte. Safety Car-Runde. Nein, das bringt nichts. Ich bin wieder kurz vorm Ziel. Oh mein Gott, ich bin reingekommen. Ich hab's einmal wieder geschafft. Ah, und fahr gleich wieder unten. Schwierig sag ich dir, schwierig. Alter, könnt ihr euch einmal einfach zusammenreißen und nicht hinten einfahren? Danke. Bitte. Alter. Aber wir schaffen das Tuko wieder ganz nach vorne. Ich hab einen Monster-Truck. Wir haben doch alle die Scheiße. Wir haben doch alle die Scheiße am Dampfen. Ja, Glück einfach. Wer schiebt denn da von hinten an? Alter, Bom, es kannst du auf deiner Seite... Es hat gerade so gut funktioniert. Kann alle die hinten anschieben. Es hat gerade so gut... Ihr bekommt... Ihr bekommt nichts zu Weihnachten. Dieses Jahr. Ich hab in den Urlaub. Ey, links. Hast recht. Die Weihnachtsgeschenke vom letzten Jahr werden euch wegnommen. Nicht bloß dich. Bitte. Alter. Alle, die mich fokussen müssen jetzt bei 25 Euro spenden. Spenden. Vielleicht... Vielleicht, wenn man ans Geld geht. Vielleicht hört ihr dann einmal. Nein. Ich möchte mal ans Geld gehen, ja. Sie werden einfach nur schlimm und zahlen dann nichts. Sie werden schlimmer und zahlen 500 im Voraus, oder was? Nein, zahlen einfach gar nichts. Unglaublich. Unglaublich. Die Leute verheizt. Die Jugend verheizt, sag ich dir. Die Jugend verheizt. Jetzt, ich hab einen Monster Truck, ich kann auch nicht 500 kmh von jetzt los. Ihr könnt da wohlweise fünf gestimmt, zappt beim anderen doch los. Oder... Für, wenn ihr mich fokust, gell? Das wäre mir auch in Ordnung. Aber ab doch, ihr habt damit! Ich hab den Command deaktiviert. Welchen Command hab ich deaktiviert? Oida! Also Monster Truck vorne ist echt beschießen, weißt du das. Vor allem auf der Map mit Züchterleit. Der Support Command, der kam doch. Hey, du hast doch jetzt rein... Du hast doch den Lieber eingeschickt damit. Ach, na geh... Einfach wird. Äh, du, ich schau mittlerweile auch gar nicht mehr auf die Straße, gell? War eh wurscht. Ich drück bloß noch W und F. W und F, das ist der Weg, du gehst. Gibt's ja so. Na, ich probier's grad eigentlich. Ich hab nur die Hoffnung. Erst können sie euch einmal... Das gibt's ja nicht. Ja, ihr seht keinen? Hä? Hallo. Wollen wir. Herr Felix, was... Was... Was ist mit dir? Hä, jetzt kommst du schon wieder... Lass mich doch in Ruhe. Geh weg. Danke, Amboss. Seht ihr den Link von Tippi? Oh oh. Danke, I see you later für die zwei Bits. Komm, lass, gönn, gönn. Oh oh oh. Komm, gönn's doch. Wir können nicht durchgreifen, weil es geht uns ja nicht anders. Geh. Und bei 60 Leuten bei Face to Face, da muss man einfach damit rechnen. Geil. Dass man angeschoben wird. Was, was machst du? Das ist halt leider so. Ach, guten Kartoffelserat. Geil. Ihr seht den Tippi-Link nicht. Misha, das sind fünf Euro von meinem kleinen Bruder. Er würde sich freuen, wenn du ihn grüßen kannst. Ja, äh, äh, okay. Lieber Misha und dein Bruder. Oder heißt dein Bruder Misha? Liebe Grüße an dich, Misha. Oder an Bruder von Misha. Wenn, falls dein Bruder Misha ist, dann liebe Grüße an Misha. Wenn nicht, kannst du den Namen auch gerne noch so in den Chat reinschreiben. Brauchst nicht unbedingt da jetzt Geld dafür spenden. Aber Dankeschön. Einfach der Beton-Misha. Wie cool. Alter. Am besten ist immer noch, über die Leute drüber fliegen. Das ist tatsächlich cool, wenn wir auch dort was fliegen. Ja, auch das Lenker, oder? Wir fahren da schon wieder mit einem Bus. Du kommst aber auch öfters eigentlich rüber. Hin und her. Ich bin bei drei von zwölf. Das täuscht. Das täuscht einfach. Ich bin einfach nur bei drei von zwölf. Tschüss, Andreas. Schon wieder eingesch... Also, mich nervt ja nicht einmal das von vorn, sondern das die ganze Zeit von hinten anschieben. Wie blöd. Das war aber ich. Wollte ganz ehrlich sagen. Also. Ich hab dich gesehen und hab gedacht, ich muss. Ich hab gedacht, wir sind Freunde, die Runde. Ach so, ja, okay. Können wir auch machen. Ich hab dir die Runde noch nix getan. Ich wollt's nämlich wirklich einmal gescheit probieren, aber das... Schon langsam verliere ich die Hoffnung. Oh mein Gott. Oh, Alter. Ich krieg gleich... Ich krieg gleich die Frauzen. Mein Bruder heißt Paul. Ach, liebe Grüße an Paul. So. Paule! Ganz liebe Grüße. Ey, Leute, aber der Bot funktioniert bei mir. Ich seh, dass der Kanal reingespampt wird. Der Link. Wenn wir normal fahren, danke. Lasst's mir jetzt einmal durch. Ich bin die Feuerwehr. Hey, jetzt schubst du nicht die Feuerwehr runter, wie ich bin. Ich muss da durch, Alter. Ich muss Schlauch verlegen und Wasser löschen. Äh, Feuer löschen. Wasser löschen, Mauer. Mit Wasser löschen. Läts denn jetzt mit Feuer Wasser löschen. Alter, ich kauf dir gern Löschzwerg. Ja, bitte. Ein Löschwichtel. Scheiße. Stimmt, machen wir Getränkemarke auf Löschwichtel. Jo, wir haben immer Platz. Klassik Niko. Heute haben wir verdammt viel Platz. Alter, ich gründe eine Getränkemarke Löschwichtel. Wieso seht ihr denn den Link? Wenn ich im Serverjournal verstehe, ich hab keine Permissions. Ich weiß nicht, der Server ist frei für jeden. Der Server ist frei für jeden, außer du wurdest von Megas Games gebannt. Ja, genau. Dann hast du keine Permissions. Er schreibt, aber er hat noch nie gespielt. Vielleicht hast du irgendwelche Mods drauf oder so. Aber für Megas muss man clean GTA spielen. Richtig. Da musst du quasi so einen Test machen. Aber keine Permissions heißt, du hast kein Recht. Und der Server hat keine Join-Rechte. Wie gesagt, bis auf das, dass er halt checkt, dass du die Modder des GTA spielst. Du musst quasi 5M im Plane-Modus spielen. Grafik-Mods geben. Aber alles, was das Standard-GTA modifiziert ist, ist für den Arsch. Alter. Feuer XP, das heißt Megas Games. Also D, äh, MG, nicht DG. Ich mach das jetzt aber auch so wie du. W und einfach nur W drücken. W und F, gell? W und F. F? Matthew Green, willst du... Willst du mich ärgern? Wer denn? Wer denn? Wer ärgert dich? Ich will mich ärgern. Matthew Green, jetzt schon zum dritten Mal hintereinander. Willst du mich ärgern? Matthieu. Alter. Warst du das? Ja. Aber schau mal, wie... Schau mal, sieben Leute hinten vorn in mich rein. Alter, als ob ich da nicht wär. Seid's doch all. Ich lieg am Dach, wer ist Schildkröten? Wer ist Schildkröten? Wir sind einfach alle deppert. Alle zusammen sind's deppert. Unglaublich, ey. Ich hab gedacht, wir sind eine Community, Leute. Ich hab gedacht, wir sind alles freundlich. Bis jetzt hat mich noch keiner andacht. Schauen wir mal, wie das bleibt. Okay, da vorne ist... Der Tiger, das geht's. Ja, gut. Nein, noch. Ich bin eigentlich ein Polizeiauto, da hat man Respekt. Also in der GTA-Community ist, glaube ich, die Polizei das, was am wenigsten respektiert wird. Das ist ein schlechtes Oma. Ey, Werbox, ich muss dich anschieben, ich muss ins Ziel. Aber ich hab dich ja quasi mit reingeschoben. Was machen, nachdem ich draufgejoint bin? Weiter. Dann klickst du auf M, Join Party, mit dem Code A30 NC8. Und dann kommst du ja quasi in unsere Lobby. Das bringt doch nichts mit den Wabblern. Das ist doch... Ich wurde zerstört. Ich wurde einfach zerstört. Ach, der Harttool einfach am großen Ramp-Buggy. Einfach ein Ramp-Buggy. Erst könnt's jetzt einmal... Was ist mit euch? Jetzt... Ah... Pommes, was sollt ihr müh? Oi. Jetzt bin ich wieder im Ghost. Jetzt bin ich geghostet. Esst ihr eure Pommes mit Ketchup oder Mayo? Äh, Klassik-Niko. Guck mal in die angepinnte Message. Ich würde sagen, Alex mit beidem. Aber gute Frage, Chat. Ihr seid Pommes mit Ketchup oder mit Mayo? Okay, mit beidem, sagst du. Ähm, ich bin einer, der Pommes... Also ohne Soße ist. Ohne Soße. Mhm. Aber für mich... Pommes ist Süssauer-Soße oder Curry-Soße irgendwie. Okay. Süssauer hab ich gerne mit Nuggets. Da brauch ich tatsächlich eine. Aber Pommes eigentlich immer blank. Blank und viel Salz. Mhm. Also die klassischen Mackie-Pommes. Hier lese ich beides. Gemisch schreibt Marco. Der Hupfter schreibt Ketchup. Der Italiener schreibt ohne. Äh, Feuerexp ist auch Süssauer-Mensch. 1,7 mag die Mayo sehr gerne. Ähm, Pepe, beides. Dir Kempel Pommes mit Tzatziki. Grüße an dich und deine griechischen Freunde. Ähm, Fini Süssauer. 1,7 Jan. Beides stark, 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 stark. Ist Andreas noch da? Ich bin noch voll da. Gut, 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 gut. Ja, war nett, oder? Das war die größte Scheiße ever. Ja? Ja. Gut. Dann, äh, machen wir das gleich, machen wir so ähnliches gleich nochmal. Und zwar nehmen wir alle das hier. Und dann schauen wir mal, weshalb es geht. Am liebsten esse ich die Pommes aus deinem Mund. Ja. Oh mein Gott. Okay. Also wenn es nicht von Vivi kommt, dann finde ich es echt gut. Es kommt von Vivi. Okay, dann passt es doch. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Kann man noch joinen oder ist es voll? Marco, komm rein. Wir haben eine 64er Lobby. Ist nie voll. Wie viel haben wir denn gerade? Wir sind gerade bei 52. Kommt, wir haben noch Platz. Juhupt. Juhupt. Juhupt mit 52 Leuten. Grüß Sie, Bada. Grüß Sie. Pommes mit Senf. Geben das Seine. Meins wär's nicht. Hä? Schon ein Rennen mit einem Manuell-Schalten ausprobiert. Oh mein Gott. Geht das? Ich hab gerade eine DM vom Admin bekommen. Ich glaub schon. Sollen wir ein Rennen mit einem Manuell-Schalten machen? Die Frage ist, ich würde nur gerne vorher wissen, wie man schaltet. Wie schaltet? Wahrscheinlich mit einem Numbad oder so. Ja, ist ein Neuschreif-Amgros. Entweder man kriegt ein Tutorial oder man weiß. Aber ich setze mal ein Numbad. Dann werden wir das mal ausprobieren. Anubis, das tut mir gar nicht leid. Aber jetzt erst mal auf Cube konzentrieren, Leute. Jetzt konzentrieren wir uns immer auf Cube. So viele Leute überlebt mein PC nicht. Ich bin auch verblüfft, wie mein PC mit den FPS-Zahlen das hingekommt. Ja, ich bin da auch. Das ist wie 32, Leute. Ich merke da gar keinen Unterschied. Ja. Schon cool irgendwie. Schon cool, finde ich. Curry-Ketchup. Hast du eine gute Idee gehabt, Andreas? Oh, Curry-Ketchup ist auch... Ist auch lecker zu bauen. Kennst du diesen Gewürz-Kerty-Ketchup von Hella? Schatz, wo wir letztens selber Currywurst gemacht haben, war das der von Hella? Das war von irgendeiner Marke, aber ich weiß nicht mehr, welcher. Könnte sein. Den finde ich mega lecker. Wir haben nämlich selber Currywurst gemacht und das war ziemlich geil. Oh, geil. Ich glaube, da haben wir irgendeine Marke gehabt. Ich weiß nicht, ob es Hella war. Okay. Wir haben Vivi nämlich gekauft und das war ziemlich gut. Ja, okay. Vivi, was war das für ein Statement? Und bedenke, ich kann Andreas' Chat gerade nicht lesen. Oh nein, sie würde es mir schon reinschreiben. Ja, hoffe ich doch. Ich glaube, sie schaut gerade, ob es der von Hella ist. Bist du noch dabei, oder? Ich bin voll da. Ich bin da gerade neben mir. Ja, ja. Ich bin da noch da. Ich habe den Pasquale rausgehauen. Und würde dich gerne mal ein bisschen näher betrachten. Nein, mich haust du nicht raus. Nee, tatsächlich nicht. Du Sauhund. Ich fahre weiter. Du Sauzehchen. Ah, von Hella. Ja, war von Hella. Von Hella? Ja, den finde ich saulecker. Das ist so eine rote, runde Flasche, ne? Ja, genau. Finde ich saulecker. Ja, sie. Vivi ist aus Deutschland, die weiß halt, was man braucht für gute Currywurst. Was würde ich? Geil. Ja. Ah, ja. Ja, sie hat noch geschaut, ob man noch was im Kühlschrank hat und dann hat sie gegoogelt. Ah, ja. Aber ja, es war Hella. Perfekt. Wie wird das safe noch? Die deutschen Geheimnisse. Ich aus Österreich habe keine Ahnung, was Hella ist. In Deutschland wahrscheinlich ist das so wie bei uns, weiß ich nicht. Weiß nicht, was bei uns so typisch ist. Ne Ahnung, Rauch oder so. Red Bull, das ist das österreichische Markenzeichen. Was unverkennbar gut ist. Geil. Oder das Seitex, komm ja. Ui. Uah. Da sind noch so viele Leute, gell? Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, da wird geschwitzt. Da wird gescheit geschwitzt, Qubi. Ah, schade, Qubi. Nein, nicht traulen. Nein, wir sind so am Leben. Nicht traulen. Nicht traulen. Die, wie viel, weiß, was gut ist. Das ist auch der Männergeschmack. Ja. Wie geht's eigentlich dickes? Dickes. Dickes geht's gut. Letztens kam Vivi so heim, ne? Ah, da ist es dicker. Und dann schaut sie es so an und sagt, boah, bist du fett geworden. Sagst du, Hund? Ja. Dann haben wir so Bilder angeschaut von vor eineinhalb Jahren. Es ist wirklich dicker geworden. Aber meine Mutter verwöhnte einen Hund halt. Ja, wächst und gedeiht, sag ich dir. Wächst und gedeiht. Wächst und gedeiht, ja. Jetzt ist es genug. Jetzt ist es auf Diät. Jetzt ist es auf Diät. Und ich gleich mit, wahrscheinlich. Ja, ich hab da Currywurst gehört. Oder Jägerschnitzel. Ja, Jägerschnitzel war heute. Ja. Deswegen sag ich ja. Wahrscheinlich ich bald mit. Ja, was ist Alexander? Ja, Stream Elements ist mein bester Freund. Oh, schaff ich das noch? Oh Gott sei Dank, hast du mir jetzt angeschaut. Uiuiuiuiui. Du bist wie gnädig ich bin. Aber ich bin vorbeigefahren. Ich wollte dich. Ich wollte dich. Was wolltest du mir jetzt haben, du Krapfen? Oh, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Kriegst du das aus davon, du Krapfen? Oh, ich komm gleich wieder. Ich muss was da hinten holen. Kriegst du das aus wieder davon, du Krapfen? Mann. Du Saubeidl. Bestes Ketchup, auch geil. Die Süßsauersauce von Hela. Ich find die von, von Felix. Die, was bei Maccas ist. Die find ich geil, die Süßsauersauce. Und Curry haben wir, haben wir eine von dieser. Sehr geil. Schatz, von welcher Marke ist schon die Currysoße? Das ist auch die von Maccas. Die Maccassoßen sind actually echt cool. Auch sehr, sehr nice. Das sind noch so viele Rote. Alter. Spot Chip. Stark, stark, stark. Ein Roter muss noch gehen. Die Valley. Die Valley. Die ist geil. Currysoße von Die Valley. Oder Devely. Oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Irgendwas halt. Kennst du die? Kennt die jemand? Eins in den Chat, wenn sie Currysoße von Die Valley kennen. Die Valley. Ah, ja. Ah, ist auch... Okay. Eins in den Chat. Okay, aber die von Felix schmeckt gleich. Das ist sauer. Oder so ist es schon nicht. Ah. Okay. Weil die Valley, das sind die in Mac... Aber was haut es nicht darunter? Der eigene. Ah, okay. Ich habe nämlich gedacht, dass von Felix diese Sauersauce ist bei Maccas. Weil die schmeckt gleich. Ich weiß, ja, ja. Krass. Aber die schmeckt gleich von Felix. Also das... Die schaut gleich aus. Echt? Genau. Mich kannst du damit begeistern. Oh. Habe ich schon wieder was verpasst? Es ist schon wieder losgegangen, du Heißel. Ach, scheiße. Ich bin vom eigenen rausgeschmissen. Ach, Mann. Ich habe verpasst. Ja, ich habe noch was klären müssen. Zwecks Abendbrot und so. Ach, Mann. Der Basko ist auch geil. Ja, der Basko ist lecker. Bei Bommes muss ich es nicht haben, aber sonst finde ich es lecker. Borchester-Sauce ist auch was Nicers. Die ist auch nice. Die heisst Worcestersauce übrigens. Genau, das hast du mir schon gesagt. Ähm. Und die Valley. Was? Äh, ist die Vivi gerade im Hintergrund? Ja, ist sie. Ja, Vivi bist böse. Vivi, du bist böse. So. Ähm. Aber weißt du was ich letztens mal gemacht habe auf einer Pizza? Du bist selber böse. Ja, da hast du es nicht. Ich habe nichts getan. Also wir essen heute Gurken-Kartoffelsalat mit Zwiebeln. Also was Gesunders. Okay, geil. Ähm. Ich habe mich betteln müssen, weil mein Antrag war, ich hätte gern Currywurst. Hahaha. Dann kam ein komischer Blick. Und ja, ich glaube, ich kriege irgendwie irgendwas mit Wurst. Äh. Semmel mit Wurst oder so. Semmel mit Wurst. Ja. A Wurst Semmel. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, Wasabi. Wasabi auf Pizza. Wasabi auf einer Pizza? Ja. Ich habe, also es hat so angefangen. Ähm, ich habe eine Pizza Cup bestellt. Die andere Hälfte hatte Sushi. Und zu Sushi gibt es ja immer Sojasauce, Wasabi und dieses Kraut da oder was das ist. Gell? Und dann war halt das Wasabi übrig. Also das hätte ich, dann habe ich mir gedacht, na komm, ich will wegschmeißen, will ich es auch nicht. Ich habe die Wasabi-Tüte aufgemacht und dann sind wir mal wieder auf die Pizza drauf und habe es runtergebissen. Das war richtig lecker. Auf was für Pizza? Äh, Schinkenpizza. Okay, okay, Wurst-Utter. Okay. Ja, war richtig lecker. Das war ohne Mist. War echt gut. Also muss man mögen, dazu muss man sagen, man muss halt Wasabi, den Geschmack muss man mögen. Also das war, Wasabi ist ja eigentlich sowas wie Creme, oder? Ja, genau, wie, genau. Oh Gott, Creme Fleisch, ich kann auch mal wieder machen. Ja, genau, es ist wie Creme. Okay. Ja, ich muss ehrlich sagen, das war halt jetzt eine Kombi, die mir nicht, ähm, das war halt jetzt nicht die erste Wahl, die Kombi. Genau, man macht es halt auch nicht. Also ich würde nie bestellen im Restaurant, ja, ich hätte gerne eine Prosciutto, aber bitte bringen wir uns eine Schüssel Wasabi mit. Das würde ich halt auch nicht machen. Aber war besser als gedacht. Wasabi ist lecker, aber doch nicht mit italienischer Küche. Sorry, Italiener. Ich lieb's, wenn wir über Essen reden. Ich krieg halt so Hunger immer. Da merkst du immer so, da wird dann auch irgendwie so im Chat oder so im Stream, die Zuschauer schafft dann weniger, weil sie alle dann in die Küche wandern oder sie einfach keinen Bock haben, uns übers Essen zum Faseln her. Ja, ja, dann wird einfach alles wegschalten und dann kommt's wieder, ich bin wieder da, hab da aufgehört, mit Essen zu reden. Ja, 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 ja. Barbecue-Soße auf Pizza ist richtig geil. Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Das ist auch, da gibt's beim Vapiano gibt's ja Barbecue-Pizza, so mit gegrillten Händelstreifen, Barbecue-Soßen zum Zwiebeln. Oh, ich hab einen Vapiano in der Nähe. Mehrere. Oh, geil. Achso, jetzt, na, der im Shopping-Center hat jetzt wieder Zug gemacht, warum auch immer. Aber in der Stadt haben wir einen. Aber ihr habt halt einen, ich hab keinen. Ja, auf jeden Fall, die Pizza dort ist sehr lecker. Ja, und die gibt's beim, wie heißt's denn, da gibt's bei unserer Lokal in Graz, äh, Losteria. Ach, die Losteria, mega lecker. Ja, Losteria und da gibt's auch die Barbecue-Pizza. Da ist, die ist zum Empfehlen. Sehr, sehr schmackhaft. Glaube ich dir? Moment, dazwischen. Aber ich muss halt sagen, ich esse Pizza echt verdammt gerne. Pizza ist mein Leibgericht. Und, was ich halt wirklich jetzt vermisse, weil ich schon lange nicht mehr in Italien war, so richtige italienische Pizza. So, Sandro Pacella-Pizza halt, wo du halt weißt, okay, der Teig mit Liebe gemacht von Mutti wahrscheinlich. Oh, ja, doch, das war's für missig. Mh. Würdest du eher Pizza bestellen, wenn ihr beim Italiener seid, vor Ort, oder Nudeln? Pizza, immer. Pizza, immer. Also, ich bin, ich bin Pizza durch und durch. Ja, ja. Chad, wie schaut's bei euch aus? Wenn ihr beim Italiener sitzt, eher Pizza-Karte oder eher Nudel-Karte? Die ganze Speise-Karte. Die ganze Speise-Karte? Was ist das für eine Frage? Ah, Italiener wusste ich gar nicht. Okay, hier hab ich Pizza, Nudeln, Pizza. Äh, Pizza, beides. Spaghetti-Pizza, Spaghetti-Pizza, okay, so ausgeglichen bei dir auch? Bei mir schreiben's, schreibt's bei mir auch einmal rein. Bei mir hat's einer bis jetzt Pizza reingeschrieben. Pizza, Pizza, also so ausgeglichen? Also, beim Italiener, Freundin, Nudel oder Pizza? Ah, jetzt übernimmt die, jetzt übernimmt die Pizza-Fraktion. Pizza, 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 Pizza. Bei mir ist gerade noch Pizza dominierend. Pizza bis jetzt, only. Pizza? Ja, doch, Pizza. Nudel, einer bis jetzt. Pizza, Pizza, Pizza. Pizza. Alle. Geht beides? Ja, das zählt nicht. Pizza, Pizza, Pizza. Pizza. Schnitzel. Perfekt, aber Italiener. Ja, super. Wobei, es gibt ja Piccata-Milanese, das ist ja quasi so Spaghetti-Nudeln. Oh mein Gott, weil du gerade sagst Schnitzel, es ist passiert, gell? Ich habe Lieferando bestellt. Geil. Ich bin stolz auf dich. Wir hatten echt, wir waren unterwegs den ganzen Tag und wir hatten abends keinen Bock. Wir hätten zwar was zum Essen im TK oder so, aber wir hatten keinen Bock was zu machen. Ja. Haben wir gesagt, gut, bestell ich mir. Oh, ich kriege gerade einen Kartoffel-Burkensalat. Mahlzeit. Oh, Mahlzeit. Zum Wohle. Nee, es ist wieder passiert. Und das im neuen Jahr. Kann dir nicht böse sein, weil es einfach geil ist. Ja, es war halt auch wieder Arschlecker, gell? Ich wäre echt böse, wenn Freddy rauchen würde, weil rauchen geht echt, finde ich, schrecklich. Aber bestellen oder wenn es mit Essen zu tun hat. Ich wäre nur böse, wenn du viermal am Tag bestellen würdest und dich damit killst. Ja, ja, safe. Alles, was gesundheitsschädigend ist, bin ich böser. Ja, safe, 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 safe. Aber alles, was zum Wohle ist, geil. Ja, nee, aber es geht halt auch immer um, also Geld, ich möchte halt einfach nicht Geld dafür. So, in dem war es ja ausgeben. Weißt du, was ich meine? Es ist leider wirklich schweineteuer worden. Und ja, aber das hat, das war jetzt einmalig und damit hatte ich es wieder. Ich war letztens auch so ein bisschen traurig, weil in meiner Schulzeit war ich immer bei uns in Graz, war ich immer so in einer meiner Lieblingslokale, die drei goldenen Kugeln. Das ist so österreichisches, wie du gerade geflogen bist, Wirtshaus. Ja, das ist ein scheiß Auto. Warte, ich rächte dich. Ich habe Primzahl, ich habe dich gerecht, alles. Danke, 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 danke. Auf jeden Fall. Und dort habe ich damals noch zu meiner Schulzeit Schnitzel gegessen. Und das hat damals, also das waren Riesenschnitzel, so richtig nice. An die Grazer oder an die Österreicher allgemein, ihr kennt es, drei goldene Kugeln, oder? Eins in den Chat an die Österreicher. Weiß nicht, ob das in Deutschland irgendwo... Nee, ich habe es noch nie gehört, aber erzähl mal weiter. Okay, dort hast du damals Riesenschnitzel mit Beilage und Salat. Hast du essen können, 7,90 Euro. Also, wenn ich sage Riesenschnitzel, das ist so ein Schnitzel. 7,90 Euro, das ist ja gar nichts. 7,90 Euro zu meiner Schulzeit. Weißt du, was das jetzt kostet? 17,90 Euro kostet das jetzt ohne Beilagen dort. Ich war letztens so traurig. Glaube ich dir. Weil das letzte Mal, wo ich dort war, da war es schon teurer. Aber ich kenne es halt noch so aus meiner Schulzeit. 17,90 Euro. Vor allem, du zahlst für einen Buttenschnitzel oder Hühnerschnitzel, zahlst du 3 Euro Aufpreis. Gegenüber einem Schwein. Für einen Hühnerschnitzel? Ja. Das Schwein kostet 14,90 Euro und das Huhn kostet 17,90 Euro. Okay, und Kalb? Kalb gibt es nicht. Also, das gibt es bei euch nicht? Also, bei dem Lokalen nicht. Kalbschnitzel kostet bei uns, glaube ich, so 37 Euro im Durchschnitt. Okay, krass. Also, ich war ja gerade vor... ... oder 27,30. Und da habe ich einen Kalbschnitzel, also Kalbschnitzel für 21 Euro gegessen. Ja, das ist günstig. Weil ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wo ich es auf so einer Karte gesehen habe, war bei uns, das heißt so ein lokalen Landhauskeller. Und da hat es schon vor fünf Jahren irgendwie 30 Euro gekostet oder so. Ah. Wobei, ja... Keine Ahnung. Ja. Weißt du, was traurig ist? Ähm, wollte ich dir auch noch sagen. Ich schaue jetzt die ganze Zeit schon wieder nach, ähm, Skiurlaub. Ich fahre ja verdammt gerne Ski. Okay. Dann habe ich was gefunden, ne? Und, äh, wollte da anfragen mal. Dann gucke ich erst auf der Map, wie weit ist es von mir weg? Und ich sage, gut, passt, die, die Empfehlung passt. Und dann zoome ich da so quasi ran, wo diese, ähm, äh, das Skigebiet ist. Und gucke, dass Graz nicht weit weg ist. Aha. Ihr habt so einen Lack habt ihr, dass ihr ein Skigebiet direkt ums Eck habt. Quasi. Also für Skifahrer ist das sicher geil. Boah, das ist so unfair. Ich habe dich erst mal beneidet, dass du da, äh, wohnst in dem Umkreis, in dem Land. Okay. Und dann habe ich, dann hatte ich einfach nur noch Hass. Nur Hass. Oh nein. Und du bist raus. Na, auf jeden Fall. Ich habe keinen gefunden und Repair ist auch ganz gekommen. Hm. Ja, nee, da beneide ich. Ich mag Wintersport gar nicht, deswegen interessiert mich das. Ich bin, ich bin tausend dankbar für die Landschaft, weil ich liebe Wandern gehen. Ich liebe es zu wandern. Okay. Das sind die Berge geil, aber Wintersport mag ich nicht. Echt? Oh mein Gott. Ich, ich liebe Abfahrt. Ich liebe das Ganze drumherum. Die, einfach, ach, dieses dann kurz mal auf der Hütte hocken, jause reinpfeifen und dann die Abfahrt noch machen. Oh, ich liebe das so wie, keine Ahnung was. Das ist für mich einfach frei sein. Mhm. Ja, nee. Sägewerk hat auch gute. Hm. Sägewerk ist ja bei uns das Bausatzlokal, gell? Es sind wieder Insider, keine Mini-Dance. Ich finde das, das Eckenberg auch sehr, sehr lecker. Und in Graz. So, schauen wir mal, ob es mal ein paar mehr Gegner finden und ein paar mehr Repair spawnen. Jetzt bin ich aber auch voll dabei, sag ich dir. Weißt, weißt du, was immer schön ist? Einen Kill machen, wenn jemand AFK ist. Typ Wehrbox. Ohohoho. Du hast gerade einen Wehrbox-Kill, wo er AFK war? Ja. Ja. Du bist ehrenlos, oder? Und ich bin so ehren... Olaf, die Schnecke. Wie viel Karma möchtest du haben? Ja. Ja. Hast du gerade richtig kassiert, oder was? Ich bin einfach rausgefahren. Nachdem ich Wehrbox rausgeschmissen hab, bin ich die Kurve gefahren und einfach hab sie nicht bekommen. Ja, er hat ja quasi einen Schwur beigelegt. Die Seele von Wehrbox hat mich rausgeschoben. Das ist unfassbar, ey. Und der ist nicht einmal da, dass er es mitkriegen würde. Ja, er kann sich nicht mal freuen. Oder er schaut am Klo mit dem Handy zu. Freut sich gerade. Darauf erst mal ein Schiss. Darauf erst mal ein Schiss. Ja, so richtig so. Was habe ich verpasst? Gar nichts Wehrbox. Alles gut. Ich muss am groß. One Step Closer. Geiles Lied. Da ist der Breakdown so geil. Warte am groß. Shut up! Shut up! Wenn du einen Hass hast, ist das Lied geil. Ja, safe. Geil, aber teuer. Ja, ich weiß halt nicht. Also ich würde für mein Handy noch was bekommen an Geld. Also ich habe gerade in meinem Chat mich gefragt, ob es sich lohnt, das neue Samsung-Handy zu holen. Aha. Weil ich habe, also meins ist nicht mehr so vom Akku-Leistung her das Beste. Du benutzt kein iPhone. Ich bin schon wieder älter. Ich benutze kein iPhone. Ich bin kein iPhone-Mensch. Okay, okay. Ich bin ein Samsung-Mensch. Und da habe ich halt gemeint, weil da kam jetzt das neue Samsung heraus und so, ob sich das rentiert für mich. So ein Aufpreis. Aber 1200 Euro für ein Handy finde ich halt echt krank. Weil ich habe mein Handy. Das letzte, was ich gehabt habe, war das iPhone 6. Jetzt habe ich das iPhone 12 und das habe ich gebraucht gekauft. Und das auch nur, ich hätte mein iPhone 6 heute noch, wenn nicht schon die Apps ausgelaufen wären. Es war wirklich schon so, dass ich wichtige Apps, so wie Banking und so, nicht mehr nutzen habe können. Und sonst hätte ich es heute noch. Okay. Ich habe es dann aber gebraucht geschossen von Vivis Schwester. Und das war super. Aber ich zahlt für das iPhone 12 genau 350 Euro oder so. Ich habe es ja auch immer bis zum Erbrechen genommen. Vor allem die Samsung-Elexis. Damals konnte ich mir ja noch Akku wechseln. Ich habe halt Akkus gekauft. Dann ist es mir halt mal leider in ein Kaltgetränk gefallen. Alter, so schade. Von einem Liter Größe. Und das war nicht wasserdicht. Und dann war das leider kaputt. Dann musste ich mir einen anders kaufen. Dann war es quasi kein Samsung mehr, sondern ein Sam Swim. Und die Nachfolger von Samsung. Ich meine, Akkuleistung war am Anfang ja top. Aber ich habe das jetzt, glaube ich, sechs, sieben Jahre. Und die Akkuleistung. Ich lade das Ding in der Früh, stecke es ab. Und um 13 Uhr habe ich bloß noch 15 Prozent. Und ich mache nichts damit. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe nicht mal Apps drauf. Also das ist... Schwabe. Ariel Stark. Und ich hasse es halt auch wirklich einfach, wenn... Das Handy funktioniert ja. Ein funktionierendes Handy eigentlich auszutauschen mit einem anderen Handy. Das finde ich so sinnlos einfach. Das tut weh. Hat mir beim iPhone 6 auch weh getan. Es ist so einfach sinnbefrei. Ich möchte ja den Akku wechseln. Mehr nicht. Ich bin ja zufrieden mit dem Ding. Mir hat das eh auch weh dann mit meinem iPhone 6. Weil ich bin mit dem Handy durch dick und dünn gegangen. Ja, ach, 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 ach. Ja, doch, Mann. Mit dem Handy verbindet man halt auch viel. Ja, das stimmt. Ach, ja. Dann würde ich jetzt nur noch telefonieren. SMS-Ramme hätte ich es heute noch. Aber man nutzt das Handy ja doch für mehr. Ja. Das ist es. Ach ja. Naja, ich lasse jetzt noch ein bisschen mein altes Handy. Vielleicht kommt irgendwann mein Angebot um die Ecke. Ja. Und Handy mit Vertrag würde ich nie mehr holen. Also da zahlt man erst so viel drauf, das ist ja krank. Naja, so wie ich. Ich meine, ich habe es jetzt auch nicht mehr mit dem Vertrag gekauft. Aber manchmal, so wie bei mir, ich habe einen Vertrag, wo ich sage, okay. Dann bleibe ich so oder so, dann wechsle ich so oder so die nächsten Jahre nicht. Dann finde ich, kann man es machen. Mein iPhone 6 habe ich nämlich so. Okay. Ja, errangend. Hm. Das Handy habe ich, glaube ich, damals neu 200 Euro zahlt. Und dann habe ich einen Vertrag gehabt, wo ich die nächsten fünf Jahre so einen 10 Euro Vertrag. Und dann ändere ich so oder so nicht. Okay. Hat sich dann irgendwie ausgezahlt. Ja, ah, 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 ah. Ja, ich habe auch einen ganz billigen Vertrag mit 10 Gigabyte Datenvolumen. Bei euch ist ja, wie schaut das bei euch mit Datenvolumen aus? Äh, beim Handyvertrag. Hm. Ist es so, dass ihr wirklich mehr Gigabyte bekommt für weniger Geld als in Deutschland? Sag mir mal, was du zahlst. Also ich zahle jetzt für 10 Gigabyte 12,99. Okay. Ich glaube, ich zahle bei der Telekom. Ich meine, ich habe 20 Gigabyte und zahle irgendwie 15 Euro. Okay. Meine ich. Okay, okay. Ich habe das mal gehört hier so. Österreich. Äh, ganz gute Angebote. Ja, ich glaube, bei der Telekom ist das billigste bei uns. Ich weiß nicht. Hm. Ja. Ja. Was? Ich bezahle für 15 Euro. Was? 15 GB 22 Euro. Ja, ohne Handy aber, gell? Feuer XP. Ohne Handy. Ohne Handy ist mein Vertrag. Ich bin aus Österreich. 50 GB für 17 Euro. Geil. Okay, stark. Stark. 60 GB ohne, äh, und 15 Euro ohne Handy. Äh, was hast du für ein Netz, Nico? Ich meine, es gibt so preiswerte Verträge. Da gibt es so etwas wie von Hofer zum Beispiel oder Aldi bei euch. Ja, ja, das war ja bei uns Aldi. Ja, ja, genau. Aldi Talk oder so. Na, Hot heißt es bei uns. Hat nichts Gute. Zu wenig Geld. Unlimited für 55, okay. Also bei uns teuer ist es halt Telekom und A1 und so. Aber da hast du dann halt wirklich überall. Halt Empfangen und so. Bei uns ist halt, bei uns ist halt, ähm, Telekom und Vodafone. Und das Schlimme, oder was das Schlimme ist, ähm, hier in meinem Dorf in Bayern, da habe ich super Netz mit Telekom. Ja. Fahre ich aber dann rüber zum Arbeiten nach Thüringen, äh, kaum Netz. Das ist aber traurig für die Telekom. Habe ich mit Vodafone Netz, kannst du dir das vorstellen. Mit Vodafone habe ich da Netz, bin aber hier in meinem Kaff, in meinem Wohnzimmer sitze ich da und habe kein Netz. Null Striche. Das kann man sich doch nicht ausdenken, oder? Ja, okay. Deswegen, ich habe jetzt zwei Karten drin. Ich habe eine E-SIM und eine normale SIM. Einmal habe ich mit Telekom und einmal habe ich mit Vodafone. Ach du Scheiße. Das ist doch behindert, oder? Das ist richtig dumm. Aber ich muss sagen, Deutschland ist, was Netz und so angeht, schlechter als Österreich. Also, wirklich. Ja? Ja, ja. Deutschland ist, was Netz und so Netzinfrastruktur angeht, eigentlich echt. Für das, was Deutschland ist, man muss es so sagen, echt scheiße. Also, anderen, sage ich jetzt einmal, großen Industrieländer, und ich zähle Deutschland zu einem der führenden Industrieländer, allein die ganze Auto- und Immobilindustrie und so. Was in Deutschland alles gemacht wird, ist Deutschland richtig scheiße drauf, gell? Also, weit, Jahre, Jahre, weil. Nein! Ich bleibe da hängen und komme nicht rein in den Ring. Nein! Aua, Alex! Oh mein Gott! Ich höre dir halt so gespannt zu, gell? Chill mein Leben, gell? Und denk mir... Kann sich keiner ausdenken. Ich meine, Österreich ist in der Hinsicht auch jetzt nicht wirklich ein Vorzeigebeispiel, aber besser als Deutschland. Aber ist auch kleiner. Aber Deutschland ist theoretisch... Ist heftig. Ist ganz mies. Ist ganz mies. Also, sehr, wie soll man sagen, es ist schon da, aber es ist halt sehr weit hinten in der Technologie für so ein fortschrittliches Land, wie sie sich immer selber nennen. Ja, äh, 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 ja. Wie sie sich nennen, hast du recht, ja. Wenn ich immer denke, in Asien oder in Amerika oder so, da kriegst, da hast, heute ist der Industriestandard jeder Haushalt eine Gigabit-Leitung rein. Man nehme Google Fiber und die ganze Kacke. Das ist dort der Standard, sag ich einmal. Und da ist... Und in Deutschland bist du froh, wenn du knapp einmal über 100 Mbit kommst, wenn du überhaupt ein Internet heimkriegst. Wie viele schreiben da immer in den Chat rein? Ja, ich krieg maximal 10 Mbit rein bei mir. Die wohnen aber 20 Kilometer außerhalb von einer Großstadt teilweise. Ja, äh, äh, äh. So, wie bestell ich es jetzt ein? Ich hab grad gedacht, wie bestell ich das jetzt ein? Wie bestell ich jetzt? Ach so, nein! Was bestell ich jetzt? Ich kann mich noch zu... Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo du immer im Stream warst und so. Und dann im Stream noch so, ja, was bestell ich denn jetzt? Ach so, ja, oh Gott, waren schlimme Zeiten. Jeden Stream was bestellt. Vehicle Damage? H-B-S. Inzwischen hier. Ui. Ja, wir probieren es einfach mal aus. Wir probieren es einfach mal aus. Ich hab keine Ahnung, wie man shiftet, aber wir werden es sehen. Ja, Luppi, ja, du hast 1000 Mbits, aber das hast du. Frag mal herum, wie viele das in Deutschland die Möglichkeit haben, überhaupt 1000 Mbits zu empfangen. Oh nein. Scheiße. Was ist los? Ich bin mir verschluckt und jetzt... Oh nein, nicht sterben. Ey, ist das jetzt mit schalten? Ja. Aber frag mich bitte nicht, wie, gell? Wie schaltet man? Frag mich nicht. Ah, fast 100. Fast Max gehabt. Äh, ach, R zu shift, was? Steuerung zu shift down. Was? Was? Shift up. Äh, was? Ah, ich hab's. Ich hab nochmal shift up, was? Wo ist shift up? Nicht dumm. Ah ja, perfekt, perfekt. Äh, rechts shift ist hoch und Steuerung ist runterschalten. Ja, das geht bei mir nicht. Hä? Na, shift geht nicht. Shift down. Das geht nicht. Steuerung. Ja, geht bei mir nicht. Hä? Hä? Ich drück auf shift. Drück auf shift. Okay, warte mal. Achso, da. Oh mein Gott, nein. Stark, dass es da unterschied... Geil. Okay, das war jetzt beinlich. Ihr habt ja doch gesagt, rechts shift, oder? Ja, aber... Weißt, ich bin aus der ID und ich hab nicht gewusst, dass es einen Unterschied zwischen die beiden Tasten gibt. Ich weiß du doch, Mensch, Andréa. Nö. Ach, nö. Mich ist shift das gleiche. Ich hab noch nie zwischen links und rechts shift. Ich mein, ja, beim Coden ist jede Taste einzeln. Also da kannst du konfigurieren jede Taste unterschiedlich. Weil jede Taste hat einen eigenen Wert. Aber dass das jetzt... Ja, ich hab jetzt nicht auf die Schnelle gewusst, was rechts und links shift ist. Okay. Okay. Nein! Alter, ich bin kein Schaltgott. Ich bin ein Idiot. Naja, ein paar kann ich wenigstens aufholen. Alter, ich konzentriere mich mehr aufs Schal... Ach, die sind schon fertig, oder was? Jaja, ich hab nur ganz kurze Runden gemacht, beziehungsweise zum Austesten. Aber schau mal, wer erster geworden ist, der Amgroß, weil der gewusst hat, wie man schaltet. Ja, selbstverständlich. Jetzt war ja klar, der wollte es ja haben, das Spiel. Der hat sicher zehn Sekunden nur damit gewonnen, bis alle checken, was man machen muss. Ich war zwischenzeitlich auch mal ganz gut, aber dann hat's mich rausgebröselt. Aber interessant, dass da jetzt mit manueller Schaltung ist. Das ist peinlich. Ja, weißt du, das... Alter, ich hab rechts, shift und links... Äh, rechts und shift und Steuerung noch nie in meinem Leben verwendet. Könnt's wirklich... Könnt's DNA von der Destiny, ich hab die noch nie verwendet. Aber ja, ich weiß beim Programmieren... ...dass jede dachte, der eigene Zuweisung hat. Ja, logisch. Aber ich war jetzt erstmal überfordert mit R-Shift. Oh mein Gott, Pinky. Dann hab ich noch... Dann kommt der noch dazu zu meiner Verteidigung. Ich hab ne Links-Rechts-Schwäche und dann bin ich eh schon gestresst. Dann kommt ja, rechts, 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 ja rechts, ja rechts. Und ich drück links und bin aber... Das... Also... Lasst's mich in Ruhe. Hier, Pinky hat gleich geschrieben. Schaltung auch auf RLO. Ja, bin ich dafür. Alle Autos mit Schaltung. Verfolgungsjacken werden so geil. Das ist aber nicht Amerika-gerecht, weil die fahren schon seit die 80er-Jahre ausschließlich Automatik. Das ist halt richtig, ja. Ah. Pinguine muss man sich verdienen. Ja, war ganz nett, Amgross. War ganz nett. Haben wir den noch nicht gemacht heute. Was wir... Was wir heute noch nicht gemacht haben... Wir wollten ja im Regen und in Nacht mit Golf-Caddies... Ah ja, stimmt. Und diesen Tunnel haben wir auch noch nicht. Also diese Röhre darunter. Welche Röhre darunter? Ähm... Ach, den Funnel. Ah, stimmt. Oh mein Gott, ja, richtig. Ja, jetzt hab ich gleich was anderes gestartet. Das wär auch sicher lustig mit 60 Leuten. Das werden wir machen, ja. Okay. So, ich entschuldige mich mal schon mal an den Chat für die schlechte Auflösung. Aber Twitch, die bietet mir nicht mehr als 6000 Bits an. Ich muss umdrehen. Allerdings ist es für euch verschwommen bei dem Schneiden. Ich fahr mit dem blauen Schwamm mit. Schneiden Karo-Bewegungen. Also, seht es mir bitte nach. Aber ihr braucht mich nicht scharf sehen. Ihr wisst, was ich scharf bin. Boah, die Map ist so kacke mit diesen Dingern. Ich hasse diese Windräder! Ich wollt grad sagen, die ist richtig scheiße mit diesen Windrädern, Alter. Warum macht man sowas? Freddy! So wählst du die aus! Freddy! Ja! Geh, ne, weisch! Scheiße, da! Ich kann nicht ausdenken, sowas! Aber ey, ich hab was Neues gelernt. Rechts- und links-shift. Rechts- und links-shift hast du gelernt. Beim nächsten Mal bin ich schon weniger gestresst. Bildungsstreaming hier. Die Primzahl kann man natürlich selbst teilen, hat er gelernt. Bayern hat verloren gegen Bremen. So ein Scheiß. Mann! Aber ist schon okay. So! Hä, wieso tun mir die Ohren weh? Ich hab doch neue Kopfhörer. Die sind doch mega geil. Die tun die Ohren weh? Ja, keine Ahnung. Die tun mir immer weh, wenn ihr die ganze Nacht auf anderen Seiten schlaft. Dann tun sie mir weh. Ja, das stimmt. Mir ist schon mal passiert. Da konnte ich ganz schlecht einschlafen. Und da hab ich so Bluetooth-Kopfhörer drin gehabt, gell? Oh. Und die hatte ich die ganze Nacht drin und ich lag auf dem Ohr. Ey, ich bin aufgemacht. Ich hab mir gedacht, ich reiß mein Ohr ab. Oh. Es tat so weh. Oh. Ja, ja. Das stell ich mir schrecklich vor. Ja, war es auch. Ja. Okay. Na, das... Mech ja die nicht unbedingt... Haben die Experience, muss ich da sagen. Also das stell ich mir echt nicht cool vor. Nee. Da gibt's viel anderes. Zum Beispiel die Gitarre, die du mir geschickt hast. Vor allem diese In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer, die tun so auch weh. Ich hab auch mal probiert, weil... Das ist jetzt wirklich... Das ist jetzt ein Arsch-Thema. Aber ich merke, durch das viele Homeoffice und durch das viele... Dass ich saufür am PC sitze, hab ich immer die Kopfhörer auf. Immer dieselben. Und durch Streamen und so, ich sitze ja wirklich saufür viel vor dem PC. Und ich merke, an der Stelle, wo der Bügel oben sitzt, werden meine Haare dünner. Ja, das ist ja normal. Das ist ja völlig normal. Jetzt... Thema. Mich stört's jetzt nicht so. Aber ich merke trotzdem, an dieser Stelle, wo der Kopfhörer sitzt, werden die Haare dünner. Und dann wollte ich ja mal ausprobieren, wie es ist mit solchen... Die nicht kein Bügel oben haben. Also so wie du sagst, In-Ear-Kopfhörer. Genau. Hat's vergessen. Also nach eineinhalb Stunden, das tut ihm Ohr weh. Also ich hab's probiert mit diesen Apple-Kopfhörern. Ja, ja. Katastrophe. Vielleicht müsste ich mir da wirklich so professionelle Stage-In-Ears oder so. Genau, genau. Aber die kosten halt teilweise. Die kosten ja 1.000 Euro, das Stück. 2.000 Euro. Du musst jetzt zum Optiker... Zum Optiker, sag ich schon. Zum Hörakustiker. Der macht den Abdruck und dann kannst du erst ins Musikgeschäft... Und die fertigen das dann an. Aber ich hab mich da schon mal dafür interessiert. Ist was saucool und so. Aber ja. Also für Profimusiker, ja. Aber für das hier zu Hause gebraucht... Ich hab hier auch welche rumliegen, so in-Ears. Die hatte ich hier für meine... Aua. Wie heißen die? Wo ich noch in der Band gespielt hab. Meine Schuhe in-Ears. Ja. Die haben einen sauguten Klang, die geben echt alles wieder. Aber die sind so unbequem. Nach einer Stunde würde ich mir die rausrufen ohne Ende. Ja. Und das ist bei den Airpods oder bei den Earpods auch so. Das ist genauso. Deswegen. Ah ja, das mit den Kopfhörern, das ist... Mit dem Bügel ist ein bisschen kacke. Ich mein, die, die, was wir jetzt da haben, haben wir dieselben. Ach, der Stream-Draht ist für den Arsch. Ähm... Das... Äh... Die haben eh schon einen dünneren Bügel, weil da gibt's welche... Ich meine, davor, die haben wirklich so den halben Kopf bedeckt zum Bügel. Ja, ja. Gibt's noch schlimmer. Ja. Ja, ja. So ist es, gell? Aber ja, so... So ist es. Kann man nix machen. Aber für 2.000 Euro Kopfhörer kauf ich mir nicht. Also, finde ich... Also, ist nicht wert. Für die Sachen, die ich die bräuchte, die Kopfhörer, ist nicht wert. Das mach ich, Alter, wenn ich Rammstein bin. Dann kauf ich mir sowas, ja. Und dann kauf ich mir 10 davon. Dann mach ich das. Das Schlimme ist, dann kriegst du es ja gesponsert. Genau, ja. Du verdienst zwar schon ein paar Millionen, aber dann kriegst du es noch geschenkt, weil du es da eh nicht leisten kannst. Und schweifst dir hinterher. Jede neue Entwicklung hier. Wollen sie es probieren? Na, die Steigerung. Du kriegst es dafür gesponsert und dafür mächtig viel bezahlt, dass du sie trägst. Ja, genau. Weil Sponsoring. Beziehungsweise indirekte Sponsoring. Ja. Das denke ich mir immer so. Als kleiner Streamer musst du die ganze Scheiße kaufen. Die Riesen-Streamer, die Millionen das im Jahr verdienen, kriegen alles in den Arsch geschoben. Die verdienen so oder so schon Millionen. Aber dann kriegst du noch alles geschenkt, was sie haben wollen. Das ist eigentlich nicht fair. Eigentlich müssten die Kleinen kriegen. Aber ja klar, kriegst du es nicht, weil sie davon nicht halb so viel profitieren wie von die Großen. Ja, genau. Sitzt der Große und auf einem Gaming-Sessel kaufen es wahrscheinlich tausende Leute. Sitzt der Kleine, bringt es denen gar nichts. Aber ja, trotzdem. Unfair. Unfair. Scheiß wild. Die ganzen Millionäre kriegen gesponsert die besten, die geilsten Autos, kriegen es gesponsert. Und ja, der kleine Mann muss es selber kaufen. Ja, 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 ja. Obwohl die ganzen Leute schon dick im Geschäft sind. Wäre ich in der Situation, würde ich es nicht anders machen. Also von dem her. Safe. Deswegen. Ja. Trotzdem würde ich gerne die Gitarre kaufen, die du mir geschickt hast. Ich bin jeden Tag verliebter. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Auch wenn es eine Gibson-Standard ist, gell? Das macht gar nicht. Das ist halt immer eine Custom. Das ist scheißegal. Aber es ist halt eine Gibson, gell? Oh shit. Ich bin schockiert. Wenn du dir wirklich eine Custom-Shop kaufen willst, dann musst du echt einen Fummel haben. Also so wie ich. Da musst du wirklich... Da musst du einfach schon so... So... Den hab ich doch auch, den Fummel. Wählerisch und so auf etwas Spezielles... Da muss dir diese Historie und das Ganze wichtig sein. Aber wenn du einfach nur eine geile Gitarre kaufen willst, dann go for it. Es ist im Grunde genommen dasselbe. Das, was du beim Custom-Shop bezahlst, ist halt die Holz-Selektion. Dadurch, dass ich so einen Fummel hab, dass ich schwere Gitarren hasse... Und der Custom-Shop meistens die leichten hat, weil sie das Holz halt selektieren, war das halt... Ja, du, die gibt einen Standard, wo du mir geschickt hast. Ich glaub 4,4 Kilo oder so. Ja, das wär für mich zu schwer. Meine Ball wiegt 3,7. Weiß schon. Schon krass. Das ist halt für eine Last Ball. Das ist insane. Für das Nächste, wo ich dich beneide, ey. Aber ich hab mir halt gedacht, so... Einmal tiefer in den Geldbeutel greifen, gespart, alles. Aber die hab ich mein Leben lang. Ich hab bis heute noch keine vergleichbare Last Ball gespielt, wo ich sagen würde, okay... Die ist besser als meine, wo ich sag, die will ich jetzt sofort eintauschen. Ich hatte ja auch so Last Ball Standards und so. Und da hatte ich schon so ab und zu, wo ich mir gedacht hab, so... Ja, die ist schon besser oder whatever. Aber bei meiner... Das ist halt... Die muss keiner anderen fallen, aber für mich ist es noch immer bis heute die beste. Und ich lieb's bis jeden Tag. Wenn ich... Oder jeden Tag leider jetzt nicht, weil sie im Proberaum steht, aber... Immer wenn ich sie angreif, denk ich mir, das ist geil. Und ich hab noch nie dran gedacht, entweder die zu verkaufen, die einzutauschen oder irgendwie so... Ja, äh... Irgendwie, es fühlt sich nach einem... Na, es ist einfach meine Gitarre, mit der werde ich begraben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kann ich mir so gut vorstellen. Ja, das ist... Ja... Leidiges Thema. Ich krieg kein gutes Auto, Mensch! Und das hört sich jetzt... Das hört sich jetzt aber echt dumm an, gell? Aber ich bin sogar mit meiner, ich sag jetzt mal, teuren Gitarre... Am Ende des Tages billiger weggekommen als die meisten Gitarristen. Und ich erklär dir, warum. Weil viele kaufen, sagen wir mal wirklich so Les Paul... Die kaufen dann in ihrem... In einem Zeitraum von 10 Jahren... Die kaufen dann 7, 8, 9 Stück davon... Und sind immer nicht zufrieden, tauschen, umtauschen. Und mit jeder, die sie dann kaufen... Machen sie, sagen wir mal, 400 Euro Verlust mit dem Wiederverkauf. Oder mehr sogar. Rechnest du das hoch, bist du bei Sau für Kohle. Ja, kaufst einmal eine, wo du tief reingreifst, so im Beutel... Und die gibst du nicht mehr her. Ich meine, wenn es gut läuft, gibst du es nicht mehr her. Es gibt Leute, die kaufen auch dauernd Custom Shops... Und kaufen die wieder und machen Verlust. Aber wenn du wirklich eine gefunden hast, mit der du bondest... Kaufst du einmal teuer, aber dafür kaufst du einmal. Und das ist billiger, als wenn du 10 Mal Mittelkaufst. So meine Philosophie. Ja, schon. Aber bei der Gitarre da ist einfach... Die Farbe. Es ist ein Gipsen. Ich hab sie schon mal angespielt. Es passt einfach alles, gell. Es passt einfach alles. Ja, ich sag ja, die sind ja richtig geil. Vor allem mit einem Slash-Tierm und so einem geilen Hambacher drin. Vor allem, wenn ich die nicht selber schon angespielt hätte bei Thoma. Das ist das Traurige. Und dann hab ich zu denen gesagt, ja, ich überleg's mir nochmal. Ich entscheide mich, gell. Oh. Und was war dann? Ausverkauft. Ja, weil sie nur limitiert ist. Ja, Mann. Das ist dann the one that got away. Ah, das hat mich so dann in den Arsch gebissen. Dann hab ich nämlich für mich, war ich dann mit mir im Reinen, weil es ist ja verdammt viel Geld für mich. Dann war ich mit mir im Reinen und hab mir gedacht, okay, ich hab eine Nacht drüber geschlafen. Ich möchte sie haben. Schau ich auf die Seite, steht ausverkauft. Oh, das ist natürlich traurig. Das war echt, das war richtig, richtig bitter. Wenn man wirklich noch so überlegt und dann scheitert es an einem Tag. Ja. Ja, vor allem, es war, eigentlich war ich, hab ich mir ja schon entschieden, gell. Aber bei solchen Ausgaben, da schlafe ich echt gern immer noch eine Nacht drüber. So, ja. Und, ja, das war echt, das hätte ich nicht fallen sollen. Ja, da hat der, derjenige, der sie gekauft hat, hat dann nicht so lange gezögert. Ja. Er hat sie direkt mitgenommen. Anscheinend. Oder halt online, der hat gewusst, was er will. Ja. Ach, Mann. Ist aber jedem von uns schon passiert. Egal mit welchem Artikel, es gibt immer irgendwas. Wo man sich manchmal denkt, hätte ich es jetzt einfach genommen. Hm. Aber ich muss ehrlich sagen, eins hat, einen Nachteil hat, hat es, dass ich so eine gute Gitarre gekauft habe. Ich shoppe nicht, ich schaue nicht mehr nach Les Balls. Damals jeden Tag. Das ist doch gut. Jeden Tag. Nein, das ist schon geil, so nach etwas, was ich handen. Ich finde das geil, wenn man quasi irgendwas haben will und man sucht dann immer so in jedem Shop und je übergebraucht und so. Dieses Handen ist schon geil. Das ist halt gar nicht mehr. Naja, Baujahr 98, sag ich da nur. Ja, nur da gibt es halt wenig Scheites. Ja, ja, ich muss mal gucken. Mal gucken, der wird mal wieder, das Flash, der Drop, der jede oder ich glaube alle zwei Jahre macht er seine Limited Drops. Ja, ja, voll. Schaue ich mal, was er da rausbringt. Oder am Gebrauchtmarkt schon. Oder am Gebrauchtmarkt, ja. Für dich kann ich handen, das mache ich gerne, für dich schaue ich. Ich habe es mitbekommen. Ohne Scheiße, ich schaue wirklich nach so einer Gitarre. Ich schaue für dich. Ich kenne da nämlich so ein paar Stores und Quellen, auch oftmals im Ausland. Da kann man schauen. Das meine ich jetzt nicht Reverb. Wo es oft gute Gitarren gibt, ist Italien und das ist nicht so teuer. Ja. Also. Da würde ich sogar hinfahren. Ja, interessant. Einfach hinfahren, einfach ein Urlaub. Aber, ja. Bring mal schon hin, wir finden eine tolle Idee für dich. Ja, das ist das, was ich im Leben noch erreichen möchte. Aber die rote da, die Schektor von mir, die gefällt das nicht auch von der Farbe, oder? Ja, ja, habe ich dir aber auch schon gesagt. Ist. Das hast du dir doch schon wirklich gezeigt. Toll. Ja. Das schöne Gitarre. Also das Aussehen ist erst eine. Ich, aber man geht halt immer erst, also ich zumindest, gehe immer noch aussehen. Ja. Ich gucke mir das an, okay, ich möchte genau das so und so haben. Und dann muss die halt auch von der Bespielbarkeit, für meine kleinen Finger, ich habe jetzt die kleine kurzen Finger, da sollte halt der, der Hals, da darf halt nicht so breit sein wie so ein, keine Ahnung, Panzer sein. Ja. Und der muss ja auch dann passen. Die Seiten dürfen auch nicht so weit weg sein vom Bund. Ja. Und so weiter und so fort. Also es muss halt einfach alles, das sind so viele Faktoren, die zusammenspielen. Ja, ich meine, der Hals ist, der Hals ist vorgefertigt, den willst du nicht ändern, kann man ändern, willst du nicht. Aber Bund, Höhe und so, das hat halt Setup, das kannst du im Nachhinein ändern, außer die Gitarre ist halt wirklich schlecht. Aber du kannst, die Seitenlage kannst du im Nachhinein selber ändern, das hat, das ist nur Halskrümmung und die Brücke eigentlich, mehr ist das nicht. Wenn die Bünden natürlich scheiße gemacht sind, dann schnarrt sie wie Sau, wenn du das runterstellst. Ja. Das ist natürlich, aber zu welcher Marke gehört Gibson? Gibson ist Gibson. Es gehören nur ein paar Marken zu Gibson. Zum Beispiel Epiphone. Epiphone, Framer, KRK, diese gelben, diese Lautsprecherboxen mit dem gelben Membran, die gehören zu Gibson. Äh, Beat gehört auch zu Gibson, glaube ich. Ja, richtig. Beat gehört zu Gibson. Also Beats by Dr. Dre, das kennt die Jugend, das kennen die Zuschauer wahrscheinlich am ersten. Ja. Sind die noch in die Beats-Kopfhörer? Ich weiß nicht. Kennt ihr die Beats-Kopfhörer? Eins im Chat. Bin ich mal gespannt, weil das ist eigentlich schon wieder länger her. Beats-Kopfhörer. Also ich weiß, ich habe meiner Nichte welche geschenkt vor vier Jahren. Zu Weihnachten. Prostzüge, weil die sind eigentlich ziemlich teuer. Ja, also bin ich ein Patenonkel. Kann man schon mal machen. Ich habe die eigentlich immer bequem gefunden, aber die waren sehr basslastig. Also die waren halt sehr für moderne Musik. Hier, der Chat schreibt eins. Ja. Ja, kennen sie. Ja gut, ich meine, das tragen heute noch DJs, aber hat immer wer halt besser gesponsert wird. Ich glaube schon noch, dass die im Rennen sind, Beats. Beats bei Dr. Dre. Der Dr. Dre. Der Franz hat Marshall over ihr. Marshall, geil. Der Franz. Hey, Angel of Death, was ist mit dir falsch gelaufen im Leben? Alter, da flippt eine Mühle ab vor. Ja, jetzt bin ich. Ach, jetzt kommst du nochmal rein. Jetzt kommt der nächste Ring. Ich schau dir zu. Ey, das ist so. Ich kann, ich komme nicht. Wo bist denn du hin? Ich komme nicht zum Wechsel. Oh mein Gott, wie hoch du fliegst. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Angel of Death hat dich gerade langsam, aber... Ja, und jetzt fliegt er selber raus. Oh mein Gott, der hat ja selber so einen Dicken ausschiebt. Und tschüss. Alter. Was ist mit dir? Pommes. Der Pommes bombt er. Ja, immer wieder nice. Nächste Million Fahrer. Ja. Oh mein Gott, das liegt lieblich. Oh mein Gott, das ist auch so Jugend, ey. Na, aber ich, 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 das traue ich mich fast nicht zu sagen, aber ich bin wirklich, ich bin gerade als Gitarrist wunschlos glücklich. Ja, das kannst du eigentlich nicht sagen. Also das ist kein normaler Ding der Unmöglichkeit, dass man sagt, man hat einmal genug, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade mehr als wunschlos. Also ich habe alles, was ich brauche und das, was ich jetzt habe, das will ich jetzt einmal gescheit nutzen. So. Ja. Aber ich habe gerade keine Intention, irgendwas zu kaufen oder sonst was. Das einzige Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, ist Boxen und, und Lautsprecher. Also bei Gitarren, also Gitarren, Boxen und, und die Lautsprecher drin. Damit beschäftige ich mich gerade, aber auch jetzt nicht in dem Sinn, dass ich jetzt irgendwas zusammenkaufe oder so. Ja. Vor allem, jetzt kommt eh einmal die Steuer. Jetzt ist sowieso immer der Geldhammerabdreht. Jetzt warte ich einmal, jetzt warte ich einmal ab, was das Finanzamt für Vorstellungen von mir hat, was ich nachzahlen darf und was ich vorauszahlen darf. Betonung auf darf. Ja, ja. Und dann kann ich ja mal schauen, wann die Existenzkrise wiederkommt. Ja, genau. Weil die, die, die Vorstellungen vom Finanzamt sind teilweise ja horrend, deswegen, ja. Ja, aber die sind existent. Ja. Die kriegst du nicht weg, sag ich dir. Na, leider. Ich hab letztens wieder hier, äh, ihr Steuerbescheid ist zum Abruf bereit. Da denk ich mir auch wieder, scheiße, ist schon wieder so weit. Na, ich muss ehrlich sagen, das Finanzamt ist, wir sind, also wie die die Vorauszahlung teilweise kalkulieren, ist eigentlich echt dumm. Einfach, kann man nicht anders sagen. Du kannst zum Beispiel in einem Jahr, mit allem drum und dran, kannst du, weißt du, 30.000 Euro verdienen. So. Dann machst du im Jahr darauf, machst du 32.000 Euro. Okay. Was sagt das Finanzamt jetzt? Ah, wir sehen eine Steigerung. Wir gehen davon aus, dass sie nächstes Jahr 50.000 Euro verdienen. Bitte zahlen sie uns die Steuer für 50.000 Euro voraus. Ja. Dabei denkst du dir, wer garantiert mir jetzt, dass ich überhaupt steigere? Vielleicht mache ich im Jahr drauf 20.000 Euro. Sie. Vorzahlen musst du es trotzdem. Woher das Geld bis dahin hast, ja, ist wurscht. Das musst du haben. Ja, na, 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 na. Okay. Ja, und wie. Ja, ist so. Und ja, nach einem Jahr können sie das dann eh zurückkriegen, wenn sie zu viel Zeit haben. Ja, dann musst du das beantragen. Aber dann musst du erst mal hernehmen. Ja, dann muss einmal ein Jahr vergehen. Das Geld brauche ich vielleicht in der Zeit zum Leben. Dann musst du das hernehmen. Und dann, bis das Finanzamt dir das zahlt, vergeht nicht einmal ein Jahr, sondern es vergeht eineinhalb Jahre. Weil bis die einmal einen Antrag prüfen und bla bla bla, es dauert, ja, vergiss es. Deswegen, wenn du selbstständig bist, einfach gar kein Geld ausgeben. Das ist das Beste. Such dir einen Job, mit dem du Geld verdienst, wo du netto verdienst. Und das Geld kannst du zum Leben nehmen. Wenn du selbstständig bist, den Rest, wenn du alles, was du selbstständig bist, gib einfach keinen Cent davon aus, weil das Finanzamt kann kommen und sagen, ja, passt, du hast jetzt letztes Jahr 100.000 verdient, zahl uns bitte fürs nächstes Jahr mal schnell auf Flocker-Flockig 60.000 vor. Ja. Passt. Cool. Danke. Das muss dann halt hauen. Oh. Hallo. Genug Real Talk. Ja, so ist es. Genug gejammert. Wer viel Steuern zahlt, verdient gut. Ja, das ist auch wahr. Und wer keine Steuern zahlt, der ist ein Krimineller. Nö. Oder Bürgergeld. Oder Bürgergeld, ja, okay. Hast du recht, habe ich vergessen. Mein Fehler. Oh. Ist das so eine One-Shot-Waffe? Kommt da noch jemand? Oh, Shit. Fehler. Fehler. Anders, dein Aim tat mir besonders weh. Anders, das hast du wieder angestellt. Was? Das hast du wieder angestellt. Dein Nico regt sich auf über deinen Aim. Das tat ihm besonders weh. Ich glaube, ich habe mir einen Hedger gedrückt. Bin nämlich gerade echt nicht so schlecht. Ich bin mega schlecht. Ah, ich bin sogar Erster. Die Waffe ist einfach Much. Die Waffe ist Much. Bin gerade echt nicht schlecht. Oh Gott, was habe ich denn für einen Scheiß. Gerade habe ich es. Aber jetzt habe ich eine Schrottflinte. Ja, ich habe eine Schrottflinte, aber es ist keiner bei mir. Das ist blöd. Oh, Scheiße. Ich komme zu dir, wo bist du. Gib mir mal einen 10-20 durch. Ja, genau. 10-20. Gibt es da irgendjemanden? Hallo. Der in meiner Nähe ist. Da. Wer killt denn meinen Mann? Es wäre cool, wenn da mal irgendwo jemand wäre. Den ich realistisch töten könnte. Der Anubis kommt mit seiner Laserknade daher. Ich kriege diese Waffe nicht los. Komm, 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 komm. Jawohl. Oh nein, ich habe eine Muskete. Oh, die braucht es. Oh, die braucht es so lange zum Nachladen. Die ist ja kriminell, die Muskete. Die macht keinen One-Shot, aber braucht ewig zum Nachladen. Jo. Ah! Wo war denn der Tim Wolf auf einmal? Leckst mich am Arsch. Oh, mich leckst du am Arsch. Ja, der Tim Wolf hat es schon aufgeholt. Stark. Ich habe leider so viel... Ich habe leider so viel Zeit mit der Schrott verschissen. Tim Wolf, wo ist der Tim Wolf? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn nicht, aber er tötet mich immer. Vielleicht hat er irgendwann einen Highground oder so. Scheiße. Jetzt habe ich meinen Vorsprung vergeben. Das ist überhaupt nicht meine Runde, sage ich dir. Jetzt habe ich so eine kleine Pistole, die ist auch nicht cool. Ich soll dir ausrichten, du sollst aufhören mit den Headshots. Mach sie gut. Ich kann mir eine Weste holen und werde trotzdem G1-Killed. G1-Killed? G1-Killed. G1-Shotted meine ich. G1-Shotted natürlich. G1-Shotted. G1-Shotted. Schott. Schott. Gehen wir weiter. Das ist der Amgross. Der hat aber sicher... Der hat aber sicher kein Schrot. Oh, Amgross pre-fired nicht, leider. Fuck. Komm, gönns mir. Die Schrotflinten auf der Map sind kacke. Tim Wolf, wie erst du die Schrotflinten so schnell wegkriegst. Der Tim Wolf kriegt die Schrotflinten übelst schnell weg, oder? Vielleicht hat er auch gute Spawns oder so. Ich krieg die nicht weg. Das Arschlecken. Das sind so wenig Leute. Schade. Alter, ich hab wirklich gut gespielt. Wer hätte ich bessere Spawns? Hätte ich's, glaub ich, sogar verdient zu gewinnen. Aber, ja. Das Game hat mir immer keine Spawns gegönnt. Jetzt hab ich auch eine Schrotte hier. Ah, grüßi. Grüßi. Zumindest geh ich nicht ein. Okay, komm. Aber der Tim Wolf struggelt grad mit Fäusten. Hey, wer hat den Wehrbox gekillt? War noch mein Kill. Der Chameleon. Ich bin mit der Schrotflinte auf dem Dach gespawnt. Oh, arm groß sogar. Okay, krass. Wo kommt denn der her? Guten Spawn erwischt. Boah, ich hab schon wieder Hunger. Echt schade. Ich war saulang Erster und dann kam die Schrot und ich hab keinen Spawn mehr gekriegt, leider. Ich hätte es sogar gewinnen können, aber da hab ich keine Chance, leider. Einfach Pech beim Spawnen. Okay. Freunde, wir können mal wieder ein Like da lassen. Zicke, zacke, zicke, zacke. Jawohl. Aber wo Like? Ähm, ich hab jetzt noch ne... Ich hab noch was vergeben. Ach, das machst du jetzt. Okay. Ja. Stark. Müssen wir schauen, ob das funktioniert, weil irgendwie klappt da grad gar nichts. Schauen wir mal. Okay. Okay, das funktioniert irgendwie nicht, wie ich das möchte. Gut, dass ich das vorher probiert hab, gell? Ich liebe ja Sachen, die man nicht verändert, aber trotzdem nicht mehr funktionieren, gell? Sonst müssen wir wirklich ein Spiel machen, eines. Und es gibt halt ausgenommen Gewinner. Ne, ich war bloß nicht mehr connected irgendwie. Jetzt muss es wieder gehen. So. Also zum Beispiel, Werbox darf nicht gewinnen. Dürft jetzt Ausrufezeichen Giveaway gleich reinschreiben in den Chat. Und dann bekommt der Gewinner eine 10 Dollar Gift Card. Die 10 Dollar Gift Card ist hier Megascames und zwischen Megascames only. Damit könnt ihr euch einen rankaufen und in der Queue nach vorne rutschen. Jetzt Ausrufezeichen Giveaway in den Chat. Okay, cool. Okay, cool. Haben wir gehört. In der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit, wir spielen ein Spiel. Wir lassen das ein bisschen laufen, gell? Cool. Ähm, was machen wir denn für ein schönes Spiel? Ach komm, das ist doch ganz nice. Das wäre doch ganz nett. Das wäre doch ganz nett in der Zwischenzeit. Genau, Ausrufezeichen Giveaway. Bei mir gibt es am Donnerstag wieder ein Gewinnspiel. Oh, geil. Da geht es wieder um Discord Nitro. Aha. Also wahrscheinlich am Donnerstag. Verlosen wir wieder Discord Nitro. Wir können das die ganze Runde lang jetzt hier reinschreiben. Alles wunderbar. Mein Gott, wer hat denn da gerade? Wir haben euch denn da gerade die Ehre genommen? Die ETV-Klassik-Niko. Was ist denn da gerade passiert, ha? Ein bisschen ein Walsch? Oh, wir sind hier im Blau. Andreas, wir sind hier im Blau. Ja, ja. Zupfen da gerade ein paar Walsch. Weißt, was das bedeutet, oder? Die Stepper. Craftertime, servas. Das Auto, was ich da habe, das ist geil. Das ist so tief, damit gabel ich alle auf. Ich habe jetzt richtig Much-Auto bekommen. Nein, das ist richtig geil, oder? Ja, eins vielleicht. Oh nein, mit zwei Leuten auf gelb. Guck mal, Alex, das schaffst. Ja, ich bin, ich habe es überlebt. Ich bin noch dabei. Ich habe aber ein wenig Angst. Der Killer, der Echte. Danke für deinen Follow. Du kannst erst auch mitspielen. Selbstverständlich. Sportschip. Da hat jemand einen Swapper gehabt. Der Sportschip hat mit mir einen Swapper. Gott war das gerade. Nein, nein. Oh mein Gott, Fehler. Das war knapp. Oh nein, Hansel, bist du raus? Ja, Sportschip hat den Swapper auf mich genommen. Ich habe ihn rausgeschmissen. Er hat mich geswappt. Okay. Ach, da war der Swapper. Ja, das war das, ich war das Opfer. Hat er aber gut, hat er gut gemacht. Hat er echt gut gemacht. Hat er gut gemacht. Der Hover. Aber, ja, nein. Ich hatte leider noch nie das Glück, einen Swapper zu kriegen. Nein! Und dass dann der größte Schwitzer, wie der Sportschip, natürlich wieder bei dem Item den Swapper kriegt, das ist für mich wieder, ja. Das sieht man wieder einmal, wer das kriegt. Jetzt kriegen immer nur die ganzen Leute eh schon so schwitzen, die kriegen dann auch die guten Parks. Ja, aber schlimm, schlimm. Unglaublich. Jetzt haut es mir aber echt auf die Grüßen. Alter, Pommes. Das war richtig. Alter. Er haut seinen eigenen Maid raus. Danke, Marlin, für die 100 Beats. Es läuft noch das Subway. Ihr könnt es lesen. Ihr könnt gerne mich machen. Fehler hat einen Fehler gemacht. Stark. Und wer schafft es? Komm ich. Boah, stark. Oh mein Gott, Team Wolf, Alter. Du bist eine Legende, Team Wolf. Er hat gerade 1 gegen 4. Oh mein Gott. Oh, eine Legende haben wir da neu geboren. Eine Legende? Bist du deppert. Stark. Stark, 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 Stark. So, letzte Runde. Danach wird das Gameplay aufgelöst. Junge. Junge. Die, Gis. Also, Sportship, wenn ich du wäre, hätte ich ein schlechtes Gewissen, Alter. Ja. Der Muf war echt ehrenlos. Sportship, wenn ich du wäre, würde ich GTA 6 überhaupt nicht installieren. So, Unlimited ist schon mal unten. Scheiße. Ey, ich habe einen First-Kill-Bonus, Andreas. Boah. Geil, oder? Geil. Jetzt machen wir die fertig. Ey, Tara, du bist doch noch schwanger, oder? Solltest du vielleicht mal auf die blaue Plattform fahren, ich müsste mich auch drauflassen, gell? Ah. Ah. Mein Auto ist so schlecht. Das wird so rumgereicht. Ich glaube, ich gehe mal nicht auf Angriff. Weil das... Ich sage einfach gar nichts mehr. Ich sage gar nichts mehr. Was ist passiert? Das Sportship ist einfach... Ja, gut. Jetzt hat er sich kassiert. Oh Gott, Alter, war der schon wieder mies, Alter. Bei der ersten Runde hat er mir einen Swapper raufgedrückt. In der zweiten Runde battle ich mit ihm. Was passiert? Ich lande am Dach. Was macht er? Langsam schiebt er mich raus. So richtig so... So genüsslich hat er das gemacht. So richtig... Nicht so auf Druck. Er hat genüsslich mich rausgeschoben. Weil er gewusst hat, ich liege am Dach. Ich konnte nichts tun, Alter. Auf der Seite bin ich gelegen. Genüsslich. Er hat es gerade... Auf der Seite. Genossen hat er es gerade. Er hat dich zur Dönerrolle gerollt. Na, zu... Was zur Dürüm, Alter. Na, Dürüm, Junge. Er hat mich zum Dürüm gemacht, Alter. Ja, ja, ja. Sportship schreibt, du hast angefangen. Ich kann auch anfangen, eine Armee gegen dich zu gründen. Oh mein Gott. So, dass wir jede Runde einfach alle nur mehr auf dich gehen, mein Lieber. Wenn du das haben willst, gell? Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ich komme zurück als der Hurricane Andreas. Das sage ich dir, Alter. Das können wir gerne machen. Wenn du daran Gefallen findest, mein Lieber. Fühl ich, ja, fühl ich, fühl ich, fühl ich, fühl ich. So, die letzten Minuten vom Giv-A-Weil laufen. An alle, äh... Look, ich sehe, man kann mit spielen, natürlich. Der Gewinner, bitte auf meinem Discord ein Ticket erstellen. Mit Beweisen, dass du auch das Giv-A-Weil gewonnen hast. Und dann wird sich um dich gekümmert. Instant-Ban natürlich. Freddy auf Discord. Bei Freddy, nicht bei Freddy auf Discord. Das muss ich mir wieder erklären. Warum da jemand ein Ticket eröffnet. Ja, alle schreiben, es ist ein super Plan. Wer ist auch dafür, dass wir jetzt alle einfach einmal aufs Botschip gehen? Eins dafür in den Chat. Und auch in den Megas Games Chat. Weil er meint, ich bin daran schuld, dass er mich geswappt hat, Alter. Ja, er meint, ich habe angefangen mit der Scheiße. Ich habe keinen ehrenlosen Swapper verwendet. Eins in den Chat. Nächste Runde nur aufs Botschip rauf. Na, schau. Na, schau, schau an. Gut. So, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert auch mit dem Giv-A-Weil. Dann wissen wir mal, was zu tun ist, oder? Da schreibt einer bei mir im Chat eine 2. Ist das zufällig Spotschip? Oh. Ja, 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 Spotschip ist das. Das zählt nicht, Spotschip die 2, weil du hast schon 0 in den Namen, Alter. Die 0 zählt. Du hast 0 getippt, aber das ist auch keine 1. Du musst dich um deinen Spotschip 1. Du musst das gut finden. Okay. Das beste Weg eigentlich dafür sind einfach im Bastard. Da einmal reinhauen. Kommt gleich. Als Bestrafung Spotschip basten. 10 Sekunden. Noch 5. Alter. 4. 3. 2. 1. 1. Congratulations. The real devil. Du hast gewonnen. The real devil. Bitte einmal ein Dingsbums machen. Du weißt Bescheid. Ein Ticket. Gäh? Guti. Glückwunsch. Glückwunsch. Bastard war das, gell? Bastard. Bastard. Und das Spotschip fährt weg. Ja, ja, ja. Jetzt gehen wir dann zu 40 auf ihn. Ah, kann man nicht machen. Bastard ist 32 plus. Okay, dann müssen wir was anderes finden. Kann man irgendwann einen Modus machen, wo er alleine spielt? Hm, nee, leider nicht. Okay, dann müssen wir wirklich, dann müssen wir fokusen. Dann müssen wir wirklich fokusen, oder? Oder, ja, stimmt. Ja, nee. Ich finde, nee, ich finde keinen Game Modus. Leider. Ja, dann müssen wir fokusen. Dann müssen wir so einen richtigen Fokus Modus nehmen. Puh, Fokus Modus. Da kenne ich nur, da kenne ich ja nur einen. Hallo, Berli. Ich kriege gerade einen Schluck Cola. Ah, gönnt ihr? Ja, wir können Face-to-Face machen und ihn voll abfacken. Das ist genau das, was mein Plan ist. Sehr schön. So, alle auf Spotschip, der darf nicht ins Ziel kommen. Oh, sehr gute Frage, Tom. Oh, ist eine gute Frage, auch für den Andreas. Bist du Team Salzchips oder Paprikachips? Paprika. Ich bin so unschlüssig. Also, ich bin echt, manchmal mag ich Salz, manchmal mag ich Paprika. Ah, Paprika. Aber auf jeden Fall... Da vorn war er schon. Tschüss. Ist er schon weg, der Spotschip? Spotschip ist, by the way, hellblau, gell? Jaja, ich sehe ihn gerade neben mir. Ich muss den runterhauen. Ah, ich habe ihn doch. Spotschip ist raus. So. Was ich gerne habe, ist Salz, ähm, Tortilla-Chips zu Nachos. Tortilla-Chips mag ich die, die, die feurigen sehr gerne. Die feurigen, ja. Also, ich weiß nicht, es sind keine Paprika. Ja, die heißen irgendwie bei... Chili. Ja, genau, die... Chili. Ja, sind auch geil. Und was ich, äh, bei Pringles... Kennst du, ihr habt auch Pringles, oder? In Österreich. Ja, natürlich. Ja. Äh, Sour Cream. Sour Cream und Onion. Ist auch lecker, ja. Mag ich total gerne. Bei Pringles sind auch die Ketchups, ja, sehr geil. Ketchup-Chips sind auch lecker. Aua, 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 ich fliege. Uiuiui. Kann das sein, dass es mit mehr Spielern ein bisschen, äh, stressiger ist gerade? Ja, ist es, definitiv. Aua. Jemand hat Spotschip durchgelassen. Freunde, ich bin enttäuscht von euch. Ja, die haben... Äh, äh, Nico, lange Esken. Aber, aber, ey, er fährt, er fährt einen Monster Truck. Freunde, das sollte jetzt nicht so schwer sein, ihn rauszuhauen. Er ist schon wieder fast im Ziel. Und fokust keiner. Nee, ist gut. Community, ich bin von euch echt enttäuscht. Ich hab gedacht, aber ich kann mal zählen. Ich hoffe, der kommt mit dem Monster Truck jetzt nicht ins Ziel. Das wäre jetzt, das wäre jetzt irgendwie richtig schlecht. Ich kann ihn leider nicht fokussen, weil ich auf der anderen Seite da bin. Ja, er ist durchgekommen, Monster Truck beim meisten Trial. Nein, nein, ist er nicht. Ich bin noch hinter ihm. Ah. Ich hab ihn noch runtergebetzt. Oha, ehrenhaft. Naja, so bin ich doch. Weiter rauf. Wenn, wenn du eine Armee gründest, bin ich doch dein Offizier. Geil. Geil. Jetzt komm hier zum General. Geil. Oh na. Komm. Ich muss da rein, weil dann kann ich ihn von der anderen Seite richtig nerven. Am besten noch ein gutes Auto. Er ist runtergefallen wieder. Ich hab's gesehen. Neben Augen. Ah, ich hab leider so ein Ding. Ich werde so ein Ami schlippen. Das ist dann das Beste. Ja, ich würde aber auch gerne mal wieder durchkommen. Ich sag's euch will. Ai, ai, ai. Oh ja, Alex. Ich lass dich durch. Ai, 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 ai. Dann kann man ihn von der anderen Seite fokussen. Sag's einmal den anderen. Okay. Scheiße. Aha. Ich hab's nicht geschafft. Hot and Spicy Pringles sind geil. Ja, safe. Ja. Bist du ein Chicken Wing-Fan-Typ? Chicken Wing? Ja. So ein Chicken Wings? So ein Knochen oder ein Nagen. Nein. Also, ich esse sie schon, aber es wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Okay. Ich bin mehr der, ähm, Keulen-Typ. So. Genau so. Ach, Spotschip raushauen. 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 Tschüss. Kommst du da nicht durch. Wieso fokust du mich eigentlich fehler? Ich bin eh schon letzter, hä? Das hat aber null Sinn gemacht gerade. Leute, ich will er. Null Sinn. Warte, da kommt schon wieder ein Monster Truck Richtung. Ah, kommt nicht mehr. Oh. Oh. Aua. Aua. Oh je. Aua. Aber, welche ich auch geil finde, ist Salt und Vinegar-Chips. Das habe ich im Chat auch gelesen. Salt und Vinegar. Das ist Spotschip. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gegessen habe. Ist so leicht säuerlich, ne? Also, es ist so eine Geschmacks-Expertion. Tschüss, Spotschip. Aber was ich halt auch sehr gerne habe, ist Dip. Einfach irgendeinen Sizer Dip. Ah ja. Tortilia-Chips. War ich total gern. Bei uns finde ich die besten Tortilia-Chips gibt es bei der Metro. Okay. Die sind geil. Die kaufst du dann so in so einem 2-3 Kilo Sack. Ja, ach so, die großen Dinger. Ja, ja, ja. Und die gibt es da mit so Barbecue-Geschmack. Die sind so geil. Okay. Wie stehst du die Käsesoße zu Chips? Muss, muss, muss passen. Also, bei uns im Kino, im Cineplex, finde ich, ist die geilste Käsesoße. Ah, okay. Da ist noch nichts. Haben wir jetzt auch was gelesen? Da ist noch nichts an die rangekommen, leider, im Privatsektor. Also, Käsesoße, ja. Also, ich würde nicht nein sagen. Würde mir aber nie welche Kaisen zu Hause machen. Ey, da ist ein Monster Truck, den müssen wir runterhauen. Tschüss, Spotschip. Soll, wie immer noch. Ja, stimmt, da ist er ja. Junge. Ja, ist gerade vom Ziel runtergefallen. Oh. Ja, jetzt sagt ich ab angefangen. Jetzt habe ich wirklich angefangen. Autschi. Jetzt kommt dann aber mehr aus der eigenen Hälfte raus, stark. Wir müssen nachher auf die Uhr gucken, gell? Damit dein Thumbnail kein Clickbait ist. Genau, ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, gut. Dadurch, dass Megas heute so gut läuft. Ja, wir können dann eh nachher reingehen in... Ja, weil ich habe... 20 Uhr ist so von mir deadline. 20 Uhr. Ja, passt, dann gehen wir nach der Runde direkt rein. Das war eigentlich so meine Intention. Gut, dass du das gleich aufgegriffen hast. Na, mach mal. Wir verstehen uns. Weil, es ist doch... Team sagt, ich bin geghostet, das schafft nicht rein. Team sagt auch gerade, Radio Nuts geht. Perfekt. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, wunderbar. Eint in den Chat, falls ihr auch immer eure eigenen Slacks zu den Spino bringt. Nein. Nein. Das ist verbotene. Junge, Schildkröte, was soll das? Nein, abgesehen davon, dass die Kinos nächste feste Abzocke sind, aber ja, macht man trotzdem. Aber es gehört dazu. Wenn man ins Kino geht, dann erwartet man davon abgezockt wird. Ja, es ist wie auf ein Festival gehen. Ja, richtig. Ja, es ist halt echt so. Ich könnte mir selber auch eine Bratwurst zu Hause machen. Bratwurst kaufe ich, äh, Semmel kaufe ich, koste ich vielleicht 50 Cent in der Herstellung. Aber nein, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt und hole mir da mal eine Bratwurst für 4 Euro. 4 Euro? Man, 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 man. Das ist aber günstig. Also bei uns am Weihnachtsmarkt eine Bratwurst mit Senf und zahlst sicher 9 Euro. Nein! Ja, ja. Dein Ernst? Mindestens. Bei uns kostet ja der Baumkuchen 7 Euro oder so. Oh mein Gott, ich war geschockt bei den 4 Euro, gell. Ich habe mir ja 2 gekauft, also 8 Euro bezahlt. 4 Euro für eine Bratwurst, das ist saugünstig, Alter. Weißt du, was ich sonst immer zahle? 32. Da würde ich tränen weinen bei 4 Euro. Das sagt eher 9 Euro, gell. Also Freudentränen. Uh! Ja, nee, danke. 4 Euro eine Bratwurst, hör mir auf. Ja, das ist ja am Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, was es jetzt gerade am Standl am Hauptplatz kostet, aber am Weihnachtsmarkt oder wirst du fett abzockt. Weil ich gehe auch so nicht, keine Ahnung. Ja, ich gehe jetzt mal am Markt und kauf mal Bratwurst, das mache ich ja nicht. Nein, nein, das ist bei uns schon saugweil. Aber wenn ich halt so Weihnachtsmarkt oder keine Ahnung, was da wieder ist, Bürgerfest oder so, das denke ich mir echt immer, ja, ich bin auf die Preise vorbereitet, ich denke mir aber trotzdem immer, ey. Ich verstehe bei uns sowieso nicht ganz irgendwie. Ähm, die Lebensmittel im Supermarkt, die sind, finde ich, alle noch gut, günstig und leistbar. Aber Essen gehen ist bei uns so fucking teuer geworden. Ja, ja, ja. Insane. Ja, bei uns auch, bei uns auch. Wir waren letztens beim Griechen, gell. Ähm, die normalen Preise waren noch ausgepriesen, was ich halt nicht gesehen habe. Auf der ersten Seite ein eingeklebtes Blatt. Auf die Preise kommen nochmal 12% drauf. Ja. Und dann war ich da gestanden und hab mir gedacht, okay. Ich meine, es hat geschmeckt, es war gut. Aber 90 Euro für zwei Personen? Das ist, wow. Das ist schick. Ja. Ja. Also mit einem Getränk. Ähm, ja. Aber ich bin da echt, bin ich echt schockiert so, weil, ich denke mir, wir haben letzte Woche einkauft, für den Wochen einkaufen. Und wir haben bis Donnerstag haben wir schon festen Essensplan, was man jetzt essen und wir haben dafür wirklich, for real, für 20 Euro haben wir für quasi fünf Tage Essen gekauft. Mittagessen, warm. Das ist ja pro Kopf 10 Euro. Das ist saugünstig. Ja, genau. Das geht, das geht. Aber wir haben jetzt nicht spart. Wir haben wirklich Fleisch gekauft. Wir haben Zutaten. Wir haben alles gekauft. Wirklich. Gemüse ist ja auch zurzeit teuer. Also bei uns zumindest Gemüse. Aber wir haben, wir haben für ein Sack, äh, ein Kilo Sack, äh, Blumenkohl, haben wir 1,20 Euro bezahlt. Boah, stark. Das ist aber bei uns normal so. Also Lebensmittel, so einkaufen ist bei uns echt, sag ich jetzt einmal noch, leistbar und es passt auch. Aber Essen gehen ist in Relation dafür so geistesgestört teuer worden. Also so wirklich verdoppelt. Wo ich mir denke, woher kommt denn das? Das ist ja eine gute Frage, ja. Gute Frage. Wenn man merkt, hier und dort einmal so, Frankfurter kosten jetzt ein Kilo, 5 Cent mehr oder so, ja. Aber wenn, wenn im Supermarkt auf einmal Frankfurter 5 Cent mehr kosten, kostet es am Standelgefühl 2 Euro mehr. Ja, das stimmt, ja. Aber was ich halt auf jeden Fall meiden werde, ähm, Burger King und McDonalds. Ja, das ist, das ist nunmehr abzocken. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere nicht das Menü für 16,99 Euro. Akzeptiere ich nicht. Dann, gell, dann fahre ich lieber, äh, 200 Meter weiter zum Edeka und hol mir da mein Burger-Paddy, meine Burger-Semmel und mach mir das Ding selber. Punkt. Ist auch besser. So. Ja, das, genau. Weißt du, wie viel Burger du selber produzieren kannst für einmal Mackey gehen? Ja, das ist richtig, aber ich hab's dir ja schon mal gesagt, ich bin eher so der faule Typ und, ähm, schnelles Essen nimmt wenig Zeit weg und ich kann was anders machen, produktiv sein oder so. Ja, sicher. Ja, aber nee, das, das nicht. Weil ja kochen, wenn man's gerne macht, ja auch produktiv ist. Kochen ist ja geil. Ja, ich, ja, das gilt für sich mal. Ja. Nee, kochen ist schon geil. Ich find, kochen ist schon geil. Na, da bin ich, McDonald's bin ich mittlerweile auch. Also, bei uns ist so wie, wie mehr McDonald's so. Klar, isst man dann mit oder so, aber das müssen wir auch reduzieren. Ich mein, wenn sie sagt, okay, sie mag's haben und sie lädt dann auch ein oder so, ja, aber ich, ich kaufe von Mackey. Ich, ich sponsor diesen Laden nicht mehr. Ich werd mich dem abwenden. Aber das geht gar nicht, die Preise dort, das ist, das ist reinste Abzocke. Ja. Nee. Da, 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 da fördere ich lieber den Pizzamann von dem Mann oder so. Ja, oder mein Opa. Irgendwas. Nee, mein Onkel ist, nee, wer? Na, na, der Cousin von meinem Papa ist Metzger, so war das. Ja, oder die. Dann kriegt der lieber das Brille. Ja, also Mackey, es bin ich, Mackey, es ist mir zu teuer. Ich mein, viele leugnen auch, oder, was, leugnen oder Scheibe, was, was, da gehst du hin, wie kann man da reingehen? Ja, es, es schmeckt halt, es ist schnell. Punkt, das ist halt mein Empfinden, ne. Ja, man kann davon halten, was man möchte. Aber die Preise, was wir jetzt gerade angesprochen haben, ist halt einfach nichts mehr für mich. Na. Dann, äh, dann halt echt, ich stürm mich hinter meinen Grill und wir sind das Ding gerade da draußen. Und dann habe ich mir das Penny drauf. Ja. Und dann habe ich noch Spaß dabei. Ja, ja. Dann öffne ich mir noch meine kühle Apfelschorle dabei. Mache ein bisschen Musi an. Aber, ja. Und dann ist das so. Weil die Pommes, die kann ich mir auch reinschmeißen. In meinen Ofen. Also, da brauche ich auch ein Mackey, ist auch nicht dazu. Ja, es, 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 es fehlt halt echt die Relation. Also, ich bin halt echt nicht gewillt für Fast Food, für so einen mickrigen Burger plus Bommes plus ein Getränk 17 Euro zu zahlen. Das mache ich nicht. Das, das, na. Ja. Das mache ich nicht. Nicht für dieses Franchise. Nicht für dieses Franchise. Die waren immer schnell billig. Das waren sie immer. Punkt. Ja. Weil wenn ich mir denke, ich kann zum Burger Riester oder zum Le Burger oder in irgendein anderes Burgerlokal gehen. Und dort kriege ich einen Burger, einen geilen Burger für 14 Euro. Aber der ist wirklich geil. Ja. Und dann vielleicht noch handgeschnittene Pommes. Genau, ja. Da kriege ich das aber für 14 Euro. Aber bei Mac, das zahle ich für so einen zusammenquetschten, mickrigen Scheißburger plus ein Getränk plus Pommes 17 Euro, aber nicht. Der, der vielleicht schon 5 Minuten in der Wärmetheke da liegt. Na. Und alles zusammenpappt. So damals, wo der noch um einen Euro war oder so. Da sind wir 1,50. Soll der heute 1,60 kosten. Okay. Soll der Big Mac 3,70 Euro kosten. Ja. Alles in Ordnung. Aber das, was die jetzt aufführen, sicher nicht. Das ist unbelievable. Unbelievable. Ja, aber das finde ich gut. Das erzieht auch. Ich habe wieder viel mehr gekocht in letzter Zeit. Ja. Hatte wieder viel mehr Freude. Das ist ja Gott sei Dank noch leistbar. Einkaufen gehen. Ja. Wir kaufen ja auch immer für 5 Tage ein. Bzw. 7 Tage. Sagen wir 7 Tage. Wobei Sonntag ist immer einfach. Da wird einfach der Knödelteig gekauft und Fleisch. Geil. Samstag ist immer entweder Nudeln oder Pizzatag. Unter der Woche machen wir immer spontan, was wir gerade eingekauft haben. Sind Mackie Menüs von 8,98 Euro vom Preis her fair? Weiß es nicht. Was beinhaltet das Menü? Wenn es ein Big Mac Menü ist. Ja, ist auch schon. Ja. Ja, was wir halt nicht mitbekommen, wenn die Preise gleich bleiben oder ähnlich bleiben, die Menge. Wir wissen nicht, ob die die Pommes Schale kleiner gemacht haben, die jetzt die M-Pommes oder was. Oder die großen Pommes Schalen. Oh mein Gott, Franz. Oder die Burger-Pattys, ob die die kleiner gemacht haben, um den M-Mü. Das wissen wir ja alles nicht. Ja, das wissen wir. Ey Tim, danke für dein Re-Sub im dritten Monat. Mahlzeit. Na, das ist einfach. Na. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da gehe ich mir lieber einen Döner holen, um 4,50 Euro oder so. Da habe ich wirklich mehr davon. Und in einem Döner ist, ein Döner ist in der Herstellung teurer so ein scheiß Big Mac. Ja. Bei 17 Euro in Frankfurt am Main bekommst du ein ganzes Mac-Menü, eine große Pommes und eine mittlere Cola. Ja, aber das ist doch gestört. Ein Mac-Menü plus eine Pommes plus 17 Euro. Alter, da kannst du beim, ich sage jetzt, da kannst du beim Burger-Risto oder Le-Burger, kannst du dann einen handgemachten geilen Burger essen plus Fries und unendlich Soßen und ein Getränk. Jetzt haben wir mal für roundabout 18. Und das ist aber wirklich ein geiler Burger. 17 Euro für Mac-Menü ist gestört, finde ich. Ja, nee, ich gar nicht. Plus das Ganze. Das dürfte meiner Meinung nach höchstens das Ganze, so wie du es jetzt geschrieben hast, 12 Euro kosten plus die Inflation eingerechnet. Bei uns kostet der Döner 8 Euro und keine 4,50 Euro. Das habe ich auch schon mitgekriegt, dass die Dönerpreise... Aber genau so fühle ich mich bei mir bei Mac-E. Der Döner kostet bei mir 4,50 Euro. Ein hochwertiger Burger in einem Restaurant kostet 12 Euro, aber beim scheiß Mac-E kostet 18 Euro bei uns. Das ist gestört. So, ich starte Radio Not. Mach mal. Wir leften. Aber ja. Jedem das Seine. Richtig. So, jeder machen, wie er möchte. Wenn jemand dort... Aber ich habe für mich den Entschluss gefasst. Nur für mich. Dass das nicht mehr fördert, dass der Mac-E seine eigene Inflation macht. Und die beträgt nicht 9%, sondern die beträgt 120% im Jahr. Und damit, für diese Qualität, was man dort kriegt, mache ich nicht mit. Ja. So. So. Wir laden ein. Achtung, Commander-Modus. Hey, ich will keinen Commander-Modus. Wo bin ich denn jetzt? Also, äh? Nee, verlassen. Hauptmenü. So. Hi. Er ist mich? Bist du da? Bist du da? Hallo? Ich bin voll da. Gut, ich warte auf die Einladung. Ja, ich muss gerade eine Lobby machen. Ja, da bin ich sehr begeistert von deinen Lobbys, muss ich sagen. Ich bin, ähm, ein Fan... Die sind, die sind stabil. Ein Fan von deiner Lobby-Arbeit. Chief Alvarez, please call Dusk. Chief Alvarez, please call Dusk. Liegt das an mir? Habe ich schlechte Internetverbindung? Ich höre dich nämlich total, total schlecht. Echt? Na. Ja. Keine Ahnung. Also, bei mir ist aber so wie, so alles wie immer. Okay. Nichts verstellt. Ted? Ted? Liegt das an mir? Bei mir? Wollen wir an Andreas reinhören mal kurz? Na, ich glaube, bei mir im Stream geht alles. Hä? Wieso bist du denn bei mir so? Ich nehme mal ein anderes Sturmgewehr da. Bei dir ist es auch normal. Okay, wenn es bei mir normal ist. Gut. Können wir so machen. Nehmen wir mal einfach die MK-18. Warum nicht? Nehmen wir mal einen Schalldämpfer, keinen. Liegt da noch an. Okay. Vertical Recoil Horizonte. Passt das, wenn die Waffe hochzieht? Taschenlampe. Passt. Christian Andl war lustig. Ja, ich grüße ihn, wenn ich ihn treffe. Hm, okay. Wir haben Mitspieler. Wir können auf den RLO-Discord wechseln, weil dann kann ich Leute rein, easy reinmufen, ohne dass wir Gruppen jetzt gründen. Okay, machen wir. Dann, ähm, ich bin im Wartesorge. Easy. Guten Tag. Guten Tag. So. Macht er da viel jetzt mit, oder sind wir mal alleine? Ja, ähm, ich muss bloß kurz. Ja. Nee, nicht. Wir haben, tut mir leid, wir haben es nicht kurz. Das tut mir ganz leid, Franz. Nee, nee, warte. Nein, nein, warte, geht ganz, ganz schlecht. So, ich lade dich einmal ein. Tüttel in. Tüttel in. Ich bin stark. Also, ich bin drin. Ich bin ein trottelchen Speedlosser eingeladen. Der Chris wird sich jetzt denken. Der kommt da, gell. Vielleicht spielt er mit. Ich habe ihm schon vorgeschrieben gehabt, also er sollte sich bereit machen. Er muss halt bloß irgendwo jetzt noch. Ich habe ihm gesagt, er soll sich mal in den Teambereich setzen. Okay. Ja, aber mindestens. Sag es mir, wenn er drin ist, weil ich habe den Discord minimiert. So, ich werde einmal kurz gucken. Was haben wir denn da? Ich werde dich jetzt erst mal flashen. Nein! Das war ein Auftritt von dir. Freunde, lass mal ein Like da. Vielleicht kommen wir auf die 300, 400 Likes noch zum Wochenanfang. Let's go. Machen wir mal ein CJ. Komm, der begrüßt euch mal alle. CJ, zieh deine Schuhe aus. Dankeschön für den Support. Ich kuss Freunde raus. Abo dalassen. Like dalassen. Auf diesem Sinne. Fuss geht raus. Alle mal auf den Like-Button hauen. Let's go. Alle CJ in the chat. Na komm, ich habe doch bloß noch 20 Minuten, Jungs. Ja, wir starten. Das mit dem Laden nach dem, also das mit dem Laden nach dem Update ist, sorry. Kommt da? Ich bin gerade erst mal übel zängt. Ich bin da erst mal übel zängt geblieben. Ach so, er ist im Teambereich. Ich kann gerade nicht minimieren, weil ich gerade reinlade. Ja, ich habe es gerade. So, grüß sie. Handels, äh, kleiner Bimpi. Ja, danke für zwei Euro. Grüße. So, wir starten. Also na, warte mal, wir müssen noch, äh, Dinge einladen. Ja, Paul ist geflasht hier. Hallo, ich starte gerade schon. Hallo. Kannst du, Franz, kannst du ihn einladen oder muss ich das machen? Ähm. Ne, das musst du machen. Du hast ja die, äh, Dings aufgeben. Okay, ja, aber wir sind nicht befreundet, gell? Das heißt, ich muss nur kurz reden. Es ist aber auch richtig, okay? Probier's nochmal. Wo war das nochmal? Hast du mir mal irgendwann eine FA geschickt, zufällig, Phil? Hm, ne, glaube nicht. Aber Franz müsste mich auch einladen können. Okay, ja, dann nicht. Oder ich müsste auch Franz bei einer Lobby beitreten können. Okay. Weil die Lobby... Ich habe Lobbymanager gemacht, ich sehe ihn nicht. Na, du musst auf. Mach mal Shift und Tab. Mach bei euch, komm gleich wieder. Shift, Tab und dann probier ihn nochmal darüber einladen. Das ist so ein Haken und dann kannst du nämlich unten in Lobby einladen. Ah. Das ist Nummer zwei. Dankeschön. Ich habe gerade eine Ikea-Zim-Schnecke gekriegt. Das finde ich jetzt nicht, was du meinst. Ui. Ähm, Shift und Tab. Ja, dann habe ich das Menü, da sehe ich auch deine... Genau, und dann gehst du auf ihn rauf und dann hast du so einen Haken nach unten in seinem Namen, so rechts davon. Ich sehe ihn... Bist du auf online gestellt, Phil? Ja. Ja. Ah, sie? Ich sehe ihn wieder auf dem Erdbeer, ja? Okay, die sind wir normal. Freunde? Sonst müssen wir uns halt kurz irgendwie adden. Kannst du mir den Code schicken? Und dir? Ja, oder? Ja, oder? Das... Ich hab... Na, jetzt hab ich voll's. Phil, ich hab's ja... Ja, ja, ich hab's gefunden. Probieren wir's so sonst. Vegas Games war halt lustig, safe. War geil. Schauen wir mal, ob es rein schafft. Geht's bei dir bis jetzt? Es lädt. Wer? Es nach diesem Hotfix, es lädt sich immer zu Tode, ey. Also, ich... Ich war bis jetzt immer Host, das Wäden. Hm. Geh in der Zwischenzeit mein Loadout machen. As, äh, joint the game. Hat funktioniert. Tipi-toppi. Also, ich bin ready. Mhm. Ich hab... Von gestern noch alles. Müssen schauen, welche Map wir machen. Kommt halt drauf an. Also, ich hab hier wieder meine Ramme, ne? Ja. Also, ich find das super. Hast du dein Loadout? Fertig, Phil? Wo ist der? Ah, da. Jetzt... Die Ohren, eigentlich. Bruder, kannst du dich bewegen? Du stehst so komisch da. Warte. Ja. Ich muss erst mal gucken, welche Taste das war. Du mit deinem Hawaii-Hemd, ey. Ja. Entschuldigung. Sind wir ready? Jo. So. Wunsch-Map? Keine Wunsch-Map? Okay. Keine Wunsch-Map. Okay, dann mach mal. Ich wollte grad schon wieder Ideen im März sagen, aber ich lass... Naja. Das ist die einzigste nicht. Träger der Rewe. So, hier bin ich. Wir sind fertig, Alex. Dann probieren wir... Ja, los geht's. Ja, wir starten ja schon. Jetzt suchen wir gerade nur noch eine Map. Ach so, ja. Wir können mal... Wir machen die Post. Wie wir die machen. Post. Post. Logistik-Zentrum. Wieso sagt mir das gerade gar nichts? Wieso sagt mir das... Warte, Franz, du hast eine Ramme, ne? Ich hab Ramme, ja. Jetzt musst du aber hinmachen noch. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, dass du das Schild nimmst. Nimm mal einen Schildträger. Ja. Ninja Turtle. Wenn ich das in meinen Rücken schießt, deswegen... Lieber Schild. Genau, ist nicht ready. Ich? Nee, auf Gott sei Dank. Ich bin ready. Okay. Ich bin so stolz, dass wir letztens Drehgalerie beigschafft haben. Ey, da war ich schon dabei, gell? Mhm. Nur durch mich. Auf dem Aufbrechding steht Knock Knock. Knock Knock, who's there? Okay, jetzt machen wir Musik wieder aus. Los geht's. Mhm. Warte, letzter Biss. Ja, ja. Ready. Langsam, wir lassen erst mal einen anderen Durchstand durch die Glastür. Unten mit seiner Kamera, weil wichtig. Was passiert, Andreas? Er hat doch den ersten Blick Flieh aus. Gut, machst du auf? Ich schätze, nein. Ich habe Flasch, nein. Zug sperrt. Ich mache auf. Oder wir können... Warum willst du das reinwerfen, Alex? Weil ich das kann. Warte, mir ist die Tür aufbrechen. Ich kann sie nicht aufsperren. Warte, ich habe... Ich habe einen Schlüssel dabei. Warte, wieso Schlüssel? Sehr gut. Hier. Okay, Tür links, Tür rechts. Zwei links, zwei rechts. Oder es reicht einer. Einer reicht links, zwei rechts. Drei rechts. Rechts ist zu. Rechts ist eine Tür, die zu ist. Und alles clear. Hier. Deckt dir mal bitte die Tür. Ich gehe mal mit dem Optimal hin. Äh, jo. Okay, dahinter ist eine Tür auf Long gerade und eine Tür ist auf der rechten Seite. Kein Gegner sichtlich da. Ich schaue mal bei der anderen Tür. Jo, wir decken dich. Da ist ein Lager, da ist ein bewaffneter Gegner drin. Wo genau, wenn ich reinschaue? Auf 1 Uhr. Auf 1 Uhr, alles klar. Mach auf, ich mache ihn weg. Okay. Drei, zwei, eins, go. Hast du ihn? Ja, der liegt, der liegt. Ich habe nochmal nachgeschossen. Ich stehe auf der anderen Seite von Dresden. Mach mal sicher, dann tun wir mal einsammeln. Ich versteck dich. Gut. Hast du links? Wir haben ja alle Silencer auf der Waffe, oder? Da kommt jemand. Ich nicht. Nein! Nein! Doch, doch, war gut, war gut. Nein, war nicht gut. Wieso, du hast eine Waffe gehabt? Nein, ich wollte ihn erschießen. Da ist noch einer hinter dem Gang. Ich glaube, rechts. Warte, 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 warte. Auf dem Flash, weg! Down. Sehr schön. Sicher mal. Ich bin der beste Swartler, ey. Warum ist sicher? Sehr schön. Da kommt jemand? Hinter euch ist die Tür auf. Hinter euch ist die Tür auf. Ja, ja, das weiß ich. Da habe ich schon geguckt. Also nicht noch nicht reingeguckt. Ja, da war jemand da, Alex. Ja, ja, ich habe nicht reingeguckt. Okay. Cabin. Ja, ich weiß. Jemanden mit Schild, ne? Ich wollte es nochmal gefragt haben. Warum? Wir sind Special Forces. Wir haben kein Schild. Ich sichere nach hinten ab, dass... ...kann auf jeden Fall schießt. Ich habe leider nur einen Schuss ins Bein abprägt. Ich habe zwei schon erschossen. Und ein Super dabei. Ich kann dir noch einen geben, Alex. 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 Das Schild ist auch praktisch. So, ich schaue mal mit dem Opti-Warn durch. Ja, ja, ja. Da kam nichts aus der Tür. Da sind Stimmen. Okay. Da geht es nach draußen, aber da ist eine Tür rechts. Ich glaube, dort sind die Gegner. Okay. Wir sind hier hinten, ja? Hier in einem großen Raum, ja, ja. Wo ich zur Tür offen stehe. Wo hinter mir der Täter liegt. Okay. Auf zwölf Uhr ist einer, der ist jetzt auf zwölf Uhr. Da laufen wir hier. Das ist eine Zeit. Geisel, aber der steht hier da hinten, wo ich mit der Taschenabin leuchte. Ich muss langsam rein. Vielleicht drauf sogar gleich direkt. Also, da geht es ins Tüko, wo? Schüsse, Schüsse, Schüsse. Warte, warte. Der ist ganz hinten, der ist hinten an der Treppe. Das ist gerade so. Ich sehe ihn nicht. Er hat einen Headshot bekommen. Rechts in der Ecke kommt jetzt noch einer gelaufen, wo ich hinleuchte. Warte, ich muss nach Land. Da, da, ich sehe ihn. Ich glaube, ich habe jemanden erwischt. Der ist oben Krippe, ne? Ist auch noch irgendwie. Ich glaube, ich habe den um elf Uhr erwischt. Links ist Sauber. Oh, Alter, kam mir übrigens angeflogen. Aufpassen von oben auch. Oh Gott. Da hinten ist ein Zivilist. Gibt sich. Warte. Kommt aus der Halle rechts. Was war das denn jetzt? Zu down? Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Rüsch sagen will. Ich habe ihn, ich habe ihn. Da in dem Büro sind Leute. Decken wir das. Der hat gerade weg, den du erschossen hast. Er hat den Geisel getötet. Scheiße. Ich gehe mal vor. Wo kommt das denn her? Hinter dir. Ach du Scheiße. Ich schaue hinter uns. Scheiße, du denn die Rüschel. Du bist doch down. Achtung, wir müssen das Büro decken. Oh, hinter mir, hinter mir, oder? Ich wurde getroffen. Ist down, ist down. Danke, danke, danke. Hans ist auch down. Was? Hans ist down. Warte, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Hinter dir, hinter dir, da das Büro, da ist ein Leut drin, safe. Warte mal, ich gehe mit dem Opti-One hin. Da ist eine Geisel drin, ich sehe jetzt aber keinen. Ich würde den Flash reinhauen. Machst du? Dann gehen wir da, ich peek auf. Da, von der Seite, das ist nur noch ein Spalt. Drei, zwei, eins, go. Ja, stopp. Scheiße. Start. Der Spalt hat nicht gereicht, sage ich dir. Decker ist von hinten. Wurde die Geiselhammer. Ich würde gerne die Büroräume oben klären. Dann gehen wir hoch. Warte oben auf euch. Ja, schön. Warte, Opti-One, steckst mich bitte. Da sind safe welche dahinter. Ich höre Stimmen. Ja. Ich sehe sie nicht, aber die Stimmen kommen rechts hinten in den Raum. Okay. Da eine Flash reinwerfen bringt jetzt noch nichts. Bringt da jetzt auch nichts. Okay. Dies Zug geht nicht so weit. Können wir hier reingucken? Ja, hier können wir reingucken. Guck mal. So. Geh rein. Wie gesagt, hinten rechts. Geh rein. Geh rein. Warte, ich wirf eine Bang da über die Ding. Ganz rechts ist da. Geh rein. Ich bin hinten, hier ist keiner. Okay, da waren Stimmen. Ich denke mal, da ist hier die Treppe runter. Das könnte sein. Das Licht kannst du ausmachen, Alex. Okay. Wie viel Leben hast du noch? Ich würd ziemlich an Poppisschen. Scheiße. Was denn? Ja, ist schon ziemlich gefragt. Wir haben einen Order to Chaos. Haben wir nicht. Haben wir? Haben wir noch nicht? Was? Ach, noch nicht. So, jetzt kommen diese Hallen da. Die haben wir über rechts. Da ist eine Geisel. Ich lass die mal herkommen. Ach so. Kann man machen. Warte, ich lass die Geisel herkommen. Ja. Bleib du mal ein bisschen weiter hinten, Phil. Ich werde die Frage, ob da noch außen welche sind. Hier ist noch eine Tür, ne? Ich denke mal, dass noch draußen welche sind. Dann könnten wir auch hinten mal wieder zurückgehen und von außen rein. So, ich nehm den mal fest. Stecke dich. Die Haare. Wie ist er rauscht da? Wie ist er rauscht da? Dann gehen wir mal außen. Okay, dann gehen wir mal rückzug. Hier drüben sind halt noch keine gesichert, ne? Wo? Hier, weil es da ja nach draußen geht und ich weiß nicht, ob draußen noch welche sind. Ach so, ja, ich werde von außen. Wie hier hinten rum, oder was? Ja, hinten über den. Kommt's mit, folgt's mir. Wir folgen hier. Durch Leben und Taut. Aber so ist wohl. So, weil es wieder eine Tür ist, ob die waren. Ob die waren Kenobi. Okay. Kann sein, dass wir da draußen jetzt direkt ein Feind. Oder? Was tut es? Warte, warte, warte. Ich hab da was Gutes. Geh mal ein bisschen weg. Sehr schön. Mein Bein ist jetzt gebrochen. Ist es gebrochen? Ja. Ja. Der Depp nutzt natürlich auch genau das Bein, was angeschossen worden ist. Was ist eigentlich mit der Tür? Da können wir, da kamen wir, äh, da waren wir schon in den Raum. Ja? Ja, von da kommen wir. Jo, stimmt. Passt. Da ist nix. Nicht einfach vorlaufen, sagts Bescheid. Guck nur nach hinten. Will, willst du ein bisschen hinten bleiben? Oder? Will, ist liebens. Äh, vier an der Seite. Okay. Links ist clear. Ist gerade aus, ist auch soweit clear. Da ist ne Geisel. Ja. Lass sie mal herkommen. So, lass mir den nochmal geschmeidig da herkommen. Ich weiß nicht, wo der jetzt herumkrebst, aber... Ah, da vorne ist er wieder herslided. They see me rolling. They hate it. Ist schon wie chillig. Wupp, 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 wupp. Ist so, dass sie auch geschissen hat, schau. Denkt sie mich? Jupp. Put your fucking hands up. Oh, man, ich sag, dass du seine Hand hältst. Wupp, schau. Schwach. Woah. Abzettet. Down. Oh, das hat mir wehgetan. Das hat mir wehgetan. Ich hab zwar hingeguckt, aber ich hab den nicht gesehen. Ja, der stand in dem LKW drinnen. Ja, genau. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, in diesem Post-LKW. Ja. Ach, wie ekelhaft. Ja. Aber ich hab geguckt, gell. Ich hab geguckt. Aber ist der zuerst geschossen? Ein kleiner. Wir haben ein Versteck. Warte, ich schau mal wegen Order to Chaos. Nein, haben wir noch nicht. Okay. Scheiße. Ja, wir haben noch Gegner. Das ist so unübersichtlich, ne? Hm. Vor allem, die können halt in jeder Ecke ja ruck rauchen. Boah, ja, hab ich ja gemerkt. Du bist wortwörtlich wirklich von der Ecke kult worden. Ne, vor allem hab ich reingeguckt vorher, ne? Der war mit seinem B-chen in Anzug, war der so getarnt. Ich hab den so schnell nicht gesehen, ne? Oh, und dann noch diese Pakete, die sich bewegen. Boah. Ja, die kommt drumrum. Ich kann halt, wir können halt nicht mit rein, weil du da stehst, gell. Ja, warte mal. Ist da ein anderer Weg rein? Ja, ist der. Ja, ist der. Hau ne Bang, hau ne Bang. Habt ihr den schon? Nein. Mach mal. Der war oben da auf dieser Brücke. Aber der ist dann wieder weg. Warte, warte. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab dir geholfen. Ich glaub, wir haben, naja, wir haben noch nicht Order to Chaos. Ah, ich hab ihm doch einen Headshot gegeben da oben. Der ist doch down. Wir können nur mehr da irgendwo jetzt in der Nähe sein. Aufpassen. Das kann nur mehr der Letzte oder so. Wo, 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 wo? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Bist du oben? Bin da oben auf dieser Brücke. Da geht noch ne Tür raus. Bin neben mir. Der steht auf, der steht auf. Oh! Was war das denn? Hey, was denn jetzt passiert? Hey, wieso haben wir es schon beendet? Weil alles erledigt ist. Na, da hinten haben wir noch ne Geisel zum sichern. Okay. Ist ja komisch. Achso, weil wir wahrscheinlich eh schon verkackt haben mit... Ja, keine Ahnung. Unauthorized used of deadly force. Zivilien killed. Oh mein Gott, was denn da passiert? Ihr Scheißen. Hey, wie echt gut gemacht. Schade. Hey, wie echt gut gemacht, ja. Haben wir noch was Schnelles? Was Schnelles? Ah, Tankstelle. Ja, ganz Schnelles. Tankstelle. Tankstelle. Gut. Oder die Sprengfallen. Oh nein, bitte nicht. Das ist die größte Dreieckse. Ganz, ganz schnell die Tankstelle. Dafür schmeiß ich jetzt auch mit ner Blendgranate ab euch. Zack. Bitteschön. Danke, bis bald. Tschüss. Aua. Ey, rahm mich nicht weg hier, Junge. Äh, Junge. Rass ich mal um, Alex. Duco, Junge. Auf gar keinen Fall. Wenn mit jemandem zu mir sagt, der dir dich um, werde ich das nicht tun. Duco, Junge. Ihr müsst Ready drücken, Leute. Y. Ich muss mal... Nee, drück Ready. Man muss was ändern. Ich hatte nur zwei Magazine Pistolen-Muni mit. Deswegen war die auch so schnell. Das reicht, das reicht doch. Wir wollen eh keine... Let's go. Schauen wir die 400 Likes heute. Würde mich mega freuen. Danke für den entspannten Abend. Sehr gerne. Sehr, sehr. Sehr gerne. Sehr, sehr. War echt entspannt. War sehr entspannt, ja. War angespannt. Ja, face to face mit 60. War sehr angespannt. Sehr, sehr gespannt. Sehr angespannt. War schon ein bisschen stressig mit 60 Leuten oder 50. War stressig, oder? Also face to face war Katastrophen. Ich fand das stressig. Aber, was macht man nicht alles? Wenn der Andreas meint, ey, ich hab ne Idee, machen wir 64 Leute. Ich denke, das ist allgemeine Wohl. Da haben wir halt alle mitspielt. Ja, wie gesagt, das war ein sehr guter Punkt. Das liegt doch aber auch ganz schön. Da liegt jemand. Jungs, da liegt jemand. Nein, haben wir schon. Da liegt jemand, Jungs. Da ist die Partei rein oder rechts? Wir gehen geradeaus rein. Willst du durchgucken mit deinen... Warte mal, ich seh da schon. Warte mal, ich seh da schon. Ich seh da schon. Aber ich seh da... Da ist ne Geisel. Rechts ist ne Geisel. Links ist okay. Das ist ne Geisel, siehst du okay. Ja, die hab ich schon gesehen, die... Aber die haben wir auch schon. Ich würde mal reinschauen. Okay, zwei links, zwei rechts. Ich geh mit dir rechts. Hab einen. Rechts down. Links ist hier auch down erstmal. Nimm du den fest, ich... Säuber. Okay, du deckst mich bitte, Alex. Warte, warte, nachladen, jetzt. Sag mal, schießt ihr Einzelschuss oder Feuerautomatik? Einzel. Einzelschuss. Ich brauch ne Hilfe. Ich brauch ne Hilfe. Dritt, 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 dritt. Musst du ein Vieh nehmen. Erst rechts, oder? Ich hab... Ja. Und? Lass rüber gehen, weil ich hab kein... Durchgucken. Ja, kommt zu uns. Woa, da hab ich nicht hingeguckt. Hab dich, hab dich, hab dich. Danke. Ich hab überall hingeguckt, aber nicht da. Ist sicher, ist sicher geradeaus lang. Oh mein Gott. Ich hab hier einen hinterm Tresen, aber ich komm nicht ran. Aber ich könnt... Komm mal. Geilgut. Nee, das ist ein Täter, der hat die Waffen schon hingeschmissen. Achso. Der kommt halt nur von hinten ran. Der kommt nur von hinten ran. Ist sicher lang, Geisel? Das hat Menschen unter den Hund fallen umgebracht. Keine Umgebracht. Geil du links rein, oder? Ähm, warte, ich schau mir in Optiva einen Dexter flogen. Ich mach. Keine Bewegung hinter der Tür. Äh, wir haben alle Täter. Alex hat den letzten grad ausgescheuert. Ja, ja. Dann rett mal. Kann man einen Hund töten, diese Gesen... Boah. Schlimm, gleich. Schlimm. Gut, dass du den exekutiert hast, das Schwein. Ah, ja. Ja, ich wollte halt das nicht, Geil. Da hängt der Gitarre schon, ja? Und der Phil hat schon jemanden exekutiert, der sich schon gegeben hat. Blödisch. Ist genau so ein Mittäter mit dem Hund. Das Kind und den Ladenbesitzer... Ah, den Ladenbesitzer... Der müsste da bei dir, Phil, sein, der Ladenbesitzer, oder? Den Ladenbesitzer hab ich schon. Hast du. Das Kind, war das hier an der Ecke? Ähm, ja doch, da in... Warte, ich glaub, ich weiß, wo sie ist. Na. Warte, nicht hier? Warte mal. Da ist es, ganz hinten im Raum. Ah, ja. Hab ich... Na, raus, bestimmt mal. Rätten sie alle Zivilisten. Oh, aua. Ich hab noch keine Flash geschmessen. Jetzt... Nicht schmeißen. Hands up! Hands up! Drop your police! Ich geh' rechts. Ja, ich denk. Hier. Ab, ab, ab. Bis draußen, ja? Da, wo wir reingekommen sind, bloß dir, weil... Da weglaufen, ja. Ja, da wollte uns da herlaufen. Haben wir alles? Ja, haben alles. Glaub ich. Oder? Warte mal. Nee, nee. Na, Azi, wie fehlt noch? Aber ich hab jetzt alles unten durchgeguckt. Ich hab keinen mehr gefunden. Müssen wir nochmal draußen schauen. Hier ist lichter und ein Verbrecher an. Oh, nee. Okay. Ah, nee, der hat keine Hand mehr. Ja, das ist meine Schussschuld. Ja, meine Hand kann man nicht anbinden. Ich hab hier keinen mehr gesehen, gell? Jetzt! Ich würde mindestens eine A-plus hören. Ja. I don't know. Du brauchst denn den gleich Kühlraum, Franz? Es fehlt ein Zivilis-Zi-Zi-Zi-Li-Miss. Hat eigentlich ne Gitarre. Ja, das hab ich dir vor 10 Sekunden... Nee, war 10 Minuten gesagt. Da war ich im Modus. Da waren wir grad. Sorry. Da oben steht noch jemand! Das ist ne Bub-Figur, du... Nix! Nimm dein Hand hoch! Hat eins auf die Bub-Figur eingefallen? Ja... Hab ich auch schon mal ein Handy gegeben, ja. Nee, ich hab die gefesselt. Wo ist denn der Letzte? Hä? Ach, Toilette, hab ich. Na, Toilette, da war was. Äh, da war's. Da war's beim Kackengstür. Hast du auf dem Weiberklo hier? Stark! Das war Punktlandung, 20 Uhr. Man! Na, war gut. Gut rausgezuckert. Ach, geil! Von daher... War der Bengel... Das war bestimmt... Persönlicher Bestwert steht schon da. Persönlicher Bestwert. Persönlicher Bestwert S. Bei mir. Oh, Strafe! Wer hat denn da Strafe gemacht? Ich glaube, Alex, das war's du mit deiner Art. Ich? Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ui, Jungs. Wunderbar, da ist es ein B geworden. Oh, yeah. Ich bin an dieser Stelle raus. Okay. Und ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben. Auch bei dir, Andreas. War sehr, sehr, sehr schön. Danke für die Einladung. Und, ähm, lass uns das mal wiederholen, gell? Mhm. Und deswegen... Nächste Woche safe wieder machen. Safe. Erstmal tschüss, gell? Tschüss. Jo, ciao. Alex. Wir hauen uns noch ein bisschen ins Gedümmel, oder? Ich hätte noch einen Nachkömmling, Andi. Ja. 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 Der guckt doch auch schon dringend durch, oder? Was? Ich, der saß unten im Teambereich, glaube ich. Der Manu. Der Manu ist der... Korzi. Anubis. Ach so. Und die heißen ja, ja. Ach so. Das sind beides Manus, ja. Hallo. einen wunderschönen... Ich habe ihn jetzt mal einfach so frech raufzogen. Ich hatte ihn ja schon geschrieben. Ich lade dich mal ein. Kommst du rein, kommst du rein. Ich folge der Einladung. So. Oh, das ging schnell. Oh, das stehen tut er schon da. Ja, ich bin da, ich bin da. Gut, dann machen wir eine Mission. Weißt du was, ich habe jetzt echt mal Lust auf einen Club. Habt ihr unten einen besonderen Wunsch? Silencer, kein Silencer. Silencer haben wir alle drauf, ja. Ich habe das Schrotflinte an. Ja gut, im Club ist es scheißegal. Aber die Leise hat er. Aber ich mag Silencer wegen der Mündung auch gerne. Ist ja kein Problem. Ich habe einen Knock Knock. Andel hat das Opti. Ja. Er hat ein Schild dabei. Vielleicht glaube ich auch das Schild. Ich habe ein Schild, ja. Kann ich auch auf die Schrenze nehmen, die Türschrotze. Oder ein Blendy, ein Werfer. Oder einen zweiten Opti. Oder ein Schild bei Andel, ja. Ja, absolut. Ja, ich glaube im Club kann man eh auch mit dem Schild. Das ist eh wurscht. Leute, ready für den Club. Das war damals immer unsere Lieblingsmap. Ist geil. Ich meine... Im Club kann man doch auch das anziehen, ne? Was hast du denn jetzt gesagt? Ja. Sieht da seine Club-Sachen an? Ja, ja. Sein Club-Bändchen hat er sogar hier, sein VIP-Bändchen. Sind wir ready? Ich? Ja, aber sowas schon. Ja. Club ist ein bisschen heftig. Da gibt es gleich Ballerei von Tür 1 weg. Okay. Ich glaube, ich habe das noch. Da kann es im ersten Action so richtig weggeholt werden. Am besten ist, wir schauen einmal, wir klären unten. Dann gehen wir über den linken Gang außen. Schauen wir, dass wir vorkommen zur Treppe. Und dann säubern wir mal oben. Und dann gehen wir unten hinten durch. Das muss man sonst schon durch. Ich führe euch. Ich hoffe, der ist jetzt nicht umgebaut wie das Autohaus, ne? Ist er nicht. Nein, nein. Nein, okay. Okay. Oha. Falktsman. Ja, das ist ein Blutbad. Alter, was ist das? Das ist ja ein Sack, Alter. Ja, das sind auch Typen mit MG drin. Das ist ja wie Las Vegas. Okay, wir gehen rein. Ist klar. So, da passen wir jetzt schon einmal auf. Feindbeschuss rechts könnte schon stattfinden. Okay. Ich gehe vor mit dem Schild. Ja. Da steht einer hinter der Theke. Eine Geisel. Das ist eine Geisel. So, da warten wir jetzt einmal kurz. Oh, die hat einen Bombengürtel drauf. Ach du Scheiße. Das hast du nicht erwähnt. Die hat einen Bombengürtel drauf. Was machen wir da? Ähm, warte mal. Oder? Stimmt, da müsst ihr aufpassen. Auf der Map gibt's Bombengürtel. Das heißt, wenn sie die anschießt... Oh. Tür auf. Oh, fuck, 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 oh, do I get this off? Ja, beim Bombengürtel kann man eh nix machen. Oder? Rausbringen, dann soll sie da platzen. Was meint die mit Feindbeschuss schießen? Sehr gut, sehr gut. Ja, der kam oben, ist down. Der hat, der hat, der hat bisschen gespielt. Warte mal, ich, warte, ich, ich, ich trage sie. Bring die wirklich raus. Oh, das war sehr, sehr unverteidhaft. Du hast mir ihr Poppes ins Gesicht gespielt. So, ich hab mir den letzten raus. So, bleib da draußen. Ich mach die Türen dazu. Ich geh mal ein Stück vor. Ich hab links die Tür. Ich hör's piepen. Das ist der Geldautomart neben mir. Wir gehen langsam vor. Hat jemand einen Hit gekriegt? Nö. Äh, ich hatte was abbekommen. Ich hab hier oben nach heute. Oh, nach oben. Na, Polaroid. Das ist hier der Geldautomart. Ich hab links eine Tür. Okay. Geradeaus, die Tür ist zu. Dahinter, rechts, ist eine Dreh, ist eine Deke. Wie groß ist denn der Club? Riesig. Riesig. Ich steh hier die Doppeltür nach vorne. Okay. Da geht's ja in die Umkehr. Okay, da ist ein, da ist ein, da ist eine Geisel hinter der Tür. Was fuck you, Alter? Ich bin bei dir hier, bei der Doppeltür. Der nächste mit einem Bombengürtel. Was? Echt, ja. Ja, wieder. Da passiert eigentlich nichts. Du kannst da eigentlich drüber lassen. Ja, es geht mir nur, es geht nur nur darum, dass jemand die anschießt. Die selbe Frau. Wo seid ihr Team? Wir sind hier bei der Doppeltür, rechts, die machen Doppeltür. Okay, dann gehen wir da rein. Zu. Ich mach dir auf. Mach, mach knock, knock. Ja. Mach, knock, knock. Drei, zwei, eins. Drei. Doppeltür auf lang. Wir sind im Gang, links. Links, Doppeltür. Da treffen wir jetzt aufeinander nochmal. Also durch, ist frei. Hinter euch. Ja, ist schon gut, ich hab, ich hab ein bisschen. Ja, ja. Ich mach aber die Tür wieder zu, weil da geht's zur Tanzfläche. Okay. Ja. Okay, auf lang ist noch einer, der hat's jetzt überhaupt erledigt. Ich würde aber sagen, wir, wir gehen, äh, über links, da bei mir. Ich hab auch einen Bordengürtel gehört. Ich würde auf jeden Fall nicht auf die, die Tanzfläche jetzt gehen. Na, Tanzfläche, mach mal zu, wir gehen da über außen. Ich mach mal, äh, ich mach mal die Tür, ich mach mal einen, äh, links rein. Ich hab, ich hab, ich mach einen Stopp rein. Zwölf Uhr, nach, hinter der Tür, aber ich sag jetzt mal, zehn Meter Entfernung ist eine Geisel. Okay. Okay. Mach auf. Knock, knock. Oder? Okay. Ähm, links. Du hast die mal kommen. LSBD, don't move, get down it, don't move. Die Lanze im Fächer vor. Wie kommt die zu uns her? Schauen wir, dass wir die mal sichern. Sehr gut. Und dann schauen wir, dass wir links über das Stiegenhaus einmal oben klären. Weil oben ist immer mies, wenn wir vom High-Grounding-Wald lackiert werden, wenn wir die Tanzfläche säubern. Schusslinie. Schusslinie. Ey, Schusslinie. Okay, da gibt's mich. Kriegt sie fest. Wer hat denn die Laterne an? Gut, das Stiegenhaus jetzt links. Jetzt links? Dann gehen wir hoch. Okay. Ist sicher weiter lang. Bisschen wechseln. Achtung, Schuss. Achtung, du, diese Glenda kann man nicht durchschießen. Die Gegner können uns. Die können uns nicht. Moment. Blend. Blend. Schuss. Blend 2 kommt hinterher. Ja. Sehen nicht mehr. Ah. Jetzt kommen wir erstmal hoch. Da oben müssen wir uns jetzt links, rechts. Da ist ne Geisel. Ich hab links. Zwei Geiseln links. Warte, das ist ne. Das ist, glaube ich, ein Gangster, der sich da gibt. Komm bei dir mit, Annel. Warte, ich geh vor. Das ist ein Gangster. Ja, das ist ein Gangster, ja. Gut. Oh, ein Gangster. Links bei mir steht einer. Ich hab ja zwei Geiseln da nur. Ja. Wir gehen weiter rum. Treppe. Treppe ist frei. Dann gehen wir weiter links. Oh, Annel. Oh, scheiße. Ne, wer hat's denn hier? Irgendjemand? Was? Das war ich. Das war ich. Achso, du hast auf den Geiseln, ich hab gedacht, du schützt. Ich wollte nämlich für dich holen, dass er dich nicht umbringt. Wie der sich die ganze Zeit immer wieder zu mir dreht mit seinem Gesicht, Dave. Hilfe ist ein Ding, ne? Ich hab gerade mein Leben gelassen für ein Teammate. Schüsse links. Ja, das ist bei mir hier. Erster Auflagen. Wir kommen gleich rüber. Lass rüber. Ja. Was ist hinter mir, Franz? Gleich, warte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, warte. Äh. Warte, Schild. Ja, ne, alles gut. Ich geh jetzt hinter. Warte mal. Gut. Boah. Lass mich vorbei mit dem Schild. Ja. Ich hab auch ein Schild. So, zwei Schilder vorn. Die Mucke. Der steht hier rechts. Ja. Ich will noch so was nerviges an Musik hier, ey. Waffe leer, waffe leer. F in den Chat. Warte. Ich wollte den Schildträger schützen. Ich bin da. Alter, fall um. Fällt nicht um. Schieß nochmal drauf. So oft draufschießen, ist er wirklich gut. Komm her, ich muss nachladen. Warte, ich komm, ich geh durch. Wooker. Das sieht da richtig gut aus, ey. Nächstes Raum? Ja. Sicher mal rechts. Ja. Ich mach links. Ich hab rechts. Hinter uns kann man nischt mehr. Ich weiß nicht. Ja. Oh! Weißt wo? Lieber erstmal hier gucken. Boah. Die kommen aber auch von allen Seiten. Boah. Cool. Wie immer. Ich bin da unten. Wo ist denn der? Der hat durch die Wand durchgeflossen. Der schießt durch die Wand durch, obwohl wir sie nicht sehen können. Da wo die ganzen Schüsse in der Wand drin sind. Da kam die her. Ja. Aber wo ist der? Der muss ja oben stehen. Oder wo? Ja. Keine Ahnung. Stark. Ich hab zwei gedrückt, aber ich hab drei erwischt. Oh je. Probieren wir nochmal. Weil ich war alle gewesen und wollte eigentlich die Pistole holen. Okay Phil, ich merke mir, wenn du in einem Schussgefecht bist, dann lass ich dich. Ich wollte nämlich, dass du quasi stehen bleibst. Ich wollte den weg snacken, damit du nicht drauf gehst. So wie in der, weil in der Papierfabrik haben wir es auch so gemacht. Deswegen. Aber passt. Du bist halt vor mir lang gelaufen. Ich hab gerade abgedrückt. Ja, weil ich nicht wollte, dass du stirbst. Weil ich nicht gewusst habe, dass du zurückschießt. Ich hab gedacht, du stehst dann da. Hilflos und der bringt dich um. Ne, der stand halt, der stand wirklich drei Meter vor mir. Das ist ja voll stressig, ey. Die Map ist, pass. Okay. Also nicht wegen Licht und Musik. Na, die Gegner. Obwohl die ein bisschen Kacke ist. Okay, meiner Meinung aber. Ähm. Ähm. Weil die halt überall sein können da in diesem Scheiß, in dieser Launch. Ja, ja. Deswegen bleiben wir jetzt am besten zusammen, wir gehen als Vierer-Trupp. Gar nicht als 2-2. Das ist da gar nicht gut. Okay. Da müssen wir schon mal richtig aufpassen. Rezeption? Rezeption ist frei. Da ist da ein Schild vor. Oder beide Schilder vor. Die hab ich im Blick. Echt? Belegs ist einer. Äh, rechts ist einer. Aber? Wo? Warte, der. Glaub der ergibt sich, oder? Jo. Okay, der hat sich grad ergeben. Scheiß drauf. Ich ergeben. Jemand, der sowas gemacht hat, der hat er an die Wand gestellt. So. Ja, so doof wie es klingt, der schießt dann halt immer die Kniescheibe und dann ergeben die sich. Also, bei so viel sind die in den Abfahren hier, da frage ich niemanden. Na, ich wollte gerade sagen, oder? Neue Entry Team. Copy. Greenhouse, we'll take them out. Warte, ich geh mal mit dem Opti-Wahn und schau mal da vorne rein, ob da irgendwo eine Gefahr sein könnte. Ich hab die Tür links. Keine, keine Täter da vorne im Gang. Wir nehmen uns die Tür da vor. Ich schau nochmal durch. Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Keiner dahinter, wir gehen rein. Gut. Ich schau da unten. Ich schau da unten. Okay. Keine Personenbewegung dahinter sichtbar, wir gehen rein. Okay. Passt. Sicher, wir gehen über den Gang. Bitte einer trotzdem decken die Doppeltür. Ich schau da durch. Ich mach die zu. Okay. Feindbewegung. 12 Uhr. Hinter der Tür. Werde. Okay. Ich knie. Ähm. Einfach auf. Seitlich. Seitlich einfach aufmachen. Nicht aufstehen, Marshall. Nicht aufstehen. Ich bin... Geht die Schrot so weit? Ja. Der ist mitten im Raum. Dich lass ich dich treffen, Franz. Du musst dann direkt nach rechts weg. Ich steh mich sonst mit. Ich geh. Ich hab Platz. Geht. Okay. Haben wir. Merkt eh nix mehr. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Zwei Geisel. Gehen langsam vor. Warte, ich lass die Geisel herkommen. Lad nach. Nimmst mal das Schild wieder raus. Hinter uns die Tür können wir zumachen. Ja. 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 Daun, daun. Haben wir. Geisel hat nichts. Da hat nichts. Wie ist dein Helft? Kling. Manu. Alles gut. Wir gehen langsam vor. Ich nehme die Geisel und deckt sie mich. Den Täter muss jemand festnehmen. ich hab die treffe sie sichern den täter da vorne noch ja ich hab dir gar nicht die treppe ab ist erstmal alles gut da liegt nämlich eine waffe ok dann kann ich festnehmen wir das gehauen ich mach mal die tür zu oder wollen wir die mal sichern bevor wir weitergehen na wir gehen oben passt schon warte ich mache ich sperre den gericht sehr gute idee wir sammeln uns bei der treppe da vorne müssen wir uns jetzt nur fächern zwei links zwei rechts aber wir bleiben dann wieder warte ich lass ihn herkommen wir gehen aber gemeinsam dann beide über rechts stelle ich kann nicht durchschießen ja ich weiß ich habe eine flash card ich habe nach nicht auf nicht mit dem schuss steht stehen wo kam da wir warten dort gehen ich mal vor mann da inzwischen warte aber der piekt da um die ecke der hat mir ein headshot gedrückt ja der hat gerade in dem raum oder was ja der ist gerade in dem raum aber der piekt nur mit der waffe da hin und her der weg ist auf einer weg ja ich habe mich erwischt sichert mich mal ich gehe rein ja amblade habe ich 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 habe habe beide habe beide warm sich gefahren war doch nach online warte wir gehen da nicht da nicht da hin nicht ein wir gehen rechts durch die tue beginnt Da rechts. Von hinten noch. Weil da haben wir weniger Angriffsfläche. Sichern wir den einmal. Ich steck die Tür. Sitzt ein Zwiebelist drin? Ich habe einen Anliegen, ich gehe kurz rein. Der Map haben wir keinen Stress. Glaub ich halt. Oder? Haben wir Bomben-Drogen da drin? Nö. Das heißt, wir gehen langsam und safer. Geh, Schild. Higma. Rechts sauber. Da sind Gegner. Safe. Ja, da liegt schon einer da oben auf dem Boden. Genau, den habe ich. Wir nehmen den einmal fest. Wir bleiben da oben. Legt es bitte auf lang. Gebt es vor in die Ecke. Geht zu. Super, Anna. Gut. Langsam vor. Die eine Tür offen. Warte mal. Ich schaue, dass ich mit der anderen durch die Wand durchschauen kann. Da ist einer. Da ist einer. Der ist gerade. Hinten um die Ecke. Wo ich mit dem Hintergrund lege. Gerade ist kein Feind ersichtlich. Aber ich höre Stimmen rechts und geradeaus. Bescheid wer... Von links kann keiner kommen. Da ist eine Wand. Franz, ich mache den mal auf. Okay. Ja, nochmal. Richtig ist rechts, ja. Warte, ich gehe nicht... Ich gehe am besten gleich... Das ist genau nach rechts. Rechts ist halt auch offen. Sicher links, hinterlegt. Rechts geht es sicher links. Sehr schön, sehr schön. Wir gehen da, aber da haben wir Rückendeckung. Deck hinter uns, Franz. Ich mache rücken. Oh, jetzt ist die scheiß Transfläche. Zurück, zurück, zurück. Der ist auf der anderen Seite von der Transfläche. Ich lasse die Geisel mal herkommen. Move over here. Deck du weiter in hinten, bitte, Franz. Ich gucke nach hinten. Ich muss halt bloß... Warte, wir haben noch mal Kamera. Warte, Phil, bleib du in Position. Ich lasse sie zu mir kommen. Turn around. Gott, thank you so much. I want to cut out of here. Wir gehen nur über außen. Rechts außen. Franz, wir rücken auf. Rücken am besten. Hatte ich auch eine Bang? Ich glaube, ich habe... Ich bin mir nicht sicher. Der ist hinterm Dresen. Der ist hinterm Dresen. Ist down, ist down. Da ist eine Geisel, da ist eine Geisel. Warte, ich warte, ich warte... Geisel auf ihn. Warte, ich ziele weiterhin auf ihn. Wir sehen die V-Cos. Die Waffe. Ich habe den getacert, Alter. Ja, der hat nur so fette Westen an, wahrscheinlich. Ja, ich hatte die schwächste Waffe in diesem Spiel, finde ich heftig. Ich hatte ihn eigentlich im Kopf geschossen mit dem Taser. Ja, so wenige Hirnzellen wie der hat, Alter, kannst du da nichts mehr elektrisieren. Okay, wir haben... Da hinten ist... Die hinten sind auch schon gesichert, ne? Ja, schön, Team. Oder? Also, das war jetzt eine Frage, ob die da gesichert sind. Die sind alle gesichert, ja normal. Äh, Franz? Jetzt gehen wir doch. Was ist down? Ist er? Ich habe eingeguckt, ich versuche, uns hier irgendwie hinten zu spotten. Die mir geht jetzt weiter über rechts. Warte, hier ist rechts, ist die Tür öffnen. Ich bliege da kurz rein. Sieht aber sauber aus. Hä, hier stand doch. Ah, lol. Er hat mir die Textur umgepackt, deswegen habe ich den gesehen. Der stand hier hinter der Wand. Warte, bleib da. Nicht so weit raus. Ja. Nehm' ihn fest und dann gehen wir wieder sofort zurück. Vor allem auf der Tanzfläche noch attackiert werden. Wir gehen jetzt über den Raum links. Warte, das Schild wieder vor. Wie ist dein Gesundheitsstatus? Franz, bleib stehen. Ich bin komplett voll. Okay, passt. Ich glaube, ich darf nichts mehr abkriegen. Okay, dann bleib du hinten. Oh, ich sehe ein. Was? Und nicht in Helden spielen. Wir sind schon Helden, dass wir da überhaupt reingehen. Gut. Ähm. Sieht sauber aus. Ja. Ich würde das jetzt einmal... Hier waren wir ja, glaube ich, schon, oder? Na. Jetzt gehen wir da hinten in die... Über die Ding rein, da. Da würde ich jetzt gerne rein. Das ist Sauna-Bereich. Die Doppeltür. Und dann würde ich von hinten gerne nach vorne aufklären noch. Durch das Milchglas. Durch das Milchglas. Hast du ihn? Ja, hast du ihn. Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Ja, du hast ihn. Ich sehe es nicht. Es blut an der Wand, ja. Ah, durch das Milchglas, die blöde Sau. Da, ich mache euch ducken, bitte. Warten da kurz. Ich nehme den fast. Ja, hier geht es zur Treppe runter. Ich warte hier an der Treppe. Da sind Leute, definitiv. Stimme. Okay, langsam weiter. Achtung, das sind jetzt so Pools. Die können da links drin sein und lang. Ach du Scheiße. Geradeaus oder rechts? Ich würde geradeaus weitergehen. So, jetzt sehe ich hier rechts Kai hin. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Zivilist ist Zivilist ist Zivilist. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Warte, deckt mich mal. Ich nehme den Zivi. Oh, geht nicht. Boah, jetzt. Na, ihr macht mir Spaß, ey. Zivilisten haben keine Meinungsverstärker. Mit einem RPD sitzt er da. Alright. Gut, wir gehen weiter da über links. Immer über außen gehen, dass wir nicht irgendwo von irgendwelchen Seiten überrascht werden können. Okay, geht es jetzt nur noch in die Darm-Poilette weiter? Die machen wir jetzt auch. Ich mache... Da geradeaus ist safe. Ja. Ich schaue mal mit dem Opti-Warn. Das Magazin habe ich noch. Okay, dahinter ist eine Geisel auf 1 Uhr, direkt vor der Tür. Bitte mal. Ich lasse ihn rauskommen. Franz, wo bist du? Ich versuche hier, diese Lounge, Innenlounge zu sichern. Und da ist noch eine Tür. So willst du nicht mit uns mitgehen? Ihr seid ja hinten hinter mir, auf mich. Nee, komm, 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 komm zu mir, Franz. Da in die Lounge ist gar nicht gut. Du seid nicht, du lebst falsch. Hier, hier. Was ist denn hier, hier? Warte. Na, ich bin doch hier. Ja, hier, hier habe ich doch gestanden. Ja, aber wir gehen hier lang. Hier, wir gehen hier hinter uns. Einfach bei uns bleiben, bitte. Ja, ich dachte, ihr wollt nur irgendeine Toilette sichern. Ja, die ist ein bisschen größer. Und da, das ist Teil des Dings. Wir gehen nämlich außen rum. Fast, Toiletten sind alles safe. So, da geht's wieder raus. Ich schaue mal wieder, ob die waren. Da war alles clear, also bis eben. Da stand ich ja mehr. Okay. Ja. Trotzdem. Ich schaue mal die Herrentoilette. Dort auch, wir gehen rein. Okay, passt. Alles clear. Ich glaube, da geht's jetzt in, 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 in den Lagerraum. Ja, aber da sind bestimmt auch manche, können auch welche sein. Okay, dann sichern wir mal da hinten jetzt die ganze Sauna nochmal. Oder ist die jetzt schon komplett gecleared? Ich weiß es nicht. Nein. Wird nochmal safe gehen. Jetzt nochmal über rechts schauen. Äh, links. Okay. Da oben sind wir alles durch. Da unten sind wir alles durch. Und da geht man jetzt, glaube ich, zur Küche oder so rein. Das heißt, wir gehen wieder über den Kühlraum. Ich glaube, das ist dann gesaved da. Ja, stimmt. Hier ist der. Stimmen. Stimmen gehört. Genau. Passt. Die sind nämlich eh vom Kühlraum da gekommen. Passt. Wir gehen über den Kühlraum. Oder über den Lagerraum. Machen wir uns zu. Schauen wir mal mit dem Opti-Wahn. Okay, wir haben links und rechts keine Feindbewegung. Oh, okay, okay, okay. Ich habe Stimmen gehört. Die Stimmen kamen von rechts. Stimmen kamen von rechts. Ich weiß nicht, ob es hinter diesen Bierfestern weitergeht. Ich kann eine Granny reinhauen. Nein. Wie viel hast du noch davon? Ich habe noch. Okay. Stell dich da, Herr, links. Dann kannst du da, der kommt nämlich da von rechts. Genau, ich mache natürlich spä auf. Ready? Jo. Okay, warte mal, ich muss schnell aufbrechen. Musst du nicht aufbrechen, ich mache mir ein Ding. Ich mache es uns leise. Halten, halten, halten. Jetzt drei, zwei, eins, go. Ich habe mir ein Headshot drückt. Warte, bleib, bleib, Ante, bleib. Ich, ich sicher die Tür. Ihr könnt. Er hat es sich zwar gegeben, aber ich habe trotzdem an einen Headshot drückt. Ich habe das natürlich vor. Äh, ich staue, das ist noch eine Doppeltür, oder? Achtung, komm zurück, Fidel, komm zurück. Ja, das ist bei mir, das ist bei mir. Alles gut, ich habe hier, ich habe eine Wand neben mir. Stand down. Ich habe gerade ein Mist gekriegt, weil ich den umgebracht habe, weil es sich ergeben hat, aber das ist ein Stück Scheiße. Was soll das unter Kontrolle? Ja, ich sehe aber nichts mehr. Der müsste irgendwo vor mir stehen. Warte, ich habe eine Bank, ich habe eine Bank, ich habe eine Bank. Ich habe eine Bank gehaut, ich habe eine Bank gehaut. Er ist da vor dir, direkt vor dir. Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Schaut mich. Wie hat er mich? Wollen wir erst mal hinten, oder? Ja, ich weiß nicht, ob die uns jetzt... Hast du so einen Dürkeil? Nicht mehr, nee. Ach so, das ist Camlight. Okay, ja, dann müssen wir riskieren. Wir gehen da weiter. Ich gucke ab und zu nahe. Oder? Folge mir. Ich gucke ab und zu nahe. Ich sehe die Tja. Auf lange. Ich gucke mir, was passiert ist. Wir haben einen Zivilisten in Kastadie. Gehe zu Element. Great work, Entry-Team. Keep it up. Ach so, das war dafür. Das war wahrscheinlich der Anführer. Deswegen habe ich wahrscheinlich die Mission verkackt. Ah, dadurch, dass das ist mein Opti-Warn jetzt blockiert. Muss er mal auf gut Glück aufmachen. Die haben wir mal geduckt. Das ist, weil du nur Hawaii-Amtern hast. Ich kann ja nur mehr am Dancefloor sein, oder so. Nur der ist richtig ekelhaft. Ich habe heute nicht verstanden, wie der mich geholt hat. Weil er war ja geflasht. Ja, das juckt manche. Der hat voll gezielt, ne? Der hat ja voll gezielt gezogen. Der stand aber auch direkt vor dir dann. Ja, aber der hat ja die Flaschen abgekriegt. Jetzt ist die Frage, ob wir den Dancefloor von oben auch clearen sollten. Waren wir da nicht schon, oder bin ich? Ja, wir sind jetzt die ganze Runde gegangen. Und der Dancefloor ist ziemlich ekelhaft zum clearen. Okay, ich sehe da jetzt einmal auf der Ding. Franz, weck mich einmal. Warte mal, wir gehen nochmal über außen. Gehen wir nochmal zur Exit. Vielleicht kann ich den Schuh gar nicht zumachen. Achso, da. Achso, du hast den. Ich habe einen Knock-Knock, aber wenn... Na, da ist ein Türstopper drin. Den habe ich reingemacht, ja. Warte mal. Immer nochmal hoch, würde ich sagen. Das können nicht mehr viele Gegner... Wobei, wir haben die Toiletten auf der anderen Seite noch nicht gesichert, gell? Passt. Okay. Folge mir einfach. Ich folge dich. Links sind vor WF noch nicht lang, glaube ich. Wir sind vorhin hier rechts weg. Na ja, da sind wir durch die Tür gegangen. Das ist safe da. Entweder die Gegner suchen nach uns und die kommen und springen zu vorne vor die Fresse oder die... Wir haben noch ein... Ich glaube, wir haben die... Wir haben, glaube ich, die Ding noch nicht gekleert. Da geht es zum DJ. Liegt mal leicht raus. Ah, jetzt runter die Treppe. Da hinten jetzt die Toiletten, weiss ich nicht, ob wir die schon gesaved haben. Sieht ja alle so gleich aus. Weiss nicht, Geisel. Move aber hierher. Lass den mal herkommen. Ich deck da die... Nimmst du ihn fast? Ich deck da inzwischen ein Ding. Mit dem Hut im Pring. Das ist eine schöne Sache, ne? In dem Fall nur weibliche Geisel. Okay, da ist eine Tür und da hinten ist ein Gang. Da ist jemand. Da ist jemand. Ja. Warte. Flick! Oh, oh. Aua, das tat weh. Okay. Warte? Ich schau mal, ob die Wand deckt mein Rücken. Okay, da ist noch einmal ein Link zum Lagerraum. Da sind die Toiletten. Lassen wir die Toiletten. Hinter uns! Nein! Oh, no! Das war selbst der Letzte. Der Vorletzte. Ja. 13 von 15. Oh, ho, 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 ho. Schade. Autsch. Chief Alvarez, please call 4342. Chief Alvarez, 4342. Ja, machen wir noch, machen wir noch eine oder so? Ja. Phil, du stehst hier im Weg. Hä, wo? Schade. Man kommt hier nicht durch. Ich muss das jetzt in den Haus. Ey, wir haben, wir haben so gut gekämpft, aber hinter uns, das ist, oh. Man holt uns beide weg. Also, die Sühnen des Vaters, wenn ich das glaube, das ist ein Hotel, das ist auch recht nice. Das ist nice, aber das geht ja ein bisschen länger, oder? Hm. Glaube. Machen wir noch irgendeine, eine schnelle. Machst du hier Spinnen, Spinnennetz, die ganze Kindergarten. Hm. Die Spinner. Machen wir die noch. Freunde, let's go auf die 400. So, ich hab noch nicht, warte. 400 Likes. So. Ich war der 318te. Bei der 52ste. 382. Geil, ich hab nicht, ach nee, ach gut, ich hab nicht aktualisiert. Also, ja, egal. So. Robby Bubble, soll ich den Ding, so wie er es hat, soll ich dir mein Ding wieder ausehen? Das ist... Geh, geht schon mal vor, ich mache den einen Zivilisten alleine. Oh, oh, offen. Oh, langes offen. Äh, da steht einer. Hä, wo ist er noch hin? Da, links, links, links. Der hat Waffe. Sehr schön. Ist down. Warte, ich geh mal auf die Wand. Raus? Eigentlich bin ich. Nicht, okay. Nein, ist normalerweise keiner drinnen. Ja, normalerweise. Ja. Ich bin im Hinterhof, links von euch, ne? Ja, dann kommen wir hinten raus. Da ist einer hinterm Zelt. Da, ich brauche wieder Rami-Rami. Fußramme. Ich würde übers Dach gerne gehen. Das sind Leute auch. Echt? Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Lang und Tür ist gesichert. Die mir war High Ground. Ist das der Paner? Ja, das ist der Paner. Der Pinkel da? Ja. Ja. Ja, ja. Ach, da in dem Zelt. Ja, ich bin links von euch, ne? Können wir vor? Wir können uns vor. Echt über das Dach? Ja, da müssen wir über Rücken sichern. Wir gehen über oben. Ja, dann geht Phil am besten hinten. Da muss man auch nicht in den Rücken geschossen gehen. Ja, ja. Gleich aufpassen. Im Dach sind meistens zwei. Es könnte sein, dass auf deiner Lane noch einer kommt. Manu. Ich gehe über links. Alles gut, Anu. Hier, wir kommen mal auf. 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 Woher? Woher? Ach, da. What? Boah. Das war ich. Ja, ich habe ihn weggesiext. Bitte, bitte pass. Manu ist weg. Der hat zwei Kopfschuss überlebt. Wir sind gerade ein bisschen zu schnell. Okay. Äh, wo bist du? Phil? Ich stehe an der Treppe nach unten. Okay, komm hoch. Komm hoch. Ist sicher nach hinten. Okay. Fliege runter. Mach auf. Drei, zwei, eins, go. War auf jeden Fall aufgewiesen. Also es kann sein, dass unten auch auf ist. Ich habe auch noch ein Schild anhält, ne? Ach so, ja, bitte. Manu hat nämlich Setup gewechselt. Ähm. Okay, die Tür ist zu. Okay, ich mache Opti-One. Ja. Ich klem oben, ich klem oben zu. Okay, da ist ein Täter, 11 Uhr. Geradeaus. Der piekt aus der Tür. Ich könnte... Aus? Ja, 11 Uhr ist er circa. Also so... Da ist gegenüber eine Tür und da steht er am linken Türrahmen. Franz, Franz, bleib hinter mir. Ich bin im Abzug. Bleib einfach hinter mir. Da hast du... Ich wollte jetzt nicht... Ja, da ist aber ein Kugelschuss. Kurz. Du musst die gerade hinter mich hinstellen. Nein. Daniel, mach die Tür auf. Drei, zwei, eins. Go. Der hat sich bewegt. Okay, bitte. Habe ich schon selber gemacht. Ich hau mal eine Blend rein in den Mittelrahmen. Ja, genau. Ja, genau. Links offen, rechts offen. Rechts offen. Ich wollte hier an der Ecke stehen bleiben. Das ist viel zu viel offen. Ja, wir klären nochmal da hinten. Alter, rechts ist überall offen. Okay, da hinten ist alles sauber. Passt. Ich mach da mal zu. Nehmen wir uns die nächsten Räume fest. Ich nehm den nochmal da jetzt fest. Da hinten. Die Ecke. Der Pfeil wird drüber stillt. Der macht da ein Wandhänzchen. Okay, nehm die Waffe hoch. Ganz durch. Rechts sieht sauber aus, wo die Tür öffnen ist. Warte, hopp die Wahn. Ich schau da unten durch. Eine Geisel. Ich hol mir die. Sicher mal nach hinten. Ich mach die Tür mal zu. Pass auf, dass hinter dir echt nix kommt. Ich mach hier zu. Jo, ist da. Draußen. Draußen. Ja, da stand draußen am Eingang. Hast du gesehen, wo er liegt. Wie laden Hawaii eben dann? Was in der Hölle machst du denn? Mach trotzdem mal hier zu. Ach du Kacke, Knife-Gamer. Dich gibt's auch noch. Oh, der fuck, hallo. Safe. Ne, ist auch auf, die Tür. Ich würde da über Exit gehen, oder? Außen. Okay, ja, passt. Gehen wir da. Ich deck nach hinten. Ihr müsst es mir sagen, wenn es mehr geht. Alter. Komm zurück. Ich seh nicht mehr. Warte, warte, komm her. Ich mach die Tür zu. Ich hab nicht mehr gesehen. Ich seh auch schnell hier hinten. Warte, ich seh auch schnell hier hinten. Wie viele sind da noch? Einer ist noch, oder? Okay. Einer ist noch drin. Ich denke, einer ist down. Der hat auch eine Geiser geschossen. Warte, Opti-Warn. Ja, Opti. Ich seh auch nach rechts. Nicht, dass der Laich rumkommt hier. Ich seh nichts, weil die Laich jetzt davor liegt. Können nur eine Bang reinhauen. Ja. Knife, hier geht's gut. Danke, die auch. Ja. Oh, scheiße. Vor die Türhecke. Ich hau eine rein. Der kann auch jetzt da rechts in den Raum sein, ne? Ja, der ist, glaub ich, links. Ja. Okay, alles klar. Warte, du. Ist das Auto super, hast du verledigt. Ja, okay. Ich glaub, Geisel haben wir... ...vergust. Ja, ist ja schön. Ich hol mir draußen den... Im Eingangsbereich lag auch noch einer. Brauchen wir nur noch die Geiseln. Echt? Ne, wir sind durch. Zwei Ziele fehlgeschlagen. Oder tut raus. Das wird keine gute Not. Na, das wird miserabel. Weil ich gerade Schaukelpferd erschossen hab. Wir müssen aber noch zum Abschluss, glaub ich, müssen wir noch die Sprengmap machen. Ja. Hm. Okay, einen Suspekt hat man nicht secured. Naja. Ja, das war der neben der Rezeption in der Durchgangstür. Da lag auch noch ne Waffe von dem Typen. Ich spreng nicht. Kannst du den Produkten, Frau Daz? Wirkliche Besessenheit. Beste Map. Weiß. Aber Andel, mit dem, ähm... ...die Zivilisten kommandieren, dass sie zu einem kommen, ist ne super Sache, ne? Das ist super. Ich find das mega. Also bei der Sprengmap musst du mal mit, äh, Jan sprechen. Der ist da auch sehr begeistert von. Der kann nämlich die, äh, Drähte so gut sehen. Holp hat er also immer rein, ja? Ja. Ja, Jan hatte immer mit, äh, Dings drunter nach geguckt. Und immer, ja, ist frei, ist frei. Wir haben die Tür aufgemacht und sind in die Luft geflogen. Wir hängen immer noch an dem Hochhaus, wo man die Waffen und sowas finden muss. Das hab ich sogar geschafft. Also das haben wir letztens geschafft und im Solo auch. Ja, Baller. Grüße. Vor allem wem. Warte, ich mach, Opti-Wahn. Oh, Vorsicht, der kommt, der kommt, der kommt. Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Ist da eine Sprengfalle? Geh, 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 zurück, 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 zurück. Ja, da ist eine Sprengfalle. Geh mal, geh mal. Ja, ich mach das mal. Einfach. Du kannst ihn nicht aufschießen. Nee, ich wollte ihn... Was ist das für eine Schrot? Du kannst ihn nur zerschießen. Erwart' dich, Opfer mich. Ich gehe... Geh entschärfen. Komm. Jetzt. Komm. Jetzt. Das Hochhaus ist das, was ich meine, Handel, mit dem... Das ist ein Hotel. Ja, ja. Wo du übers Dach reingehst, ne? Ja. Ja, genau. Na, das haben wir schon geschafft. Das hat mir nur Engelchen in den Chat reingeschrieben, dass sie das nicht... Auf der... Links ist einer. Warte, ich nehme Schild. Warte, ich hau mal eine Pläne. Warte, ich hau eine Pläne rein. Ich hab auch eine. Der könnte in einem Raum da auch drin sein. Die gibt's ja eigentlich keine Geiseln, ne? Nee. Nur Sprengfallen und ein paar Verrückte. Fest down. Dann kann man hier überall durchschießen. Roger that. Medical Assistance is standing by. Da lohnt sich das... Gewehr auf Frieden zu stellen. Warte, ich geh auf die Wahn. Sprengfalle hinter der Tür, ich insicher. Oh, guck, da Daxi hängt ja rum. Ich glaub, oben ist ne Tür aufgegangen. Sie schützen die Gewicht. Müsst mich sichern, Jungs. Jo. Äh, wir sind da. Mach auf. Ist das klar? Tür rechts. Ist geschlossen. Du kannst fahren, ich bin hinter dir. Jo. Da hinter der Tür ist safe einer. Deckt einmal zwei links. Ich schau mal, ob die Wand durch... Ich hab links. Keine Sprengfalle. Ja, ich seh den Typen aber nicht. Weil da ist das... Du kannst hier der rechten gehen. Ansonsten mach ich die erstmal dicht hier, die Tür. Damit keiner durchkommen. Wollt's über den gehen? Zack. Da ist ne Sprengfalle. Ja, ja. Also solange die Sprengfalle ist, gehen die auch nicht da durch. Durch die Tür. Seid ihr da? Ja, wir sind alle da. Let's go. Okay, da stand rechts. Genau hinter dem, äh... Aufgang. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Ich muss mich verbinden. Tu dich auch. Ja, ich hab... Warte, ich hab... Ich kann die Waffe... Ich hab... Ich hab... Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Wir haben alle... Aber der Gerard Scott lebt, ne? Achso... Nein, lebt nicht. Wir liegen hier vor hier rum. Ja, wir haben's. Ja, man muss auch seine gewerkschaftlichen Pausen einhalten, ne? Ja, wir haben die Beweismittel nicht gesichert. Zwei Beweismittel haben gefehlt. Okay. Aber... Weg. Sehr gut, Jungs, sehr gut, Jungs. Passt. Dann würde ich sagen, war das ein würdiger Abtritt, oder? Mal wieder für... Für... Für Sonntag und statt in die neue Woche. Ja. Ja, definitiv. Jo, passt. Freunde, wenn euch das Stream gefallen hat, lasst gern ein Abo da, lasst gern ein Like da. Ähm, jo. Und... Seid brav. Habt einen schönen Start in die neue Woche. Die Jungs wollen sich verabschieden. Der Phil sagt Tschüss. Der Manu sagt Tschüss. Der Franz sagt Tschüss. Sie machen hier ein Tänzchen. Genau. Die letzten Worte gehören euch. Ja, ein wunderschönen Start in die neue Woche. Und wir machen gleich weiter, ne? Genau. Ja, wir machen weiter. Wir machen weiter. Okay. Ich glaube, der Stream hat euch gefallen. Bestimmt. Auf die 400 Likes. Mal auf den Daumen drücken. Genau. Ja gut, Jungs. Schön, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns. Ja, wieder gerne. Tschüss. 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 Tschüss.